Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die heutige Plenarsitzung, wo wir die Arbeiten fortsetzen, wie wir gestern begonnen haben. Ich möchte aber zu Beginn der Sitzung auf zwei Dinge hinweisen. Ich möchte in Erinnerung rufen, dass es nicht erlaubt ist, in diesen Raum hier mit Kaffee- oder Teetassen hineinzukommen. Das ist verboten und wird auch in Zukunft dann strenger geahndet, als es in den letzten Malen geschehen ist. Hier sind lediglich Wassergläser erlaubt. Und zweitens möchte ich auch darauf hinweisen, dass es verboten ist, Bildmaterial aus der Sitzung zu filmen und aufs Netz zu stellen, wenn nicht die Genehmigung des Präsidenten vorliegt. Gestern hat zumindest ein Mitglied während der Sitzung auf Facebook Bildmaterial aus dieser Sitzung hier veröffentlicht. Das ist verboten. Und ich möchte allen nochmal in Erinnerung rufen, dass in dieser Angelegenheit ein Beschluss des Präsidiums vom 2. Dezember 2013 Gültigkeit hat und dessen Artikel 5 geregelt im Detail, wie hier im Innern des Gebäudes von Parlamentariern, Ministern oder deren Mitarbeiter Bild- und Filmaufnahmen gemacht werden dürfen. Und Bildaufnahmen während der Sitzung hier zu machen, kann man bei mir genehmigen lassen. Aber man kann es eigentlich auch sein lassen, denn ich werde das nicht genehmigen. Soweit die Modalitäten. Dann stelle ich die Frage, ob es zur Tagesordnung noch irgendwelche Abänderungswünsche gibt. Es ist ja im Vergleich zu dem, was gestern vorhersehe war, eine Veränderung da. Das betrifft eine dringende mündliche Frage. Zur Tagesordnung sonst keine Bemerkungen. Dann kommen wir zu dieser dringenden mündlichen Frage, wo Herr Jerusalem, Herrn Minister Mollers, zum Unterrichtsausfall am Königlichen Atelier im Eupen befragt. Nach entsprechender Prüfung ist diese Frage zugelassen worden als dringende Frage. Und ich erinnere daran, dass die Frage und die Antworten gemäß § 4 von Artikel 85 frei und ohne jegliches Hilfemittel vorgetragen werden müssen. Und man darf also nicht hier mit einem Papier erscheinen, sondern man muss die Frage freistellen. Herr Jerusalem, Sie haben das Wort. Von meinem Platz aus? Nein, von hier aus. Dankeschön. Es ist die Regelung getroffen worden, dass im Gemeinschaftsunterrichtswesen die Weihnachtsprüfungen für das erste und zweite Sekundarschuljahr abgeschafft worden sind. Und zwar vor allem mit dem Ziel, Unterrichtsraum freizumachen für kompetenzorientierte Arbeiten, um neue Arbeitsmethoden und zum Beispiel Projektarbeit in den Vordergrund zu rücken und diese Zeit sinnvoll zu nutzen. Nun haben wir davon erfahren, dass wohl eine Klage gegen das königliche Athenium Eupen gerichtet worden ist, unter anderem aufgrund der Tatsache, dass diese Zeit wohl nicht in der eigentlich dafür vorgesehenen Verwendung genutzt wird und zum anderen auch wegen massivem Unterrichtsausfall. Deshalb, Herr Minister Mollers, möchte ich Sie in dieser Angelegenheit um Rechenschaft oder um eine Stellungnahme bitten, einfach aufgrund der Tatsache, dass jetzt im Moment vielleicht noch die Gelegenheit wäre, zu reagieren. Vielen Dank. Herr Minister, Sie haben das Wort und Sie müssen auch ohne Papier erscheinen. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, wir sind in verfolgt dieser aktuellen Frage der Sache natürlich nachgegangen. Folgendes hat die Schulleitung uns mitgeteilt. Es ist in der Tat so, dass am königlichen Athenium Eupen es zunächst für den Fall, dass Lehrer beispielsweise krankheitsbedingt ausfallen, ein Vertretungspool eingerichtet wurde von vier bis fünf Lehrern, die dann einspringen können. Leider ist es so, dass dieser Vertretungspool während der Prüfungsperiode nicht funktionieren kann, weil eben sehr viele Lehrer in Prüfungen beschäftigt sind. Das heißt konkret, um es anhand von Zahlen deutlich zu machen, dass in der ersten Stufe, also dort, wo die Weihnachtsprüfungen abgeschafft wurden, neun von 50 Lehrern nur in dieser ersten Stufe unterrichten und dadurch Zeit haben, ihren Unterricht auch weiterhin zu gestalten. Die anderen Lehrer, also mehr als 40 Lehrer, unterrichten auch in der zweiten und dritten Stufe und sind deswegen auch mit Weihnachtsprüfungen in der zweiten oder dritten Stufe beschäftigt. Das führt dazu, dass insgesamt in der ersten Stufe für die beiden Jahrgänge, also erstes Sekundarschuljahr und zweites Sekundarschuljahr, das sind insgesamt 20 Klassen, zehn Klassen pro Jahrgang, also 20 Klassen, sind effektiv in den letzten zwei Wochen insgesamt 97 Unterrichtsstunden ausgefallen. Diese 97 Unterrichtsstunden wurden ersetzt zum ersten 21 Unterrichtsstunden durch Ersatz- und Vertretungslehrer, die also den Unterricht weitergeführt haben, beziehungsweise ihren eigenen Unterricht erteilt haben. Noch einmal 20 Stunden wurden investiert in verschiedene pädagogische Projekte, beispielsweise COPS. Es hat ein Projekt gegeben im Bereich der MINT-Förderung, es hat einen Informatikkurs gegeben und es hat einen Kurs zur Methodenkompetenz gegeben. Bleiben also rund, wenn ich richtig gezählt habe, 56 Unterrichtsstunden, die in diesen zwei Jahrgängen nicht abgedeckt wurden. Dort hat man zum Teil auf Erzieher zurückgegriffen, zum Teil aber auch die Schüler in den sogenannten Studiensaal geschickt und sie mit Aufgaben beschäftigt, die die Fachlehrerinnen vorher bereits übermittelt hatten. Ich mache noch einmal deutlich, wie wenig das letztlich ist. 56 Stunden verteilt auf 20 Klassen, da können Sie in etwa ausrechnen, wie viel das im Schnitt pro Klasse ausmacht, was da im Unterricht tatsächlich ausgefallen ist. Ich schließe natürlich nicht aus, dass zwei Dinge passiert sind. Zum einen haben die Erzieher und die externen Projektleiter, die die pädagogischen Projekte angeleitet haben, nicht die Gewohnheit, mit den Schülern am Ende der Stunde ins Tagebuch zu schreiben, was gemacht worden ist. Es kann also sehr gut sein, dass für einige Stunden das Tagebuch schlicht und einfach leer geblieben ist und dadurch bei Eltern der Eindruck entstanden ist, dass es keinerlei Aktivität gegeben hat. Zum zweiten wird natürlich auch zu hinterfragen sein, was man denn als Unterricht versteht. Ich glaube schon, dass wenn Schüler in verschiedenen Projekten Erfahrungen sammeln, Kompetenzen erwerben, dass das dann nicht unbedingt als klassischer Unterricht wahrgenommen wird und dann sehr schnell gleichgesetzt wird mit Unterrichtsausfall. Ich habe mir darüber hinaus erlaubt, auch nachzufragen, wie es denn die anderen GUW-Schulen handhaben. Dort wird es ähnlich gehandhabt. Die Organisation einer weihnachtsprüfungsfreien ersten Stufe gleichzeitig, also den Unterricht fortführen und Prüfungen abhalten, stellt die Schulen vor große Herausforderungen. Deswegen werden wir, wie vorgesehen, im Frühjahr 2020 die Erfahrungen aus diesem Schuljahr evaluieren, gemeinsam mit den Schulleitern. Ich betone noch einmal, dass bis zum heutigen Tag alle Schulleiter diese Maßnahme für eine sinnvolle Maßnahme halten, wenngleich auch die organisatorische Durchführung mit einigen Komplikationen verbunden ist, aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Vielen Dank. Möchte der Fragesteller noch nachhaken? Dann machen Sie das. Ja, vielleicht ist ja eine mögliche Maßnahme, um diese Umsetzung geschmeidiger zu gestalten innerhalb der Schulen, dann auch die Abschaffung der Weihnachtsprüfungen in weiteren Stufen. Ich weiß nicht, ob da Überlegungen bestehen. Kann mir aber, ich weiß nicht, ich habe natürlich keinen Einblick in das Innere der Eltern, aber würde mich wundern, wenn die Eltern so schlecht darüber informiert wären, was passiert, dass sie sich rein auf das Tagebuch der Schüler verließen. Das wäre vielleicht, aber gut, ich denke, die dringende Frage erfordert zeitnah Antworten, von daher können wir hier noch nicht wirklich bei einer klaren Ursache sein. Vielen Dank. Dankeschön. Möchte aus den anderen Fraktionen jemand etwas zu dem Thema sagen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Möchte der Minister noch mal auf die Bemerkungen des Fragestellers reagieren? In der Tat ist mit den Schulleitern der GUW-Sekundarschulen auch darüber gesprochen worden, das Modell der Abschaffung der Weihnachtsprüfungen von der ersten auf die zweite und dritte Stufe auszudehnen. Die Sichtweise der Schulleiter ist dort aber sehr gespalten. Das heißt, die einen befürworten es, die anderen befürworten es nicht. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich selbst auch kein großer Freund davon wäre, weil es ja gerade in den höheren Stufen unter anderem darum geht, auch die Schüler auf ein weiterführendes Studium vorzubereiten und da sind Prüfungen nun mal an der Tagesordnung. Deswegen bleibt diese Frage offen, aber Sie haben recht, dass das natürlich die organisatorischen Probleme lösen würde. Ob es pädagogisch sinnvoll wäre, ist eine andere Frage und wie gesagt, das müssen wir dann mit den Schulleitern diskutieren. Vielen Dank. Möchte der Fragesteller zum Schluss noch mal was sagen? Ja, das stellt vielleicht dann auch die Frage in den Raum, inwiefern dieses Testverfahren, wie wir sie in unseren Schulen praktizieren, an sich denn sinnvoll ist, um wirklich Kompetenzen sichtbar zu machen. Vielen Dank. Damit ist diese dringende mündliche Frage abgeschlossen und wir kommen dann zur Fortsetzung unserer Diskussion zum Haushalt. Heute sind ja wie gestern angekündigt die beiden Diskussionsrunden zuerst dem Ausschuss 3 und dann dem Ausschuss 4 gewidmet. Gestern haben wir bereits die Regeln, die da gelten, in Erinnerung gerufen und das brauche ich heute nicht zu wiederholen. Wir kommen dann direkt zur dritten Diskussionsrunde zum Thema Ausschuss 3. Könnte ich aber noch erfahren, wer für ECOLO und PFF reden wird, denn das ist bisher noch nicht mitgeteilt worden. Wir liegen vor für die CSB Herr Kraft, für Produgier Frau Scholzen und Frau Schmitz, für Vivant Herr Mertes, für die SP Herr Servati, für ECOLO, Jerusalem und für die PFF. Okay, dann erteile ich Herrn Kraft das Wort. Entschuldigung, für ECOLO nur in Ausschuss 3, Herr Jerusalem und in Ausschuss 4, Herr Mockel. Also wer spricht in 3? Ich. Ja, das ist mir gerade gesagt worden. Genau. Das habe ich verstanden, beim ersten Mal. Okay, Herr Kraft. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Parlaments und der Regierung. Eine gute Vision wächst aus einer delikaten Balance zwischen Realitätssinn und Utopie. Vision ist das gerade noch Machbare. Aber Machen ist immer machbar. Aber wird hier gemacht und wird hier Richtiges gemacht? Ich nenne Ihnen dazu gerne fünf Beispiele und einen Vorschlag. Erstens, die Gesamtvision im Bildungswesen. Was wird nun daraus? Ein politisches Konzept, eine Art, ganz neue Art des Bildungswesens, eine Art, das Bildungswesen zu gestalten und die Schule neu zu leben, nötig wäre es. Die Regierung sagte uns, dass nach einer Übergangs- und Planungsphase im kommenden Jahr man ab 2021 diese Gesamtvision und Reformen anstreben möchte. Da war es wieder, das Jahr 2021. Warum nicht schon 2020? Aber da steht die Regierung, wie mein Kollege Jerome Franzen gestern schon eindrucksvoll sagte, mit dem Rücken zur Wand. Nach der missglückten Reform gutes Personal für gute Schulen, der mehr als schleppenden Dienstrechtsreform und der beispiellosen Bankrotterklärung trotz Erklärung der Regierung bei der Herabsetzung des Kindergarteneintrittsalters kommt nun also die Versprechung zur Umsetzung der Gesamtvision. Manche Fragen fehlten uns da im Fragenkatalog. Ist die Schule in der heutigen Form noch zeitgemäß? Fühlen sich die Schüler, die Lehrer oder auch die Eltern mit ihren Bildungsaufgaben überfordert? Wollen die Schülerinnen und Schüler mehr Fachunterricht in einer Fremdsprache haben? Das und vieles mehr hätten wir gern gesehen. Was macht aber die Regierung nun mit der Umfrage zur Gesamtvision? In welche Richtung geht es? Blickt man auf die jüngsten Misserfolge, die ausgebliebenen Reformen und auf die finanzielle Situation der DG, so fällt es schwer, wirklich daran zu glauben, dass sich in den nächsten Jahren viel bewegen wird. Womit ich bei meinem zweiten Beispiel bin, der Herabsetzung des Kindergarteneintrittsalters. Wie wir ja mittlerweile wissen, standen der Regierung trotz großspurigen Ankündigungen bei der Herabsetzung des Kindergarteneintrittsalters nicht ausreichend Mittel zur Verfügung. Und jetzt? Jetzt schauen die Eltern, die sich darauf verlassen haben, in die Röhre. Denn 2024 bringt ihnen die Herabsetzung des Kindergarteneintrittsalters auch nichts mehr. Und schon gar nicht, wenn sich die nächste Regierung darum kümmern muss. In meiner Interpellation dazu wurde deutlich, dass diese Reform schlecht vorbereitet und noch schlechter umgesetzt beziehungsweise umgesetzt wurde sie ja gar nicht, sie wurde angesetzt. Die Regierung bleibt dem Nachweis schuldig, woran es tatsächlich gelegen hat. Ja, woran hat es gelegen? Was bleibt, ist ein Scherbenhaufen. Gebrochene Versprechen und verunsicherte Träger sowie Eltern. Immerhin bleiben noch die Kindergartenassistenten. Aber die Einführung der Kindergartenassistenten wurde gestaffelt mit dem Argument, dass mithilfe dieses zusätzlichen Personals in den Schulen Projekte auf den Weg gebracht und die Ankunft der Zweieinhalbjährigen vorbereitet werden sollten. Hat man dies überprüft und eingefordert während der ersten beiden Jahre mit zusätzlichem Personal? Bedenklich scheint mir, dass wir heute beobachten, dass wegen fehlender Kindergärtnerinnen es dazu kommt, dass Kindergartenassistenten, die halbtags als solche angestellt sind, für den verbleibenden Halbenstundenplan als Kindergärtnerin bezeichnet werden. Sie sind also in zwei unterschiedlichen Rollen unterwegs und ihre eigenen Assistenten. Interessant. Die CSP hat schon in der letzten Legislaturperiode gesagt, dass das gesamte Gehaltsgefüge im Unterrichtswesen und übrigens auch im Sozialbereich reformiert werden muss. Eine ausgebildete Kindergärtnerin verdient nur minimal mehr als die Assistenzkraft. Das geht nicht. Das hat nämlich zur Folge, dass man sich die Frage stellt, warum man überhaupt noch die drei Jahre Ausbildung machen soll, wenn man doch schon vorher bezahlt einsteigen kann. Die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner haben in der Summe erst nach über 30 Dienstjahren genauso viel verdient wie die Assistenzkollegen, die schon drei Jahre früher ihre bezahlte Karriere beginnen durften. Werte Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen ausgebildete Fachkräfte in den Kindergärten, deren Auftrag es ist, die Verantwortung zu übernehmen. Es geht um Verantwortung. Daher geht kein Weg daran vorbei, die Gehälter hier anzupassen. Die Betreuung unserer Kleinsten muss uns das wert sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber kann die DG das finanziell auch stemmen? Wobei ich bei meinem dritten Beispiel bin, Investitionen in den Bildungsbereich. Nicht zuletzt die PISA-Studie hat gezeigt, dass es nicht so weitergehen kann. Die ostbelgischen Schüler haben beim Leseverständnis und bei den Naturwissenschaften deutlich schlechter als bei früheren Erhebungen abgeschnitten und sind sogar unter den OECD-Durchschnitt gefallen. Die Regierung brüstet sich gerne damit, dass die DG bei den Bildungsausgaben pro Schüler zu den Spitzenreitern in Europa gehört. Ja, das stimmt. Aber dann, gerade jetzt muss die Frage auch erlaubt sein, mit welchem Ergebnis? Dazu habe ich jetzt hier mal das Grenz-Echo der letzten Woche mitgebracht. Ostbelgiens Schüler lassen stark nach. Ja, das muss man erst mal sacken lassen, meine Damen und Herren. Länder wie Chinesisch Taipei, Polen, Irland, die durchaus als Struktur schwächer bezeichnet werden können, schneiden besser ab. Hier in diesem Haus fand letztes Jahr dazu eine interessante Veranstaltung statt. Das Ende, der Titel war das Ende von One Size Fits All in der Schule und bei der Ausbildung von Lehrkräften, wo zahlreiche Studienergebnisse und Erkenntnisse vorgestellt wurden. Unter anderem wurde festgestellt, dass die Investitionen in den Bildungsbereich nicht mit den Kompetenz- und dem Lernzuwachs der Schüler in Verbindung gebracht werden können. Also viel hilft viel, funktioniert also nicht im Bildungswesen. Wir investieren aber viel, wie ich gerade sagte. Man muss hier also mehr die Frage stellen, was die Regierung der DG all die Jahre mit dem Geld anstellt, wenn man am Ende solche Leistungen der Schüler rauskommt und gleichzeitig sogar noch die Nachfrage nach Nachhilfe steigt. Kommen wir dann zu meinem vierten Beispiel. Die Kompetenzentwicklung von Kindern und Jugendlichen in der deutschsprachigen Gemeinschaft. Kommen wir zu einer Kompetenz, die in allen Fachbereichen und späteren Ausbildungen oder Arbeitsplätzen im ganzen Leben gebraucht werden. Das Lesen. Laut PISA ist jeder vierte Schüler in der deutschsprachigen Gemeinschaft nicht in der Lage, die grundlegendsten Leseaufgaben zu erfüllen. Autsch, das tut weh. Da hier von einer gesellschaftlichen Veränderung die Rede ist, ist hier nicht nur die Schule gefragt, klar, sondern auch die Eltern. Das ist logisch und absolut deutlich und das, glaube ich, werden wir hier uns auch gegenseitig nicht bestreiten können. Wir sollten uns aber die Frage stellen, worauf die Politik Einfluss hat. Und ja, auf die Schulbildung haben wir durchaus Einfluss. Zudem müssen wir uns die Frage stellen, ob und wie wir auf neue gesellschaftliche Entwicklungen reagieren wollen und ob wir das finanziell natürlich auch können. Wenn wir neue Schwerpunkte setzen wollen, wenn wir die Kernkompetenzen stärken wollen, dann müssen wir auch bereit sein, endlich mal einige Dinge zu streichen, meine Damen und Herren. Lesen, Rechnen, Schreiben, das erfordert Raum und Zeit, insbesondere im Klassenzimmer. Haben Sie also den Mut, Herr Minister, endlich mal aufzuräumen und sich von einigen Dingen zu verabschieden. Und ich sage Ihnen, das wird sich lohnen. Fragen Sie mal die Absolventen der Schulen der DG, was Ihnen in einer weiterführenden Ausbildung oder vor allem im Studium besonders weitergeholfen hat. Ich mache das eigentlich schon seit Jahren. Die Antwort ist immer klar. Vor allem die Fähigkeit, über einen längeren Zeitraum sich mit Texten konzentriert auseinanderzusetzen und zu lesen. Das braucht man überall. In Ostbelgien sollte zu dieser Kernkompetenz auch das Fremdsprachenniveau, insbesondere Französisch, zählen. So will man meinen. Denn die DG gibt seit vielen Jahren einen Haufen Geld dafür aus, damit die ostbelgische Jugend Französisch lernt. Ihren Angaben zufolge sind das jährlich über 6 Millionen Euro im Jahr. Letzte Woche wurde der sogenannte Delft-Test veröffentlicht. Wer sich die Ergebnisse anschaut, stellt wieder fest, dass viel hilft, viel auch hier nicht funktioniert. Wir sollen hierbei vor allem folgende Frage beantworten. Dürfen wir uns ernsthaft damit zufrieden geben, wenn nur rund 60 Prozent der hiesigen Abiturienten nach 15 Jahren französischer Ausbildung Kindergarten inklusive den Delft-Test schaffen? Ist es bei akutem Fachkräftemangel wirklich beruhigend, wenn in der mittelständischen Ausbildung, also das Niveau B1, zwar rund 60 Prozent den Delft-Test bestehen, allerdings einen Mittelwert in den einzelnen Disziplinen von lediglich 49 Prozent vorweisen können? Kann man damit zufrieden sein, wenn von den getesteten Lehrlingen in den Disziplinen schriftlicher Ausdruck und Hörverständnis nicht einmal die Hälfte bestehen? Bei schriftlichem Ausdruck sind es gerade mal 35 Prozent. Auch das tut weh. Meine Damen und Herren, diese Ergebnisse sind alarmierend. Der einzige Silberstreif am Horizont ist die Tatsache, dass auch der Fachunterricht auf Französisch getestet wurde. Das heißt, hier wurde untersucht, inwiefern die Schüler Sachunterricht in der französischen Sprache belegen und ob dies einen positiven Einfluss auf deren Kompetenz in der französischen Sprache darstellt. Das Resultat? 53,5 Prozent der Schüler, also deutlich mehr als die Hälfte in dem Fall, die Sachfachunterricht auf Französisch belegen, schneiden besser ab als die restlichen Schüler. Daher wiederholen wir gerne nochmals unseren Vorschlag, Herr Minister. Wir müssen den Weg ebnen für mehr französischsprachige Native Speaker in den Schulklassen der deutschsprachigen Gemeinschaft. Wir lösen damit sogar mehrere Probleme gleichzeitig. Denn solange wir einen Lehrermangel haben, solange wir ein sichtbares Defizit in Sachen Französisch haben, sollten wir Frankophonen-Lehrpersonen ermöglichen, ja es sogar forcieren, hier in der DG nicht nur Französisch, sondern auch alle anderen Fächer unterrichten zu dürfen. Da komme ich nun gerne zu unserem fünften Beispiel. Die gesellschaftlichen Entwicklungen, dass die Schüler weniger lesen, darüber habe ich eben schon was gesagt, aber es gibt noch mindestens eine weitere gesellschaftliche Entwicklung, die die Leistungsfähigkeit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen beeinflusst. Wenn wir feststellen, dass die Kinder und Jugendlichen im privaten Umfeld immer weniger lesen, dann müssen wir uns natürlich auch über die Entwicklung unterhalten, dass sie sich immer weniger bewegen. Im Rahmen einer WHO-Studie wurde zuletzt erneut festgestellt, dass sich Jugendliche weltweit zu wenig bewegen. In Belgien sind es ca. 90% der Jugendlichen zwischen 11 und 19 Jahren. Gestern haben wir schon darüber gesprochen, wie das Vereinswesen aussieht. Auch hier müssen wir nachhelfen, dass sich mehr Familien diesen Sport auch leisten können. Aber hier geht es nur mal um die Schule. Angesichts der immer geringeren aktiven Freizeitgestaltung Jugendlicher sollten wir dem Schulsport und Bewegungsaktivitäten daher mehr Raum lassen. Zwar hat sich die Schule an sich aus pädagogischer und didaktischer Hinsicht fundamental gewandelt, aber die heutigen Lernformen Schüler sitzen in den Klassen, Stundenplan und so weiter unterscheidet sich nicht grundlegend von der Schule der 1950er und 1960er Jahre. Damals war allerdings die Freizeitgestaltung und der Alltag der Kinder und Jugendlichen noch deutlich aktiver. Der Schulweg wurde zu Fuß oder auf dem Rad zurückgelegt, man half in der Landwirtschaft und spielte vor allem aktiv, zum Beispiel in den Wäldern oder auf der Straße. Unsere heutige Antwort darauf sollte heißen, weniger Beiwerk, mehr Zeit und Raum für Kernkompetenzen und Lebenswelt. Abschließend komme ich gerne in unseren Vorschlag. Uns wird ja gerne vorgeworfen, dass wir nicht konstruktive Oppositionsarbeit leisten. Wenn wir uns die eben genannten Investitionen, die Kompetenzschwächen der jungen Mitmenschen und die gesellschaftlichen Entwicklungen anschauen, müssen wir uns überlegen, wie die Schule von morgen aussehen soll. Wenn Kinder und Jugendliche zwischen sieben und neun Stunden täglich in der Schule verbringen, wo sie kompetenzorientiert arbeiten, ist es schwierig, von Ganztagsschule zu sprechen, wenn sie danach noch einige Zeit in Schulaufgaben zu Hause investieren müssen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass zwei Elternteile meist einer Arbeit nachgehen. Im Sinne der Bildungsgerechtigkeit würde eine Reduzierung des Lern- und Lehrdrucks also dazu führen, dem Bedarf der Nachhilfe zu entgegnen und da einfach mal ein wenig mehr Raum und Zeit zu lassen. Das heißt, die Reform der Rahmenpläne ist dabei dringend notwendig. Denn für Kinder und Jugendliche geht Unterricht, das Lernen mit Stressvermeidung, dem familiären Alltag einher. Daher schlagen wir vor, mittel- bis langfristig unsere Schulen in zu wirklichen Ganztagsschulen zu entwickeln. Ein Ort, an dem gearbeitet, gelernt und gelehrt werden kann, aber auch Freiräume für die Nutzung der mittlerweile überall stehenden Mediatheken sowie Sporthallen geschaffen werden. Im Anschluss an den Kernunterricht sollte es in diesem Modell mehr Zeit für Betreuung der Hausaufgaben, Betreuung der Hausaufgaben, Sprachkonversationsgruppen, Bewegung und Sport und Förderunterricht und sogar noch die Nutzung der Mensa geben. Ein neuer Schulkampus, wo die Jugendlichen gerne Zeit verbringen und sich bilden können. Das würde natürlich auch dem Trend Rechnung tragen, dass wir immer mehr Kinder in der außerschulischen Betreuung haben und immer mehr Nachhilfe. Ein Modell, das die Zeit in der Schule auch auf die gesellschaftlichen Entwicklungen anpassen kann, Freiräume gibt und Chancen ermöglicht. Ein Ziel sollte dabei aber vor allem verfolgt werden, dass die Kinder und Jugendlichen gut arbeiten können und im Anschluss nach Hause gehen und Feierabend haben. Das schafft Platz für einen validen Lernfortschritt, das schafft Räume für Kreativität und Bewegung, das entlastet die Kinder und Jugendlichen und das entlastet die Eltern und Familien und schafft am Ende das, was wir alle wollen, Bildungsgerechtigkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes hat nun Frau Schmitz das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen in Regierung und Parlament. Haushaltsdebatte, das bedeutet auch immer einige Zahlen, deshalb möchte ich zu Beginn einige nennen. In diesem Schuljahr gibt es ganz genau zehn Schüler weniger als im letzten, nämlich 12.403. Und trotzdem sind fast sieben Prozent mehr Mittel in den Bildungshaushalt eingeplant. Insgesamt mehr als 116 Millionen Euro, das sind fast sechs Millionen Euro mehr als dieses Schuljahr. Und bevor der Einwand kommt, nein, dieses Geld investieren wir nicht in Steine, die Ausgaben für Infrastruktur sind in dieser Summe noch gar nicht enthalten. Wenn ich nun die Mittel für den Mittelstand und die Erwachsenenbildung abziehe und den Betrag für die rein schulische Bildung herausrechne, dann sind das über 109 Millionen Euro. Was glauben Sie, Kolleginnen und Kollegen, was kostet uns nun ein Schüler pro Schuljahr? Was ist uns die schulische Bildung des Einzelnen wert? An welche Summe denken Sie? Circa 8.825 Euro geben wir beziehungsweise planen wir pro Schüler und Jahr ein. Mehr als 70 Prozent unserer laufenden Ausgaben fließen in die Bereiche Bildung, Beschäftigung und Soziales. Bildung ist eine Priorität der Regierungspolitik, denn Anerkennung bedeutet auch, im Unterrichtswesen nicht zu sparen, sondern zu investieren. Das ist kein Widerspruch zu unserer Maxime des sozialverträglichen Sparens mit einem großen Ziel, ein ausgeglichener Haushalt. Kolleginnen und Kolleginnen, wie sieht sie Ihrer Meinung nah aus, die Schule der Zukunft? Wie sollte sie aussehen, damit sie den zukünftigen Ansprüchen gerecht werden? Viele ähnliche Fragen wurden im Rahmen der Gesamtvision gestellt und 3480 Teilnehmer haben sie beantwortet. Auf das Verfahren wird meine Kollegin Lisa Scholzen gleich kurz eingehen. Ich selbst werde mich im Laufe meiner Rede auf einige Resultate basieren und einige Projekte und Reformvorhaben aus der Bildungspolitik vorstellen. 69 Prozent denken, dass die Schule gut genug auf Ausbildung und Studium vorbereitet. Jedoch stimmen nur 41 Prozent zu, dass die Schule eine gute Vorbereitung auf einen Beruf bietet. Schule als Lernort, als Ort, der auf das Leben vorbereitet, im Rahmen der Gesamtvision bestätigen dies tatsächlich nur 33 Prozent der Befragten. 55 Prozent sehen das Ganze kritisch. Ganz ehrlich, das stimmt mich nachdenklich. Nachdenklich stimmen mich auch die letzte Woche veröffentlichten PISA-Ergebnisse. Jetzt heißt es Ursachenforschung betreiben, das sehe ich genauso wie der BAF-Chefredakteur in seinem Kommentar. Voreidige Schlüsse ziehen oder sogar Schuldzuweisungen machen, bringen uns nicht weiter. Über allem steht die Frage, was sollen unsere Schüler lernen und damit wären wir bei den Rahmenplänen. Die Prodegiefraktion begrüßt, dass die Regierung die Überarbeitung der Rahmenpläne in ihr laufendes Arbeitsprogramm aufgenommen hat. Damit wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass eine Mehrheit der Befragten zur Gesamtvision die Rahmenpläne als zu umfangreich und zu wenig konkret betrachtet. Beginnen möchte man mit der Überarbeitung der Entwicklungsziele für den Kindergarten und der Rahmenpläne für die Primarschule. Ziel ist es, sie zu verschlanken und den roten Faden stärker herauszuarbeiten. Auch sollen die Übergänge zwischen den Stufen fließender gestaltet werden. Übrigens hat man sich bei der Erstellung der Rahmenpläne für eine partizipative Vorgehensweise entschieden. Auch für die Evaluierung wäre dies wünschenswert, Herr Minister. Doch zurück zur Schule von Morgen und zur zentralen Rolle des Lehrers. Dabei sollten wir das derzeitige Personal sowie künftige Lehrer in den Fokus rücken. Übrigens nur ein Drittel der Befragten der Gesamtvision findet, dass die derzeitige Ausbildung ausreichend auf den Lehrerberuf vorbereitet. Wobei zu bemerken ist, dass 24 Prozent dies nicht finden und 43 Prozent dazu keine Antwort gegeben haben. Trotzdem spricht das dafür, dass die Reform der Lehrer Erstausbildung vorangetrieben wird. Nicht nur ich sehe es so, dass bei der Zulassung angehender Lehramtsstudenten zum Studium auch die Eignung für den Lehrerberuf berücksichtigt werden soll. 76 Prozent stimmen dem im Rahmen der Gesamtvision zu. In fast jeder meiner Haushaltsreden der letzten Jahre bin ich auf die Erstausbildung der angehenden Primarschullehrerinnen eingegangen. Fast schon zugegeben gebetsmühlenartig hat die ProDG-Fraktion darauf hingewiesen, dass das alte Aufnahmeverfahren zu kurz gegriffen hat. Plädiert haben wir immer wieder für eine Art Assessment, also die Prüfung, ob die AHS-Anwärter auch personelle, soziale und emotionale für den Beruf des Primarschullehrers genügende Grundvoraussetzungen mitbringen. Denn über sich selbst, über sein Tun nachdenken können, meine Damen und Herren, das wird nicht mit einem Diplom vergeben. Die hohen Ansprüche müssen in der Erstausbildung, aber auch in den Kursen zum Erwerb des pädagogischen Befähigungsnachweises CAP, ihre Fortsetzung finden und von den Dozenten vermittelt werden. Außerdem sind wir davon überzeugt, dass die Anzahl Studienabbrecher und die spätere Aussteigerquote über solch eine Maßnahme eingegrenzt werden kann. Kolleginnen und Kollegen, es freut uns sehr, dass sich in den letzten beiden angesprochenen Punkten etwas tut bzw. getan hat. Es gibt erstens, es gibt ein neues Aufnahmeverfahren für Primarschullehrer und Kindergärtnerinnen an der Autonomen Hochschule in der DG. Zweitens, auch die Kurse zum Erwerb des pädagogischen Befähigungsnachweises, genannt CAP, stehen auf dem Prüfstand. Und drittens, ganz wichtig, zudem wurde die Begrenzung der Anzahl Studienplätze aufgehoben. Nun, wie sieht das neue Aufnahmeverfahren an der AHS denn nun aus? Vor der Einschreibung führen die Studienanwärter einen Online-Selbsterkundungstest durch. Dieser soll zur Selbstreflexion anregen. Die interessierten Studenten sollen auf diese Art und Weise über sich selbst klären, ob das Studium und der Beruf tatsächlich zu ihnen passt. Danach steht die Prüfung der kognitiven und sprachlichen Grundfertigkeiten an. Es handelt sich dabei aber nicht um einen puren Wissenstest, sondern es werden grundlegende Kompetenzen geprüft. Der zweite Teil der Prüfung besteht aus einer Textproduktion. Dabei geht es darum, ausgehend von einem pädagogischen Artikel die sprachlichen Kompetenzen und die Argumentationsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Das Aufnahmeverfahren geht einher mit einer Entwicklung der Erstausbildung im ersten Jahr. Dort gibt es nun vermehrt Praxisphasen mit einer diesbezüglichen Selbsteinschätzung der Studenten. Daneben gibt der Ausbildungsbegleiter seine Rückmeldung und es wird einen Mentor geben, der die Studenten im ersten Studienjahr begleitet und seine Einschätzung abgibt. Zudem sind die 13 Studienanwärter für das Lehramt Kindergarten und die 30 Studienanwärter für das Lehramt Primarschule, die die Prüfung 2019 bestanden haben, zu einem persönlichen Gespräch eingeladen worden. Bemerkenswert finde ich noch, dass 85% der Befragten der Gesamtvision finden, dass Berufs- und Quereinsteiger über einen gewissen Zeitraum von erfahrenen Kollegen begleitet werden sollen. Diesen Ansatz gibt es bereits, ist aber bestimmt nahausbaufähig. Zudem möchten wir die AHS anhalten, weiterhin für die Lehrerausbildung zu werben. Sehr gut finden wir die Angebote, die man den Schulen unterbreitet hat. Neben zwei Studien Informationstagen für Abiturienten hat man alle Sekundarschulen mit der Bitte angeschrieben, alle Studiengänge der AHS den Abiturienten vorzustellen. Dazu hat man den Schulen verschiedene Angebote gemacht, eine Präsentation beispielsweise in Form von Workshops, Beratungen oder einer allgemeinen Vorstellung. Wie sieht es in der Schule von morgen in Sachen Schulleiter aus? 2020 startet eine Neuauflage der überarbeiteten Ausbildung für pädagogische Führungskräfte. Auf Grundlage des Feedbacks der Teilnehmer und der Referenten sind zwei neue Schwerpunkte herausgearbeitet worden. Zum einen die Stärkung der personellen und sozialen Kompetenzen und zum anderen den Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht. Zudem wurde die Schulleiterausbildung auf pädagogische Führungskräfte in der schulischen und mittelständischen Ausbildung ausgedehnt. Auch wird ein Coaching angeboten, damit die im Amt befindlichen Führungskräfte eine engere Begleitung erhalten können. Letzteres kann ich persönlich nur begrüßen. Als Führungskraft steht man mit vielen Entscheidungen alleine da. Zudem braucht man einen Austausch, sei es mit Kollegen in ähnlichen Situationen oder einem neutralen Begleitung. Dieser kann einem helfen, das eigene Tun, die eigene Sichtweise zu reflektieren. Übrigens haben im Rahmen der Gesamtvision 85 der Befragten angegeben, dass angehende Schulleiter auf Eignung geprüft werden sollten. Vielleicht ein Ansatz, der noch verstärkt verfolgt werden könnte. Kolleginnen und Kollegen, mit 35 Prozent Ausgaben ist Bildung also eine, wenn nicht die Priorität der Politik dieser Regierung und das ist gut so. Richtig und Gewollt eine Investition in die soziale, kulturelle und berufliche Zukunft der Bürger, in die Zukunft der deutschsprachigen Gemeinschaft. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat Frau Scholzen. Sehr geehrter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen des Parlaments und der Regierung. Aus Belgien wird für seine hohe Lebensqualität geschätzt und gerade hier spielt das Bildungswesen eine entscheidende Rolle. Wir sind weiterhin weltweiter Spitzenreiter, wenn es um die Chancengleichheit geht. Nirgendwo auf der Welt hat der soziale Hintergrund eines Schülers einen solch geringen Einfluss auf seine Erfolgschancen wie in Ostbelgien. Darauf können wir stolz sein. Dies ist zurückzuführen auf die Prioritäten, die seit Jahren in der Haushaltsführung gesetzt werden und auf das gewaltige Netz an Begleit- und Betreuungsstrukturen. Hier kommt mir natürlich direkt Kaleido in den Sinn. Das Zentrum für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen bietet ein immenses Spektrum an Dienstleistungen an, die Kinder und Jugendliche von 0 bis 12 und darüber hinaus während der Schulzeit und sogar Ausbildung begleitet. Dies fängt bei der Schwangerschaftsberatung an und geht über die frühkindliche Entwicklung, über Beratung in Schulentwicklung bis hin zur beruflichen Orientierung. Es ist gar nicht möglich, im Rahmen dieser Debatte alle Projekte aufzulisten. Aus diesem Grund möchte ich auf drei zukünftige Entwicklungen eingehen, die seitens des Zentrums angestrebt werden und in unseren Augen Unterstützung verdienen. Zum einen im Bereich der frühkindlichen Entwicklung. Für Kaleido ist es wichtig, frühzeitig mit den Familien in Kontakt zu kommen, um die dann in Gesundheits- und Erziehungsfragen begleiten und beraten zu können und den Gesundheitszustand des Kindes dokumentieren zu können. Dass es immer schwieriger wird, haben sie uns eindrücklich geschildert im Ausschuss und somit möchten sie rechtzeitig diesen Kontakt mit den Familien aufnehmen und wünschen sich ein System, wie das in Flammern praktiziert wird, und zwar an Schwangere heranzukommen über den Antrag auf das Kindergeld. In dem Fall ist das dann der Dienst Kind in Gesinn und dieses das sollte in der deutschsprachigen Gemeinschaft auch unbedingt angestrebt werden. Zweitens um gewissen Zielgruppen noch besser erreichen zu können strebt Kaleido die Verstärkung des Peer-to-Peer Ansatzes an. Dies bedeutet Jugendliche mit anderen Jugendlichen arbeiten zu lassen. Bei dem Projekt Jugend gegen Aids werden junge Menschen ausgebildet um dann Workshops zur sexuellen Gesundheitserziehung zu geben. Drittens ein besonders tolles Projekt die Eltern Kind Bildung Es ist ein Pilotprojekt im Rahmen des regionalen Entwicklungskonzeptes und ein Resultat des Forums der niederschwelligen Familien und Erziehungsberatung im Jahr 2017. Allgemeines Ziel ist die Eltern bei ihrer Erziehungsarbeit zu unterstützen und in ihrer Eltern Kompetenz zu stärken. Gerade in den ersten Lebensjahren des Kindes wird der Grundstein für ein glückliches und erfülltes Leben gelegt. Eltern die Entwicklung des eigenen Kindes zu verstehen und geben Tipps für den Alltag. Um möglichst alle Gesellschaftsschichten zu erreichen, wird der Besuch in Form von Gutscheinen belohnt, die in regionalen Geschäften, Sport- und Kulturvereinigungen eingelöst werden können. Dadurch wird nicht nur die Regionalwirtschaft gestärkt, sondern auch der Versuch unternommen, den Weg in die hiesige Vereinswelt zu ebnen und somit Familien in beispielsweise prekären Situationen den Kontakt zur Gesellschaft zu vereinfachen. Um gerade diese Familie noch besser zu erreichen, könnte eine Zusammenarbeit mit Organisationen im Sozialbereich angestrebt werden, so zum Beispiel soziale Treffpunkte, Infointegration oder den ÖSHAZ. Das Projekt soll im nächsten Jahr weiter ausgebaut werden und hierfür werden im Haushalt 2020 50.000 Euro vorgesehen. Kaleido strebt einen ganzheitlichen Ansatz an und das bedeutet, die Bedürfnisse des Kindes nach Liebe und Geborgenheit, materieller Sicherheit, Gesundheit, Lernen, Teilhabe und nach einem positiven Kultur- und Identitätsverständnis zu erfüllen. Durch auf Ostbelgien zugeschittene Projekte in diesen sechs Bereichen möchte Kaleido Ostbelgien das ganzheitliche Wohlbefinden des Kindes erreichen. Machen wir nochmal einen Schritt zurück in die frühkindliche Entwicklung. Viele junge Familien schätzen den Lebensstandard in Ostbelgien und für die meisten bedeutet dies einhergehend eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Darum muss das von der Regierung angestrebte Ziel, jedem Kind, das einen Betreuungsplatz benötigt, einen solchen anzubieten und bis 2025 den Bedarf zu 100% abzudecken, erreicht werden. Wichtig wichtig ist allerdings auch, dass Kinderbetreuung einkommensgestaffelt und bezahlbar bleibt. Ostbelgien steht für eine familienergänzende und familienunterstützende qualitätsvolle Begleitung und Förderung von Kindern in Kindergärten, Horten, Krippen, außerschulischen Betreuungsangeboten und natürlich durch die Tagesmitte. Jede Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtung hat dem Wohl des Kindes zu dienen. In diesem Sinne gehört es auch zu den Aufgaben der Kinderbetreuung, die Erziehung, Entwicklung, Bildung und Integration der Kinder ihrem Alter gemäß zu fördern. Angeschiebtes Ziel ist es also, für jedes Kind, welches einen Platz benötigt, einen Platz zu schaffen. Dieses Ziel ist allerdings nur dann zu erreichen, wenn wir zum einen die Anzahl der aktiven Tagesmütter erhöhen und zum anderen Mini-Kinder, Krippen und Kinderhorte fördern. Letzteres wird nötig sein, um auch dezentrale Kinderbetreuung zu organisieren. Eine Umfrage zufolge wünschte sich ein Großteil der betroffenen Familien eine Erweiterung der Betreuungszeiten, dies scheiterte bisher allerdings leider am Fachkräftemangel. In diesem Zusammenhang begrüße ich die schon in der vergangenen Legislaturperiode beschlossene 15% Gehaltserhöhung der Kinderbetreuer. 9% Erhöhung bei Gehalt der Tagesmütter sowie die zusätzlichen kreierten Kinderkrippenplätze waren eine weitere positive Maßnahme der letzten Jahre. Für das RZKB und seine Partner, die neuen Gemeinden unserer Gemeinschaft, ist dies eine große Herausforderung. Vor allem die Finanzierung darf und muss genauestens geprüft und so gestaltet werden, dass sie für alle Seiten akzeptabel und vor allen Dingen tragbar bleibt. Um die Finanzierung abzusichern, sollte für möglich effiziente Strukturen im RZKB gesorgt werden. Dabei müssen die deutschsprachige Gemeinschaft und die Gemeinden Verantwortung übernehmen. Simultan sollte eine Reform der Tabelle der Eigenbeteiligung, die seit Jahren nicht mehr überarbeitet wurde, angestrebt werden. Anregung an die Regierung ist es, in einem konstruktiven Dialog zwischen RZKB und Gemeinden initiativ zu werden. Gleiches gilt übrigens auch für die außerschulische Betreuung. Genauso wichtig wie die Investitionen in Kinderbetreuungsplätze sind die Investitionen im gesamten Bildungshaushalt. Allein im Bereich Bildung fließen fast 35 Prozent der Einnahmen der DG. Die Personalkosten im Unterrichtswesen belaufen sich auch in diesem Jahr wieder auf mehr als 100 Millionen Euro. Ob schon die Anzahl Schülern in den letzten zehn Jahren gesunken ist, wurde das in die Bildung investierte Budget weiter erhöht. Die Einführung der ERS-Klassen, Einsatz von Förderpädagogen in den Grundschulen, der Hüttebedarf an Stundenkapital in der differenzierten Stufe oder auch die Aufwertung des Lehrerberufs sind nur einige Beispiele, die ich hier nennen möchte. Ich möchte noch mal darauf aufmerksam machen, dass die Bildungspolitik zu den absoluten Prioritäten dieser Mehrheit gehört und das aus gutem Grund. Werte Kolleginnen und Kollegen, das Bildungswesen ist breit gefächert und vielseitig. Die große Herausforderung ist die, für alle Kinder und Jugendliche die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen, damit sie zu selbstbestimmten, mündigen Erwachsenen werden, die ihre Potenziale frei entfalten können. Um eine Übersicht, Bewertung und Verbesserung des aktuellen Systems vorzunehmen, ist nun die Idee entstanden, eine Gesamtvision für das Unterrichtswesen zu entwickeln. Um einen breit angelegten Dialog zu garantieren, mit unter anderem Schülern, Lehrern, Eltern, Bildungsakteuren, dem Sozialbereich, den Sozialpartnern und allen anderen Interessierten, wurde die Online-Umfrage organisiert, gefolgt von Diskussionsforen mit Akteuren aus Schule, Wirtschaft, außerschulischer Betreuung, Kultur und Jugendausbildung. Wir schauen bereits gespannt auf die nächste Vorstellung im Ausschuss, um die ersten Schlussfolgerungen ziehen zu können. Auch wenn bei der letzten Diskussion dazu im Ausschuss erst einmal das reine Statistikmaterial präsentiert wurde, möchte ich eine Beobachtung aufgreifen und die betrifft die mittelständische Ausbildung. Laut Umfrage herrscht allgemeine Einigkeit darüber, dass die mittelständische Ausbildung ein gutes Ansehen in Ost-Belgien genießt. Allerdings wird auch klar, dass ihre Möglichkeiten bei Schülern und Eltern nicht ausreichend bekannt sind. Und diese Erkenntnis ist nicht neu. Es werden bereits jetzt eine Vielzahl an Veranstaltungen organisiert, seitens der ZAWM und des IAWM, um die Ausbildung bekannter zu machen und um eine frühzeitige Berufswahlorientierung anzubieten. Handwerk hat goldenen Boden. Diese Redewendung entspringt aus früherer Zeit, entspricht heute aber mehr denn je der Wahrheit. 95 Prozent der Absolventen finden innerhalb von sechs Wochen einen Job und werden in den meisten Fällen sogar übernommen. Dennoch ist ein Rückgang der Lehrlingszahlen zu beobachten. Außerdem sehen sich die berufsbildenden Sekundarschulen und die ZAWM zunehmend einem Publikum mit multiplen Herausforderungen in Bezug auf das Lernen und Sozialverhalten konfrontiert. Um eine intensive Betreuung dieser Schüler zu ermöglichen, ist es unumgänglich enger zusammenzuarbeiten und Synergien zu schaffen und um so die bestmögliche Förderung jedes Einzelnen zu ermöglichen. In Zeiten des Fachkräftemangels können wir es uns nicht erlauben, auch nur einen auf der Strecke zu lassen. Und aus diesem Grund befürworten wir die angekündigten Bemühungen, Formen der systematischen und strukturierten Zusammenarbeit in der dualen mittelständischen Ausbildung und der technisch-beruflichen Ausbildung zu finden. Werte Kolleginnen und Kollegen, leider ist der Bildungshaushalt viel zu umfangreich und im Rahmen meiner Intervention auf alle Projekte einzugehen. Wichtig erscheint mir vor allem eins, Bildung ist Zukunft. Und der uns hier vorliegende Haushalt mit seinen Prioritäten spiegelt genau das wider. Jedes Kind hat die gleichen Chancen verdient und hat ein Recht auf Bildung. Sorgen wir dafür, dass aus Belgien in dem Bereich der weltweit beste Ort zum Aufwachsen bleibt. Mir bleibt nur noch zu sagen, dass die ProDG-Fraktion dem Haushalt zustimmen wird. Vielen Dank. Das Wort hat nun Herr Mertes. Werte Damen und Herren, bevor ich zum eigentlichen Thema dieser Diskussionsrunde, nämlich den Bereichen Unterricht und Ausbildung sowie Kinderbetreuung komme, möchte ich ein paar allgemeine Anmerkungen machen und damit auf zwei Aussagen von Herrn Pasch bei der Vorstellung des Haushalts reagieren. Zum einen lobte der Ministerpräsident die Bemühungen der Regierung in Sachen Transparenz. Man habe als einzige Gemeinschaft Belgiens im Mai 2019, also kurz vor den Wahlen, die Einnahmen nach unten korrigiert. Ich finde diese Aussage insofern interessant, dass sie viel weniger über die Transparenz dieser Regierung als über das politische Selbstverständnis sowohl im Inland als auch in der DG aussagt. Nämlich, dass Transparenz in der Politik eben keine Selbstverständlichkeit ist. Transparenz sollte aber eine Selbstverständlichkeit sein. Wäre sie es, würde der Ministerpräsident dies erst gar nicht erwähnen. Zum anderen brüstet sich der Ministerpräsident mit Erhöhungen von Ausgaben in vielen Bereichen. Das Erhöhen von Ausgaben ist aber keine Leistung an sich. Die Herausforderung und der Anspruch einer Regierung sollten sein, mit so wenig wie möglich Steuergeldern die notwendigen und sinnvollen Dienstleistungen zu erbringen. Dass dies in der DG oft nicht gelingt und womöglich oft gar nicht angestrebt wird, werde ich im Folgenden aufzeigen. Beginnen möchte ich hierzu mit dem Unterrichtswesen. Die Mittel wurden in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht und das bei sinkenden Schülerzahlen. Nun sind ein Teil der Erhöhungen einfach nur die Konsequenz von Indexanpassungen bei den Gehältern und da die Lohnmasse einen sehr großen Ausgabenposten darstellt, steigen die Ausgaben in diesem Bereich beinahe jedes Jahr. Ein anderer Grund für den Anstieg sind die zusätzlichen Stellen, die im Unterrichtswesen geschaffen wurden, wie zum Beispiel die Förderpädagogen, die Kindergartenassistenten und das Verwaltungspersonal, um nur einige zu nennen. Dabei begrüßen wir viele Maßnahmen, gerade was zusätzliches Personal betrifft, da in den Schulen Not am Mann ist. So helfen diese Maßnahmen, die gestiegenen Herausforderungen und Anforderungen zu bewältigen. Trotzdem möchte ich heute wiederholen, was ich schon unzählige Male hier gesagt habe. Wir sollten auch nach den Ursachen dieser Entwicklung und dem gestiegenen Personalbedarf in den Schulen fragen. Nur immer mehr Personal ins System geben, wird auf Dauer nicht funktionieren. Zum einen, da wir schon heute einen Personalmangel im Unterrichtswesen haben und zum anderen, weil die Kosten kontinuierlich steigen. Einige Ursachen sind bekannt. Die zunehmende Heterionität der Schüler beispielsweise. Oder einfach ausgedrückt, eine Klasse ist keine einheitliche Gruppe, sondern die Schüler müssen an ganz unterschiedlichen Punkten in Sachen Wissen, Intelligenz und Motivation abgeholt werden. Damit Unterricht trotzdem gelingen kann, sind mehrere Voraussetzungen nötig. Eine davon ist die Stärkung der Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen. In diesem Prozess spielt die Erziehung eine wesentliche Rolle. Wir alle wissen, dass Erziehung es in der heutigen Welt schwer hat. Viele Eltern können oder wollen, aus welchem Grund auch immer, nicht mehr erziehen. Es wird häufig eine partnerschaftliche Beziehung zum Kind gesucht, was aber zu Beziehungsstörungen führen kann, welche sich dann im Verhalten des Kindes niederschlagen, um ein Beispiel zu nennen. Ich möchte den Rahmen dieser Haushaltsdebatte nicht sprengen und dies also nicht weiter vertiefen. Ich habe dies Jahr in der Vergangenheit schon auf unterschiedliche Art und Weise hier dargelegt. Ich möchte einfach damit aufzeigen, dass die gesellschaftliche Entwicklung, welche oft als Ursache für die Veränderungen in der Schule genannt werden, kein Naturphänomen ist, sondern aus dem Verhalten aller Akteure der Gesellschaft resultiert. Wir können zum Glück die Entwicklung einer Gesellschaft nicht aufhalten, aber wir können sehr wohl die Richtung dieser Entwicklung mit beeinflussen, wenn wir es wollen. Hier trägt die Politik eine große Verantwortung, denn die gesellschaftliche Entwicklung ist, wie gesagt, kein Zufallsprodukt. Nein, sie wird von verschiedenen Interessengruppen massiv beeinflusst. Ein Beispiel sind die Technologiekonzerne, welche mit ihren Produkten und dem Marketing Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen beeinflussen. Wenn wir diese Entwicklung einfach laufen lassen, sind wir für das Resultat mitverantwortlich. Die Politik kann aufklären, sensibilisieren und Alternativen aufzeigen. In der Lehrerausbildung, im Projekt Eltern-Kind-Bildung, aber ganz allgemein auch in der Öffentlichkeit durch Vorträge und Publikationen. Wir müssen auch nicht jedem Trend hinterherlaufen. Wenn wir aber lediglich die Symptome dieser Entwicklung in den Schulen durch mehr Personal auffangen, werden uns die Probleme als solche irgendwann überrollen, denn es wird schlicht und einfach nicht bezahlbar sein. Ich finde es besorgniserregend, wenn Vertreter des Teilzeitunterrichts und des Timeouts uns hier im Hause sagen, dass das Profil der Schüler, welche heute zu Ihnen kommen, in rund fünf Jahren das Profil der Mehrheit der Schüler in den Regelschulen sein wird. Dabei ist mir sehr wohl bewusst, dass viele Eltern und auch Lehrer sich ihrer erzieherischen Verantwortung bewusst sind und hier gute Arbeit leisten. Was wir aber auch erkennen und wovor ich warnen möchte, ist eine Tendenz, ein gesellschaftlicher Trend zur Reduzierung der Bedeutung der Erziehung. Sie ist aber nun mal von zentraler Bedeutung. Ein weiterer Aspekt dieser gesellschaftlichen Entwicklung ist die Digitalisierung. Auch sie ist nicht aufzuhalten. Warum auch? Bietet uns die digitale Welt doch viele positive Möglichkeiten. Doch die Medaille hat auch eine Rückseite. Die Gefahren sind nicht klein zu reden. Gerade aber nicht nur junge Menschen sind davon betroffen. Insofern möchte ich einige Kollegen aus diesem Hause, welche eine verstärkte Digitalisierung schon ab der Primarschule fordern, widersprechen. Die Arbeit an Computer und digitalen Endgeräten ganz allgemein sollte in der Primarschule auf ein Minimum reduziert werden. Für mich persönlich bräuchte es diese Medien in einer Grundschule nicht zu geben. Viele Kinder verbringen schon in ihrer Freizeit sehr viel Zeit am Bildschirm. Dies hat nicht nur gesundheitliche Auswirkungen, wie zum Beispiel auf die Augen. Experten warnen übrigens, dass im Jahre 2050 jedes zweite Kind unter Kurzsichtigkeit leiden könnte, da die Kinder immer weniger draußen spielen und immer mehr Zeit vor einem Bildschirm verbringen. Nein, auch die Wahrnehmung verändert sich. So schilderte mir eine Kindergärtnerin aus der DG, dass sie Kinder, welche zu Hause viel vor einem Bildschirm säßen, sehr schnell erkennen würde. Diese hätten einen sogenannten Tunnelblick und würden nicht wahrnehmen, was rechts und links von ihnen passiert. Wir sind der Meinung, dass die Kinder in der Grundschule nicht auch noch vor dem Bildschirm sitzen sollten. Dies würde nebenbei zu Kosteneinsparungen führen, denn diese Geräte kosten nicht wenig Geld und müssen unterhalten und regelmäßig ersetzt werden. Hierzu kommt, dass an den meisten Schulen WLAN-Netze eingerichtet werden, von welchen gesundheitliche Gefahren ausgehen können. Ja, dies wird oft heruntergespielt und als nicht bewiesen dargestellt. Ich möchte aber an einigen Beispielen aufzeigen, dass dies nicht von der Hand zu weisen ist. Zumindest sehen das einige Länder anders. In Italien hat beispielsweise ein Gericht eine sofortige Abschaltung eines WLAN-Netzes einer Schule veranlasst, da die Eltern eines Kindes mit Elektro-Hypersensibilität in diese Richtung geklagt hatte. Die österreichische Ärztekammer forderte schon in 2017 die Abschaffung von WLAN an allen Schulen und Kindertagesstätten. Wohl nicht ohne Grund. Und in Frankreich beschloss man die Abschaltung von WLAN an Kitas. In der Sekundarschule sollten die Jugendlichen vor allem lernen, mit den sozialen Medien umzugehen. Welche Gefahren lauern dort und wie gehe ich mit meinen persönlichen Daten um? Daneben sollte auch der Umgang mit den gängigen Büroanwendungen vermittelt werden, wobei nebenbei bemerkt, die Unterrichte dann nicht zu Werbeveranstaltungen von großen namhaften Anbietern notieren sollten. Es gibt auch andere Alternativen, sogar kostenlose, welche auch präsentiert werden sollten. Nur Programmierung sollten nur die lernen, welche sich für Informatik interessieren und in diese Richtung weiterlernen möchten. Ein weiterer Bereich, in dem in unseren Augen Einsparungen möglich sind, ist das Dienstrecht. Dass hier eine Reform von Nöten ist, hat auch die Regierung mittlerweile erkannt. Nur wird es wohl eher eine Reform werden, denn grundlegend will sie das Dienstrecht nicht reformieren. Ich habe schon oft an dieser Stelle gesagt, dass das Beamtenwesen im Unterricht Unterrichtswesen nicht mehr zeitgemäß ist. Der Unterrichtsminister hat bisher nie auf diese Aussage öffentlich reagiert. Vielleicht hat er heute mehr Mut, die Stadt zu positionieren, beziehungsweise am Donnerstag, denn die Online-Umfrage im Rahmen der Gesamtvision im Unterrichtswesen zeigte, dass eine deutliche Mehrheit der Befragten dies unterstützt. Auf die Frage, die Verbeamtung des Personals im Unterrichtswesen ist nicht mehr zeitgemäß, stimmten 18% mit Stimme eher zu und 31% mit Stimme voll und ganz zu, während nur 12% Stimme eher nicht zu und 11% Stimme überhaupt nicht zu ankreuzten. Also, rund die Hälfte, gerade 49% halten das Beamtenstatut für nicht mehr zeitgemäß, während 23%, also knapp ein Viertel, dies noch tun. Der Vollständigkeit halber auch 27% gaben keine Antwort. Zumindest wurde diese Frage ja schon mal in den Fragebogen aufgenommen. Immerhin ein erster Schritt. Wir gehen aber noch weiter und sind ein Befürworter von mehr Verantwortung der Schulträger und Schulleiter beim Einstellen und Besolden des Personals. Sowohl ein Dienstrecht, welches auf eine Bezahlung nach Amt, welches ein Personalmitglied innehat, basiert, als auch das aktuell in der DG angewendete, nämlich eine Besoldung nach Diplom, funktionieren nicht optimal. Beide führen immer wieder zu Frust unter den Mitarbeitern im Unterrichtswesen, da motivierte, engagierte Lehrer nicht mehr verdienen können als Lehrer, die nur Dienst nach Vorschrift machen. Auch bedeutet ein höheres Diplom nicht automatisch einen besseren Unterricht. Herr Mollers, Sie haben mir kürzlich im Ausschuss auf meine Frage zu den verschiedenen Formen des Dienstrechts kurz das System aus den Niederlanden erläutert. Ich habe mich natürlich ein wenig schlau gemacht. Wie die Finanzierung der Schulen dort gestaltet ist. Grob umschrieben kann man sagen, dass die Schulen bzw. Schulträger drei verschiedene Zuschüsse erhalten. Einen für den Unterhalt, der Infrastruktur, einen für die Funktionskosten und einen für die Personalkosten. Neu- oder Umbauten werden in der Regel von den Gemeinden finanziert. Hier vorhanden also Schulleiter bzw. Schulträger eigenständig die Löhne mit den Personalmitgliedern. Hier ist also auch eine Bezahlung möglich, welche die oben erwähnten Aspekte wie Einsatz und Motivation berücksichtigt. Sicherlich ist auch dieses System nicht perfekt. Und auch hier wird es Personalmitglieder geben, welche unzufrieden sind. Doch immerhin haben sie die Möglichkeit, die Schule zu wechseln und womöglich anderswo gerechter bezahlt zu werden. Ich kenne das System in den Niederlanden zu wenig, um behaupten zu können, dass das die Lösung für die DG sei. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es sich lohnt, es mal ganz genau anzuschauen und sich dort inspirieren zu lassen. Ich gebe Ihnen recht, dass ein Dienstrecht in der DG, welches in eine ähnliche Richtung gehen würde, nicht von heute auf morgen eingeführt werden kann. Doch ich frage mich, ob wir langfristig eine andere Wahl haben. Die Verwaltung des aktuellen Dienstrechts ist sehr aufwendig und kostspielig. Das Ziel, mit einer Bezahlung nach Diplom ein möglichst gerechtes System anzubieten, funktioniert offensichtlich nicht. Warum also nicht mehr wagen? Apropos etwas zu wagen. Auch in der mittelständischen Ausbildung tun Veränderungen Not. Dem Fachkräftemangel im Handwerk kann nur durch eine Aufwertung der mittelständischen Ausbildung gelingen. Dazu möchte ich auf drei Aspekte eingehen. Das Image, die Ausbildung und die Entlohnung. Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das Image der mittelständischen Ausbildung aufgewertet werden sollte. Aber wie? Das IABM macht jedes Jahr Werbung für bestimmte Berufsbilder und dies meist mit Erfolg. Die Einschreibungen für eine Lehre in diesem Bereich steigen dann kurzfristig. Doch machen dadurch mehr Jugendliche eine Lehre? Oder wählen Sie nur dieses Berufsbild eher als ein anderes? Schwierig zu sagen. Ein weiterer Ansatz könnte sein, die Selbstständigkeit als solche zu bewerben. Warum nicht Selbstständige, welche erfolgreich ihren Weg vom Lehrjungen über den Gesellen hin zum Meister geschafft haben, als Vorbilder in die Öffentlichkeit oder in das Licht der Öffentlichkeit rückern? Oft wird hier im Hause gesagt, Spitzensportler seien Vorbilder für unsere Kinder und Jugendliche. Sie wissen, dass wir das anders sehen. Sicher sind Leistungssportler ehrgeizig, zielstrebig und besitzen Ausdauer. Doch oft gehen sie über ihre Grenzen hinaus und mit Gesundheit haben ihre Aktivitäten nichts mehr zu tun. Der Mehrwert der Gesellschaft besteht bestenfalls im Unterhaltungswert von Sport-Events. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Jeder, der Sport auf Spitzenniveau machen möchte, sollte dies freitun können. Die finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Hand lehnen wir kategorisch ab. Dieses Geld wäre besser in eine Aufwertung des Image der mittelständischen Ausbildung investiert. Dieser Berufsweg bietet sowohl für den Absolventen als auch für die Gesellschaft insgesamt einen Mehrwert. Bei den handwerklichen Berufen sollte in Sachen Ausbildung der Fokus auf die Lehre gelegt werden. Viele Handwerksbetriebe wünschen sich Lehrjungen bzw. Lehrmädchen, welche nicht älter als 16 Jahre sind, sie seien lernfähiger. Mit 18 Jahren, das Durchschnittsalter beim Einstieg in die Lehre liegt aktuell bei rund 18,5 Jahren, sei dies oft viel schwieriger. Hier sollten die Jugendlichen und Eltern ganz bewusst sensibilisiert werden, dass die Lehre keine Sackgaste ist, nach dem Motto, einmal Schreiner, immer Schreiner. Nein, auch die mittelständische Ausbildung bietet vielseitige Möglichkeiten im Berufsleben und ein Meister ist genauso wenig auf einen Beruf festgenagelt für ein Student mit einem Bachelor- oder Masterstudium. Ich denke, da sitzen in den Köpfen vieler noch einige Missverständnisse. Eine weitere Möglichkeit, die Lehre aufzuwerten, ist die Erhöhung der Lehrlingsgehälter. Diese sollten zumindest die Kosten der Lehrlinge für ihre Mobilität, also das Bestreiten des Hin- und Rückweg-Zucht bzw. von der Lehrstelle abdecken. Noch ein Wort zum Institut Wirtschaft für Ostbelgien, kurz WIFO genannt. Es freut uns, dass hier Gelder eingespart werden können, da dieses Projekt nun über einen bestehenden Mitarbeiter des Ministeriums betreut und keine Person speziell für dieses Projekt eingestellt wird. Immerhin waren bisher Kosten in Höhe von rund 100.000 Euro jährlich dafür vorgesehen. Zum Abschluss meiner Rede möchte ich noch auf die Kinderbetreuung eingehen. Die Regierung hat ihren Schwerpunkt ganz klar auf die externe Kinderbetreuung in Kinderkrippen, bei Tagesmüttern und in der außerschulischen Betreuung gesetzt. Der Masterplan zur Kinderbetreuung weist keine konkreten Maßnahmen zur Unterstützung von Eltern auf, welche ihre Kinder selber zu Hause betreuen wollen. Wir hatten im vergangenen Jahr mit unserem diesbezüglichen Resultionsvorschlag konkrete Ideen aufgezeigt. Hier wäre das Geld des Steuerzahlers sinnvoll angelegt. Ich möchte auch hier klarstellen, dass wir nicht gegen die externe Kinderbetreuung sind und die Eltern die Wahlmöglichkeit zur Verfügung stehen sollte. Es kann in unseren Augen aber nicht sein, dass Familien, die sich dazu entscheiden, selber die Betreuung ihrer Kinder zu gewährleisten, benachteiligt werden. Es sei denn, Kolleginnen und Kollegen, Sie gehören zu den Politikern, die doch tatsächlich glauben, dass die Einrichtungen der öffentlichen Hand besser für die Kindeserziehung geeignet seien als die Eltern. Ja, solche Meinungen gibt es in verschiedenen politischen Lagern, was wir für sehr bedenklich halten. Wie Sie sehen, setzen wir andere bzw. weitergehende Schwerpunkte in vielen Bereichen. Es dürfte also nicht überraschen, dass wir den Haushalten im Organisationsbereich 30 Unterricht und Ausbildung sowie Kinderbetreuung nicht zustimmen werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat nun Herr Servati. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder der Regierung, werte Kolleginnen und Kollegen. Mit seinen 146 Millionen Euro, die im Allgemeinen Ausgabenhaushalt 2020 vorgesehen sind, stellt der OB30 nach wie vor den Löwenanteil des DG-Haushalts dar. Bei den Beratungen zum betreffenden Haushaltsentwurf im zuständigen Ausschuss waren die ausführlichen und sehr gut dokumentierten Darlegungen verschiedener Partnereinrichtungen für die Ausschussmitglieder sehr hilfreich. Als Gäste konnten wir unter anderem die Vertreter maßgeblicher Bildungseinrichtungen der DG begrüßen, als da wären die Autonome Hochschule in der Deutschsprachengemeinschaft, das Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in den kleinen und mittelständischen Unternehmen, das Zentrum für Aus- und Weiterbildung Eupen, Aus- und Weiterbildung Sanfield ebenfalls, der Dienst mit getrennter Geschäftsführung, Service und Logistik im Gemeinschaftsunterrichtswesen, sowie das Zentrum für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen Kaleido Ost-Belgien. Auch deren Zusatzinformationen aufgrund unserer Rückfragen gaben immer wieder interessanten Aufschluss und wichtige Zusammenhänge preis. Für uns als SP-Fraktion steht nach wie vor die Chancengerechtigkeit im Vordergrund, wenn wir uns über die bestmögliche Verwendung der Mittel in den Bereichen Unterricht und Ausbildung Gedanken machen und Positionen beziehen. Für uns sind Unterricht und Ausbildung in der Tat prioritäre Instrumente, wenn es darum geht, jedem Menschen von Kindesbeinen an die bestmöglichen Entfaltungschancen für sein späteres Leben zu eröffnen. Das ist das, was wir als SP-Fraktion seit jeher und auch künftig als soziale Emanzipation im besten Sinne begreifen und wofür wir uns mit Entschlossenheit einsetzen. Damit wäre aus unserer Sicht die zentrale Herausforderung geschildert. Um diese nun zu meistern, müssen wir zunächst die Bildung und Ausbildung in der DG zukunftstüchtig machen. Umso mehr, als wir uns in einer sich immer schneller verändernden Welt befinden. Tatsächlich wird es immer schwieriger, sich in der heutigen Zeit zurechtzufinden. Das gilt wahrscheinlich für uns alle. Die Schule muss unsere Kleinsten auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten. Dafür brauchen Schüler eine breite Basis an Allgemeinwissen, gute Sprachenkenntnisse und die Fähigkeit, Informationen zu finden und einzuordnen. Das eigenständige Erlernen von Kompetenzen wird immer wichtiger. Wir möchten die Kinder dabei unterstützen, ihren Weg zu gehen. Jedes Kind in Ostbelgien soll eine faire Perspektive bekommen. Dabei darf das Geschlecht, die Herkunft, die Religion oder die finanzielle Situation der Eltern keine Rolle spielen. Auch muss der Zugang zu einer guten Ausbildung für jeden garantiert sein. Wir möchten deshalb, dass das Unterrichtsmaterial und wichtige Aktivitäten außerhalb der Schule kostenlos angeboten werden können. Aber auch unsere Schulen müssen mit der Zeit gehen. Dafür brauchen wir eine moderne Infrastruktur, gut ausgebildete Lehrkräfte und einen Unterricht am Puls der Zeit. Wir müssen denn auch unsere Lehrkräfte unterstützen, damit sie ihren Unterricht noch besser an die persönlichen Bedürfnisse der ostbelgischen Schüler anpassen können. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Schulen über ausreichend aus- und weitergebildetes Personal verfügen, um jeden Schüler bestmöglich zu begleiten. Zudem soll jeder Schüler, der eine besondere Förderung braucht, um seine Ziele zu erreichen, diese auch erhalten. Im Rahmen meiner parlamentarischen Anfrage in der jüngsten Kontrollsitzung des für Unterricht zuständigen Ausschusses zum Thema Integration und Inklusion habe ich bereits die herausragende Rolle der Förderpädagogik in der deutschsprachigen Gemeinschaft deutlich gemacht. Hier können wir seit Jahren auf die fortschrittliche Arbeit unserer Regelschulen, Förderschulen und anderer begleitender Einrichtungen bauen. Als Ergebnis dieser gebündelten Bemühungen können wir auf zahlreiche vorbildliche Verwirklichungen und Angebote verweisen. Diese genießen nach Meinung überregionaler und internationaler Experten Vorbildcharakter. Ich nutze daher diese Gelegenheit sehr gerne, um für alle in diesem Bereich tätigen Einrichtungen und Personen eine weitere Lanze zu brechen und Ihnen natürlich auch für diese wertvolle Arbeit, mitunter auch Pionierarbeit, zu danken. Es wird Sie daher auch nicht verwundern, wenn wir im Rahmen dieser Haushaltsdebatte für die gezielte Weiterentwicklung und Förderung dieser Angebote plädieren. Die bisherigen Bemühungen zur Bekämpfung des Lehrermangels, und deren hat es schon etliche gegeben, haben unterdessen gezeigt, dass es nicht ausreicht, die Einstiegsgehälter für das Unterrichtspersonal zu erhöhen, um hier entscheidend Abhilfe zu schaffen. Ein im Ausschuss vorgebrachter Wunsch lautete, mehr Lehrer auszubilden. Leicht gesagt. Drei Pünktchen. Dabei ist die Herausforderung, die nötigen Anreize zu schaffen, damit angehende Studenten sich für ein Studium im Lehramt entscheiden. Die Berufswahlvorbereitung ist dabei ebenfalls ein wichtiger Faktor. Zudem begrüßt auch die SP-Fraktion in diesem Zusammenhang die Weiterentwicklung des Aufnahmeverfahrens an der Autonomen Hochschule. Konkrete Hoffnungen setzen wir aber auch künftig in die schrittweise Umsetzung des Konzepts gutes Personal für gute Schulen, sowie in die Erarbeitung einer Gesamtvision für das ostbelgische Bildungswesen. Die diesbezüglich unternommenen ersten Schritte erachten wir als vielversprechend. Nicht zuletzt die enorme Resonanz, die es im Rahmen der Online-Umfrage gegeben hat, stimmt uns zuversichtlich, was das Ergreifen weiterer zielführender Maßnahmen betrifft. Dies insbesondere auch, weil im Rahmen der genannten Umfrage es nicht zuletzt die interessierten Personen von der jeweiligen Basis waren, die von der Gelegenheit zur Mitsprache und zur Eingabe von Verbesserungsvorschlägen Gebrauch gemacht haben. Aktuell ist, Sie werden das sicherlich bestätigen, die PISA-Studie in aller Munde. Und ich sage bewusst die Studie und beschränke mich keineswegs auf die jüngsten Ergebnisse auf Ebene der DG. Natürlich lieferte auch die jüngste Studie interessante Erkenntnisse, die es uns ermöglichen sollten, Schlussfolgerungen zu ziehen, um unsere Überlegungen und die daraus resultierenden Anpassungen in die richtige Richtung zu lenken. Der PISA-Test wird alle drei Jahre durchgeführt. Er ist der mit Abstand größte Einstufungstest weltweit. Jedoch ist er bei weitem nicht unumstritten, was auf die Komplexität zurückzuführen ist, die mit einem so groß angelegten Test verbunden ist. Wer sich mit dem Thema auseinandersetzt, weiß, wie schwierig, ja beinahe unmöglich es ist, die Studie so zu übersetzen und den kulturellen Gegebenheiten anzupassen, dass kein Land und keine Gemeinschaft benachteiligt ist. Demnach sollten die derzeit heftig kommentierten Resultate der Tests nicht überbewertet werden in unseren Augen. Die PISA-Studie sollte keine Konkurrenzsituationen schaffen, vielmehr sollte sie Anregungen und Vergleichsmöglichkeiten schaffen, die uns dazu bewegen, uns gemeinsam mit allen beteiligten Akteuren, wie es auch im Rahmen der Gesamtvision vorgesehen ist, über diesen Test auszutauschen und die Erkenntnisse in die Erarbeitung des Zukunftskonzepts für das Unterrichtswesen einfließen zu lassen. Beim Betrachten der Resultate kann man schnell erste Unterschiede feststellen, dies sowohl zeitlich beim Vergleich der Resultate der vergangenen Jahre mit den diesjährigen, als auch geografisch im nationalen wie im internationalen Vergleich. Im Bereich Naturwissenschaften liegen wir zu weit hinten. In diesem Bereich liegen wir beispielsweise hinter Deutschland und Österreich. Auch im nationalen Vergleich jedoch hat die deutschsprachige Gemeinschaft hier schlechter abgeschnitten als die beiden anderen Gemeinschaften Belgiens. Vor allem aber sind die Ergebnisse der ostbelgischen Schüler bei dieser Studie im Kompetenzbereich Leseverständnis schlechter als in der Vergangenheit und dies bereits zum zweiten Mal. Ich warne aber davor, panisch zu reagieren. Wie bereits erwähnt, ist die PISA-Studie nicht unumstritten. Welche Erkenntnisse wir noch aus der Studie gewinnen können, kann ich heute nicht sagen. Was ich aber weiß, ist, dass unsere Lehrpersonen weitestgehend ausgezeichnete Arbeit leisten und auch über gute Ausstattungen und Mittel verfügen. Nach den ersten Feststellungen jedenfalls müssen wir die gesamte Studie analysieren, um dann gegebenenfalls Schlussfolgerungen daraus zu ziehen und Verbesserungen vorzunehmen. In einem ersten Schritt müssen wir diese PISA-Studie also genauestens unter die Lupe nehmen. Alle Abgeordneten sollten Einsicht in das Verfahren erhalten, die Tests, aber auch die Art und Weise, wie diese durchgeführt und welche Schüler dafür ausgewählt werden. Sowohl in Belgien als auch in anderen Ländern, die sich daran beteiligen, müssen wir ebenfalls genauestens analysieren, um festzustellen, wie die zugegebenermaßen ernüchternden Resultate zustande gekommen sind. Dazu sollte natürlich insbesondere im zuständigen Ausschuss für Unterricht ausreichend Gelegenheit bestehen. Diese Nachbearbeitung der Studie sollte gemeinsam mit allen motivierten und kompetenten Akteuren durchgeführt werden, die in Ost-Belgien Tag für Tag in unseren Schulen tätig sind. Werte Kolleginnen und Kollegen, das Lernen hört nicht mit der Schule auf. Es dauert das ganze Leben lang. In unserer schnelllebigen und vom technologischen Wandel geprägten Zeit müssen Erwachsene sich stetig weiterbilden. Die entsprechenden Angebote müssen demnach auch in Ost-Belgien entwickelt oder ausgebaut und darüber hinaus besser zugänglich gemacht werden. Bildung ist ein Menschenrecht und zudem die beste Prävention gegen Armut und sozialen Ausschluss. Eine gute Ausbildung ist ein entscheidender Trumpf bei der Suche nach einem Arbeitsplatz. In Ost-Belgien wird deshalb zu Recht ein Großteil des Haushaltes in die Schulen und die duale Ausbildung investiert. Bildung muss auch auf der Höhe der Zeit sein, wenn es darum geht, aus Kindern und Jugendlichen mündige Bürgerinnen und Bürger zu machen, die in der Lage sind, die Herausforderungen des Lebens in der Familie, der Gesellschaft und im Berufsleben zu meistern. Dazu gehört auch zunehmend das lebensbegleitende Lernen, das das Erwachsenen ermöglicht, bei den technologischen Entwicklungen mitzuhalten. Wir müssen deshalb die Schüler, Studenten und Auszubildenden mit dem nötigen Werkzeug ausrüsten und für die ständige Weiterbildung fit machen. Aber auch die klassische Schulzeit, über diese hinaus sieht die SP-Fraktion nach wie vor die Förderung der Mehrsprachigkeit, der politischen Bildung sowie der Medienbildung als zentrale Aufgaben der DG an. Gleichzeitig dürfen wir die Kernkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen nicht vergessen. In der Vergangenheit ist im Unterrichtswesen bereits sehr viel geschehen. Dadurch stehen unsere Schulen heute im nationalen und internationalen Vergleich noch immer relativ gut da, allen Pisa-Unkenrufen zum Trotz. Dies insbesondere auch, was deren Ausstattung mit zeitgemäßem pädagogischem Material betrifft. Aber die Zeiten ändern sich und die Schulen müssen sich den neuen Gegebenheiten stets anpassen. In Anbetracht dieser Tatsachen kann man nie ausreichend betonen, wie wichtig die Bildung ist. Das Bildungswesen ist in der DG immer gut finanziert worden und das wird auch künftig so sein. Denn dort stehen wir weiterhin vor großen Herausforderungen, die wir mit gut bedachten Lösungen angehen müssen. Wir begrüßen beispielsweise, dass die Regierung die Möglichkeit prüft, Abonnements für das Journal des Affords zu finanzieren. Es ist in der Tat wichtig, fächerübergreifend zu arbeiten. Nur durch Zusammenarbeit können alle Herausforderungen des Unterrichtswesens gemeistert werden. Beim Materialankauf kann man in vielfältiger Art und Weise Akzente setzen. Hier haben wir mitunter die Möglichkeit, durch die richtigen Impulse dafür zu sorgen, dass unsere Schulen Orte des friedlichen Zusammenlebens bleiben, wo unsere Schüler auf ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben vorbereitet und mit Nachhaltigkeit gefördert werden. Wir freuen uns über die Fortschritte beim Projekt Garage 4.0. In einem ähnlichen Zusammenhang begrüßen wir die Finanzierung der Techniktürme durch die deutschsprachige Gemeinschaft. Das sind gezielte Angebote für den Kindergarten und die verschiedenen Stufen der Primarschule. Und die ersten, die in den Schulen angekommen sind, erfolgen da auf pädagogischer Ebene voll und ganz. Sie überzeugen da voll und ganz. Die Förderung der sogenannten MINT-Fächer also müssen wir auf jeden Fall und mit beträchtlichen Mitteln vorantreiben. Als konkretes Projekt zur Bekämpfung des Fachkräftemangels regen wir unterdessen die Weiterentwicklung des IAWM-Moduls im Bereich Stiefbau an. Letzteres dürfte im Verlauf dieser Bemühungen dann auch auf ein stärkeres Interesse bei den hiesigen Bauunternehmen führen. Auch dieses Beispiel zeigt einmal mehr, wie wichtig Zusammenarbeit ist. Die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen, der Gesellschaft und der Schule ist genauso wichtig, wie die fächerübergreifende und fachinterne Zusammenarbeit in unseren Schulen und Ausbildungszentren es auch ist. Wir haben aber auch, Herr Minister, einige gezielte Nachfragen. Wie sieht es zum Beispiel aus bei den Umsetzungsbemühungen, was die Anerkennung von Dyskalkulie und Legasthenie betrifft, auch was die Handhabung in der Praxis, insbesondere des Nachteilsausgleichs in den Schulen betrifft. Die Reduzierung der Hausaufgaben durch eine größere Unterstützung in den Schulen ist auch immer wieder ein Thema, das an uns herangetragen wird. Die Senkung der schulischen Nebenkosten, zum Beispiel für Kopien, Ausflüge oder Mahlzeiten, erwähnte ich bereits, aber ich wiederhole es ganz bewusst gerne an dieser Stelle. Die Sensibilisierung für gesunde Ernährung zu Hause und in der Schule ist auch eine ständige Aufgabe. Der Ausbau der bilingualen Kindergärten in Ostbelgien zur Förderung der deutschen und französischen Sprache ist, wie Sie wissen, eine Priorität seit jeher der SPF-Fraktion. Das Entwerfen eines Konzepts zur Förderung der englischen Sprache in den Primarschulen sowie in der dualen Ausbildung wurde auch bereits mehrfach hier angesprochen. Wie steht es um diese Bemühungen? Die Neuorganisation einer zentralen Berufswahlvorbereitung in Kooperation mit den Ausbildungsträgern und der Wirtschaft. Da ist ja einiges an Bemühungen schon angekündigt. Wie sehen da die Fortschritte aus? Die Entwicklung einer Schamoffensive für die Lehrberufe. Nicht nur Master, sondern auch Meister brauchen wir. Das kann jeder bestätigen. Die Gesellen von heute sind die Meister und sprich auch die Arbeitgeber von morgen. Die Erweiterung der Bidiplomierung, damit Ostbelgische Auszubildende einen belgischen und einen deutschen Gesellenbrief erhalten, hat schon positive Früchte gezeichnet. Wie sieht es da mit weiteren Bemühungen aus? All diese Fragen, wenn Sie die Gelegenheit hätten, Herr Minister, darauf einzugehen, dann würde uns das große Freude machen. Abschließend komme ich auf die Digitalisierung zu sprechen. Diese Digitalisierung verändert das alltägliche Leben auch in Ostbelgien. Es ist eine unaufhaltsame Entwicklung, die viele Chancen mit sich bringt. Besonders auf dem Arbeitsmarkt kommen jedoch auch neue Herausforderungen auf uns zu. Wir möchten die Rahmenbedingungen schaffen, um die Vorteile dieses Fortschritts bestmöglich zu nutzen. Gleichzeitig wollen wir sicherstellen, dass niemand den Anschluss verliert. Jeder Arbeitnehmer muss durch seine Arbeit genug verdienen, um für sich selbst und zumindest einen Teil seiner Familie sorgen zu können. In schwierigen Lebenssituationen muss man sich zudem auf ein soziales Netz verlassen können. Jeder soll seinen Beruf frei wählen und langfristig darin arbeiten können. Um den ständig wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, müssen angepasste Weiterbildungen angeboten werden, auch im Bereich Digitalisierung und uns ist natürlich auch eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf wichtig, um ein gesundes Gleichgewicht zwischen dem ständig wachsenden Leistungsdruck und verdienten Auszeiten zu schaffen. Der Ausbau des digitalen Angebots, öffentliche Einrichtungen und eine flächendeckige Vernetzung der Dienste vereinbart diese Nutzung und ermöglicht eine schnelle Abwicklung. Und was den Ausbau des digitalen Angebots und des Netzes insbesondere betrifft, konnte ich ja schon hier und an anderer Stelle darauf aufmerksam machen. Gleichzeitig sollen ostbelgische Unternehmen die Chancen der Digitalisierung nutzen können, um die Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen weiter zu verbessern und neue Arbeitsplätze in der Region Ostbelgien zu schaffen. Dafür braucht es eine geeignete Infrastruktur und qualifiziertes Personal vor Ort. Unser aller Herausforderungen, werte Kollegen, ist es hier künftig durch noch gezieltere Maßnahmen für konkrete Verbesserungen zu sorgen. Als SP-Fraktion sind wir nach wie vor zu einer konstruktiven Mitarbeit an dieser und an den anderen von mir geschilderten Herausforderungen bereit. Und als SP-Fraktion werden wir dann auch dem Haushaltsentwurf 2020 für die Bereiche Unterricht, Ausbildung, Kinderbetreuung und Erwachsenenbildung zustimmen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat nun Herr Jerusalem. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder der Regierung, werte Kolleginnen und Kollegen. Für die Regierung ist es, das wird niemand hier bestreiten, eine große Herausforderung, allen Anforderungen an ihre Arbeit gerecht zu werden. Es gilt schließlich, das hier und jetzt bestmöglich am Laufen zu halten, während die nächsten Schritte natürlich längst geplant sein müssen. Außerdem muss der Blick in die Zukunft gerichtet sein, um mögliche Veränderungen zu erkennen und ihnen Rechnung zu tragen. Und schließlich gilt es stets, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Falsche und richtige Entscheidungen helfen schließlich, die nötigen Lehren für das zukünftige Handeln zu ziehen. So natürlich auch im Bildungswesen. In allen Ecken und Enden dieses Bildungswesens gibt es etwas zu besprechen, zu klären, zu hinterfragen, zu kritisieren. Oft weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, da doch das eine Zahnrad mit dem anderen stets verbunden ist. Die Arbeit in unseren Schulen wandelt sich. Sie hat sich immer gewandelt, doch der Wandel scheint immer mehr Fahrt aufzunehmen. Unter anderem mit der Dienstrechtsreform sollte diesem Wandel Rechnung getragen werden. Doch die Gespräche zu gutes Personal für gute Schulen zeigten, dass eine Gesamtvision für das Unterrichtswesen nötig wird. Diese ist auf Grundlage einer großen Online-Umfrage in Gang gesetzt worden. Und die ersten Ergebnisse wurden bereits der Öffentlichkeit vorgestellt und die nächsten Handlungsschritte wurden beschlossen. E.Colo ist es hier besonders wichtig, dass im gesamten Prozess eine transparente Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Politik, Ministerium und der Basis betrieben wird. Die Gesamtvision kann nur dann vorangetrieben und positiv umgesetzt werden, wenn sich ein Großteil der am Bildungssystem beteiligten Personen mitgenommen und gehört fühlt. In vielerlei Hinsicht hätte ich mir übrigens gewünscht, die Befragung zur Gesamtvision wäre noch breiter aufgestellt und Kernfragen der Pädagogik wären thematisiert worden. Die Art der Leistungsermittlung, die einheitliche Länge der Schullaufbahn, Bewegung im Alltag, die Arbeit im geschlossenen Klassenverband. Themen, die wenig oder gar nicht angesprochen wurden, aber zur Frage führen können, müssen wir das Unterrichtsmodell als Ganzes überdenken. Nur wer Grundpfeiler versetzen will, kann auch etwas wirklich Neues schaffen. Die Befragung der Gesamtvision erbart an vielen Stellen aber eher eine Hilfe beim Abbiegen auf dem eingeschlagenen Weg, statt eine völlig neue Route zu ermöglichen. Ich wünsche mir deshalb, trotz der Fülle an Rückmeldungen, die durch die breit angelegte Befragung eingegangen ist, dass der Blick weiterhin offen für neue Impulse bleibt. Manche Kreuzungen auf dem Weg sind schließlich noch gar nicht bekannt. Dennoch möchte ich hier an dieser Stelle noch mal ganz klar betonen, dass wir die Regierung erneut dazu auffordern, die Dienstrechtsreform zeitnah umzusetzen. Diese kann nicht auf die Gesamtvision warten, sondern muss die Grundlage für eben diese Gesamtvision schaffen. Nach Ihrer Aussage, Herr Minister, wird an dieser Reform schon seit einigen Jahren zielstrebig gearbeitet. Es wird nun Zeit für Ergebnisse. Diese sollten sichtbar gemacht werden und erste Schritte sollten eingeführt werden. Und falls Sie das anders sehen, dann teilen Sie sie uns mit. Unsere Lehrpersonen wünschen sich nämlich Klarheit. Kommen wir nun zu den Themen, die im Rahmen der Haushaltsgespräche im Ausschuss besprochen worden sind. Beginnen möchte ich mit Kaleido. Einige Projekte, die wir ebenfalls unterstützen, hat Frau Scholzen bereits angeschlossen. Dem Lob können wir uns nur anschließen. Im Peer-to-Peer lernen zum Beispiel Jüngere von Älteren. Der Umgang ist ein ganz anderer als mit Lehrpersonen und Eltern. Doch auf eine vertrauensvolle Basis können Teilhabe in der Gesellschaft, Demokratie lernen und Partizipation gefördert werden. Auch das Erfolgsmodell Eltern-Kind-Bildung bietet Möglichkeiten für Eltern und die diesbald werden, Hilfestellung zu erhalten. Hier gibt es enormen Bedarf und der Wunsch nach diesem wurde gehört. Außerdem gibt es Papilio, ein Programm zur Prävention von Verhaltensproblemen und zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen im Kindergarten. Ich sehe hier das Potenzial, dem veränderten Familienleben heutiger Tage ein Stück weit Rechnung zu tragen. Frustrationstoleranz, Kreativität, Selbsterkundung, Kompromissbereitschaft und vieles mehr werden hier geschult und gestärkt. Aber Papilio nimmt auch enorm viel Platz im Alltag der Kindergärten ein. Die Echos der teilnehmenden Kindergärten sind dennoch durchweg positiv, auch weil Kaleido-Mitarbeiter die Lehrpersonen im Alltag unterstützen, in Klassen gehen, konkret mit den Kindern arbeiten und Vorbild sind. So ist Lernen am Beispiel möglich für die Kindergärtnerinnen und für die Kinder. Weniger erfreut waren wir über die eher beiläufige Äußerung von Kaleido, dass die Kriterien zur hochschwelligen Förderung verschärft werden mussten. Trotz zahlreicher Maßnahmen, die die individuelle Förderung verbessern sollten, steigen die Anträge zur Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs. Die Fachberatung bietet Hilfestellung, das Kompetenzzentrum wurde ausgebaut und seit 2015 arbeiten Förderpädagogen in unseren Regelschulen, wenn auch nach wie vor nicht ganz flächendeckend. Positiv könnte man sagen, dass sich die Diagnosearbeit verbessert hat und Schwierigkeiten effektiver erkannt werden. In der Folge ist aber auch ein Gegensteuern notwendig. Doch durch diese beschriebene Verschärfung der Kriterien wird die Unterstützung für Lehrpersonen und Förderpädagogen in Schulen zurückgefahren, denn sie greift nur noch in den wirklich harten Fällen. Dies mag zwar sinnvoll für eine wirkungsvoll hochschwellige Förderung gewesen sein, doch es bedeutet de facto eben auch weniger Unterstützung für unsere Lehrpersonen und für viele Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. Bitte halten Sie die Auswirkungen dieser Maßnahme im Blick zum Wohl unserer Lehrpersonen und zum Wohl unserer Kinder. Kommen wir nun zum neuen Zuständigkeitsbereich von Ausschuss 3 zur Kinderbetreuung. Die Minister Mollers und Antoniades haben mit dem Masterplan 2025 große Versprechen zur Kinderbetreuung gemacht. Jeder Familie soll im Prinzip bis 2025 ein Platz zur Kinderbetreuung ermöglicht werden. Diese Absicht finde ich sehr lobenswert und zahlreiche Eltern setzen große Hoffnung in diese Ankündigung. Auf dem Weg dorthin wurden unsere Warnungen, dass die Einführung der Kindergartenassistenten die Kleinkindbetreuung, durch die Einführung der Kindergartenassistenten die Kleinkindbetreuung weglaufen könnten, unaufgeregt vom Tisch gefegt. Wir sollten nicht den schwarzen Peter an die Wand malen und nur einzelne Personalmitglieder hätten den Job verlassen. Vergangene Woche erfuhren wir von Betroffenen, dass sie mindestens ein halbes Jahr ohne Tagesmutter aufkommen müssen. Die Warteliste wäre sehr lang. Die Kinderkrippe Eupen bittet die Eltern, ihr Kind wenn möglich zu Hause zu betreuen, etwas später zu bringen und oder früher abzuholen und wegen personeller Engpässe wird die Krippe an manchen Tagen einfach früher geschlossen oder die Eltern müssen ihr Kind ganz zu Hause lassen. Tagesmütter schmeißen hin, weil immer noch mehr und noch mehr Belege eingefordert werden. Die Äußerungen der Regierung decken sich hier leider nicht mit den Rückmeldungen, die wir aus der Gesellschaft erhalten und mit dem Signal, das die Kinderkrippe Eupen zum Beispiel mit ihrem Schreiben gesendet hat. Mag sein, dass der Grund dafür nicht die Kindergartenassistenten sind, doch der Eindruck verfestigt sich, dass in diesem breiten Feld der Kinderbetreuung ebenfalls Personal fehlt. Ich hatte in der mündlichen Frage übrigens vom vergangenen Donnerstag Informationen zum tatsächlichen Personalmangel in der Kinderbetreuung erbeten. Leider bin ich in Ihrer Antwort nicht recht fündig geworden. Kein Problem bei der Kinderkrippe, schwieriger sieht es wohl bei der außerschulischen Betreuung aus und viel weiter gegen die Auskunft nicht. Zurück zum eigentlichen Thema. In Bezug auf den Lehrerberuf haben Sie kürzlich zahlreiche Maßnahmen aufgezählt, die die Zufriedenheit im Job stärken sollen. Gibt es diese zum Beispiel auch für Tagesmütter, die einen so wertvollen Beitrag zur Betreuung unserer Kleinsten leisten. Diese stellen ihr eigenes Heim zur Verfügung, um die notwendige Betreuung zu gewährleisten. Natürlich sind Vorgaben notwendig, um eine sichere Kinderbetreuung zu gewährleisten. Wenn aber eine allumfassende Durchleuchtung und allzu scharfe Vorschriften dazu führen, dass Tagesmütter hinschmeißen, erweisen wir uns mit diesen Maßnahmen oder mit diesen Anforderungen einen Bärendienst. Bitte sorgen Sie dafür, dass der gesunde Menschenverstand nicht unter bergeweise Vorschriften für unsere Tagesmütter verschwindet. Denn ich möchte noch eins sagen, günstigere Kinderbetreuer als selbstständige Tagesmütter gibt es für die DG eigentlich nicht. Und was passiert eigentlich, wenn eine Tagesmutter des RZKB in diesem Fall ihren Dienst einstellt? Ist es wahr, dass die betroffenen Familien dann nicht nur ihren Betreuungsplatz verlieren, sondern sich obendrein neu in die Warteliste des RZKB eintragen müssen, das heißt am Ende der Schlange landen? Falls das so ist, bitte ich Sie inständig, eine zügige und unbürokratische Änderung dieser Praxis vorzunehmen. Man muss sich das nämlich einmal vorstellen. Eltern verlieren ohne eigenes Verschulden die Betreuung ihres Kindes und haben obendrein noch die miesesten Aussichten, einen Ersatz für diese Betreuung zu finden. Dafür fehlt mir das Verständnis. Bitte agieren Sie deshalb mit Weitsicht, damit das Vertrauen in die Kleinkindbetreuung in der deutschsprachigen Gemeinschaft und ins RZKB steigt und nicht durch derlei Praktiken sinkt. Seit Beginn der Sitzungsperiode haben wir bereits einige Male über die Gehaltsbarämen im Bildungssektor gesprochen. Sie selber sagten, wollen wir dieses Fass wirklich aufmachen? Diese Bahremen haben einen großen Vorteil. Sie sorgen durch die Bezahlung nach Diplom für Transparenz und in gewissem Maße auch für faire Bedingungen. Doch die Bahremen haben auch einige Schwächen, die unter anderem im Bildungssektor für Unmut sorgen. Ich möchte einige dieser Schwächen aufzeigen und vorab darauf hinweisen, dass ich in den folgenden Beispielen stets voraussetze, dass die verglichenen Personen über dasselbe Dienstalter und die gleiche familiäre Situation verfügen. Viel diskutiert wurde bereits das Amt der Kindergartenassistentinnen. Diese verdienen mit Minimaldiplomierung nur geringfügig weniger als die Kindergärtnerinnen und Lehrpersonen in Primar- und Sekundarschule mit Bachelordiplom. Gleiches gilt zum Beispiel auch für Vertretungslehrer, die nur über ein Abiturdiplom verfügen. Doch wo ist hier die sichtbare Wertschätzung für den Bachelorstudiengang? Außerdem verdienen Lehrpersonen, die ein Bachelordiplom ohne Bezug zum Bildungssektor haben, gleich viel wie regulär ausgebildete Lehrpersonen. Und Masterabsolventen verdienen eh am meisten. Egal ob Lehrer oder nicht. Egal wie geeignet diese für den Lehrerberuf eigentlich sind. Sie verdienen übrigens auch mehr als Schulleiter in der Primarschule. Eine Vertretungslehrperson, die einen Master in Afrikanismus oder Experimentalphysik hat, verdient also mehr als ihr Schulleiter. Nochmal natürlich, wenn beide das gleiche Dienstalter haben, was selten der Fall ist. Das stimmt. In der Antwort auf eine schriftliche Frage zu den Schulleitergeldern wurde mir kürzlich rückgemeldet, dass es bei diesen nur mittelfristige Überlegungen der Gehaltsanpassung gibt. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass es immer schwieriger wird, Schulleiter zu finden. Klar, denn im Moment macht doch fast jeder neben dem Job noch seinen Master. Das kann ich gut verstehen. Denn damit geht schließlich eine saftige, bedingungslose Gehaltseinhöhung einher. Und wer kommt dann in Zukunft noch auf die Idee, zugunsten des schlechter bezahlten Schulleiterpostens auf sein Mastergehalt zu verzichten? Denn, und hier wird es dann richtig paradox, die Schulleiter sind von der Gehaltskopplung ans Diplom ausgeschlossen. Sie werden nach Posten und nach Schülerzahl bezahlt. Nicht ernannte obendrein per Prämie ohne Relevanz für die Rente. Und ernannt werden können sie erst mit 50 Jahren. Als junger Inhaber eines Masterdiploms ist die Stelle des Schulleiters also doppelt uninteressant. Weniger Gehalt und weniger Rente. Eine weitere Frage geht damit einher. Ja, wie viele Primarschullehrer mit Masterdiplom kann sich die DG eigentlich leisten? Die Mehrkosten sind schließlich beachtlich. Ein Umstand, den es auch bei der Umstrukturierung des Lehrerstudiums zu bedenken gilt. Also ich empfinde diese Sachlage in gewisser Weise als ein Tohuwabohu. Ich bin nicht gegen eine Bezahlung nach Diplom. Und ich bin auch nicht unbedingt für eine Bonusbezahlung, wie sie eben ins Gespräch gebracht wurde. Aber wenn diese von einem konkreten Nutzen, diese Bezahlung nach Diplom, von einem konkreten Nutzen für die verrichtete Arbeit abgekoppelt wird, führen bessere Diplome nicht zu besserer Arbeit, sondern schlichtweg einzig und allein zu höherem Gehalt. Es gibt einen großen Gehaltsunterschied zwischen Master- und Bachelor-Diplom, aber einen kleinen zwischen Bachelor- und Abitur-Diplom. Davon abgesehen ist die Regelung für Schulleiter und Schulleiterinnen in der Primarschule unattraktiv. So unattraktiv, dass ich zu Prophezeien wage, dass hier ein weiterer Fachkräftemangel bevorsteht. Ob dieser dann in ein paar Jahren als hausgemacht bezeichnet werden muss, hängt vom weitsichtigen Handeln der Regierung ab. Zwei Dinge spielen meiner Meinung nach übrigens überhaupt keine Rolle bei diesen Überlegungen. Erstens, weil diese Situation zu verantworten hat und zweitens, dass sie schon vor Einführung der Kindergartenassistentin bestanden hat. Es geht mir einzig und allein darum festzustellen, dass hier etwas im Argen liegt. Ich denke, in irgendeiner Form wird ein Handeln nötig sein. Und wenn dafür das Fass der Bahremen aufgemacht werden muss, dann ist das vielleicht eben der Weg. Am Anfang des laufenden Schuljahres hat eine Maßnahme des Weiteren für viel Aufsehen gesorgt. Die Verschiebung der Herabsenkung des Kindergarteneintrittsalters auf zweieinhalb Jahre. Erst in fünf Jahren wird Ihr Nachfolger, Herr Minister, diese Herabsenkung in die Tat umsetzen. Zwar haben Sie immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Maßnahme auf Wunsch der Schulträger ergriffen wurde. Dennoch wären die Kosten für Personal und Ausstattung bis 2024 mit gut fünf Millionen Euro zu Buche geschlagen. Bei der aktuellen Haushaltslage eine kleine Maßnahme mit großen Auswirkungen. Passenderweise wurde übrigens in einer Ausschusssitzung auch darauf hingewiesen, dass sich der Lehrermangel positiv auf den Haushalt auswirke. Diesen gilt es aber, ich denke, wir sind uns da alle einig, dennoch zu bekämpfen. In diesem Zusammenhang mit dem Lehrermangel habe ich den Tätigkeitsbericht der Autonomen Hochschule als besonders wichtig empfunden. Hier sind zwei maßgebliche Neuerungen eingetreten. Die Aufnahmeprüfung wurde von Grund auf neu konzipiert, wie wir eben schon gehört haben. Und die Begrenzung der Studienplätze für Primar- und Kindergarten ist aufgehoben worden. Beide Maßnahmen empfinde ich als bedeutende Schritte, damit sich der Lehrermangel in unseren Primarschulen nicht weiter verschärft. Der Weg dorthin muss nämlich auch über unsere einzige Ausbildungsstätte für Primarschullehrer und Primarschullehrerinnen führen. Natürlich zählen dazu weitere Maßnahmen, aber ich bleibe dabei, es müssen auch mehr Lehrpersonen ausgebildet werden. Dafür muss natürlich geworben werden, denn nachdem diese Neuregelung in Kraft getreten ist, ist die Studentenzahl des ersten Jahres zunächst einmal unverändert geblieben. Für ein Ich-habe-s-dir-doch-gesagt ist es aber meiner Meinung nach viel zu früh. Diese Maßnahmen müssen verbreitet werden, damit sich in Zukunft mehr junge Menschen entscheiden, das Studium an der AHS in Angriff zu nehmen. Den Anwächtern muss erklärt werden, dass diese Aufnahmeprüfung andere Qualifikationen abfragt als nur Fleiß und gute Vorbereitung. Diese müssen aber natürlich im Studium gezeigt werden, damit die Qualität der Ausbildung unserer zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer unverändert hoch bleibt. Schon heute sind fast 10 Prozent der Personen, die in unseren Primarschulen unterrichten, keine ausgebildeten Primarschullehrer. Diese Zahl muss sinken, wenn wir unser Bildungssystem wirkungsvoll weiterentwickeln wollen. Jeder zusätzliche Absolvent der AHS trägt deshalb in meinen Augen dazu bei, dass dieser Lehrermangel gesenkt wird. Vorausgesetzt, er arbeitet denn dann in Zukunft in der deutschsprachigen Gemeinschaft und nicht in Deutschland oder Luxemburg. Doch den Fachkräftemangel beklagt man bei weitem nicht nur im Bildungssektor. Noch stärker haben IAWM und ZAWM mit diesem Fachkräftemangel zu kämpfen. Diese sind mit dem Wunsch an Sie, Herr Minister, herangetreten, mehr Berufspraktika im Schulleben der Sekundarschulen vorzusehen. Ich halte diese Maßnahme für sinnvoll, schlage aber vor, diese Maßnahme nicht nur auf die Ausbildungsberufe des Mittelstandes zu beschränken, sondern am ostbelgischen Arbeitsmarkt insgesamt auszurichten. Unsere Gemeinschaft hält großartige berufliche Perspektiven bereit. In nahezu allen Ausbildungsberufen gibt es eine Jobgarantie für Gesellen. Und auch Meister haben wir dringend nötig, um die hohe Qualität unseres ostbelgischen Handwerks am Leben zu halten. Als Lehrperson in Primar- oder Sekundarschule kann man sich die beste Stelle förmlich aussuchen. Und auch im Pflegesektor kann jeder Absolvent im Prinzip noch am Tag der Diplomierung in einem unserer Krankenhäuser oder Wohn- und Pflegezentren anfangen. Natürlich werden auch in anderen Bereichen fähige Arbeitnehmer gesucht. Doch in den genannten Fällen übernimmt die DG großteils oder zumindest teilweise die Zuständigkeit für Ausbildung und Studium. Deshalb müssen wir für diese Berufe besonders begeistern. Der Weg zum Erfolg führt nämlich in meinen Augen ebenfalls in der Tat durch unsere Sekundarschulen. Doch in Bezug auf die Berufspraktika möchte ich eine Bitte an Sie richten. Wirkungsvolle Einblicke ins Berufsleben gewinnen Schüler vor allem dann, wenn Praktika vor- und nachbereitet werden. Allzu oft hört man jedoch von Schülern, die so schnell wieder weg sind, wie sie gekommen waren. Und während ihres Praktikums wussten sie weder, was von ihnen erwartet wurde, noch konnten sie den Begleitern erklären, wie diese sie unterstützen können. Nur wenn diese Praktika produktiv genutzt werden, können sie begeistern. Ansonsten drohen sie sogar, das Gegenteil zu bewirken. Im Bildungssektor sind die Bandagen, was den Haushalt anbelangt, meistens nicht ganz so hart wie in den anderen Bereichen. Deshalb können wir als Ecolofraktion diesen Bereich in großen Teilen gutheißen. Das bezieht sich aber ausdrücklich auf die Rechnungslegung. Bereiche, in denen wir von der Regierung dennoch entschlossenes Handeln erwarten, habe ich, denke ich, zur Genüge aufgezeigt. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat nun Kollege Miesen. Sehr geehrter Herr Parlamentspräsident, sehr geehrte Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament. Es gibt nur eins, was auf Dauer noch teurer ist als Bildung. Keine Bildung. Dieses Zitat von John F. Kennedy könnte passender nicht sein, wenn man sich zu Gemüte führt, was wir uns im Unterrichtsbereich für die kommenden Jahre wieder einmal alles so vorgenommen haben. Denn in Ost-Belgien wird Bildung eben nicht auf kleiner Flamme gekocht. Mit dem Beginn der Legislaturperiode 2019-2024 wurden sowohl im regionalen Entwicklungskonzept, dem REK 3, als auch im laufenden Arbeitsprogramm Weichen für neue Umsetzungsprogramme gestellt. Neue Projekte wurden auf den Weg gebracht, deren Umsetzung finanzieller Auswirkungen auf die zukünftigen Haushalte der Deutsch-Brain-Gemeinschaft haben werden. So auch auf den heute zu verabschiedenden Haushalt oder am Donnerstag zu verabschiedenden Haushalt 2020 für einen ersten Baustein eines modernen und innovativen Ost-Belgiens der Zukunft darstellt. Eines Ost-Belgiens der Zukunft, welches sich der Eintrübung des Wirtschaftsklimas und konjunkturschwachen Zeiten stellen muss. Mehr denn je gilt heute, eine krisenfeste Vision für unsere Gemeinschaft umzusetzen. Eine Vision, die das globale Geschehen nicht aus den Augen verliert und weiterhin ambitiöse Ziele für unsere Region verfolgt. So werden in beiden Programmen Projekte angestoßen, die die Weiterentwicklung, ja Modernisierung unseres Bildungsstandortes in den Blick nimmt. Wir lassen uns eben nicht von den durchaus schlechten wirtschaftlichen Prognosen einschüchtern und halten an unseren selbst gesetzten Zielen eines ausgeglichenen Haushalts für die kommenden Jahre fest. Aber nicht nur daran. Nein, wir haben uns ein ehrgeiziges Programm vorgenommen. Ein Programm für unser Bildungswesen, welches mehr und mehr einen outputorientierten Weg einschlägt. In dem Zukunftsentwurf, und das liegt mir als Liberaler besonders am Herzen, wird der Autonomie und der Eigenverantwortung jeder einzelnen Schule Rechnung getragen. Denn ja, meine Damen und Herren, Ziel ist es, unsere Schülerinnen und Schüler für die Herausforderung einer sich rasant wandelnden Berufswelt zu rüsten, Spaß am Lernen zu wecken und den zukünftigen Generationen Perspektiven aufzuzeigen. Wie sie aus dem vorliegenden Haushaltsentwurf entnehmen können, werden weiterhin dringend notwendige Investitionen in den Bildungsbereich gesteckt, um die Schule, aber auch den Unterricht als solchen zu stärken. Bildung genießt weiterhin höchste Priorität in Ostbelgien und das ist gut und richtig so. Unser zentrales Anliegen als Bildungspolitiker ist und bleibt die Qualität des Unterrichts. In diesem Sinne werden in regelmäßigen Abständen neue Rahmenpläne entwickelt, um nicht nur den Finger am Puls der Zeit zu haben, sondern folgerichtig die Bildungsqualität in den Mittelpunkt zu rücken. Im Vordergrund stehen nicht nur die Vermittlung von Basiswissen, welches fest verankert werden muss, wie zum Beispiel unsere Betriebe es nicht müde werden zu erwähnen, nein, auch Kompetenzen, die sich Schüler während ihrer Schullaufbahn aneignen, stehen im Mittelpunkt. Denn ja, meine Damen und Herren, das Kapital der Zukunft unserer Gemeinschaft liegt in den Köpfen. Werte Kolleginnen und Kollegen, die Qualität, aber auch die Schulentwicklung hängen ebenfalls stark von einer anderen sehr wichtigen Komponente ab, die Persönlichkeit des Lehrers. Die Anforderungen an den Lehrerberuf werden immer größer, die Aufgaben immer vielschichtiger, selbst der Einfluss der Lehrer auf die gesellschaftlichen Entwicklungen ist nicht von der Hand zu weisen. Jedoch besteht eines der dringlichsten Aufgaben nach wie vor aus dem Lehrermangel. Uns allen dürfte bewusst sein, dass wir als deutschsprachige Gemeinschaft diese Mammutaufgabe nicht alleine stemmen können. Handelt es sich doch um ein weltweites Phänomen, zumindest ganz Europa stöhnt unter dem Lehrermangel. Insbesondere während des Jahres gestalten sich Ausfälle oftmals problematisch. Die Gesamtbedingungen als solche müssen daher attraktiver gestaltet werden. An dieser Stelle möchte ich die positive Veränderung des Aufnahmemodells hervorheben, die wir nur begrüßen können. So wurde das bestehende Aufnahmeverfahren durch ein neues ersetzt, welches verstärkt die Eignung für das Studium, aber auch die Eignung für den Beruf ins Visier nimmt und dementsprechend ein besseres Gesamtbild widerspiegelt. Auch die begrenzte Anzahl an Studienplätzen gehört nun der Vergangenheit an. Aus dem ersten Durchlauf in diesem Schuljahr konnten bereits zufriedenstellende Schlüsse gezogen und erste Erfahrungswerte gesammelt werden. Ein zwischen Anführungszeichen revolutionäres Vorhaben, da können wir dem AHS-Verwaltungsratspräsidenten nur recht geben. Werte Kolleginnen und Kollegen, wir alle wissen, dass unseren Jugendlichen zahlreiche Wege in Ostbelgien offenstehen, sei es nun über eine klassische Schulausbildung, über die dual-mittelständische Lehre oder über einen akademischen Studiengang nach dem Abitur. Der Erfolg der dualen Ausbildung lässt sich zum Beispiel an der engen Zusammenarbeit zwischen den ZAWMs und den Betrieben festmachen. Nichtsdestotrotz hinterlässt und hinterlassen sinkende Lehrlingszahlen und damit verbundene sinkende Stundenzahlen ihre Spuren auf die finanzielle Lage der ZAWMs. Neue Perspektiven müssen her und für die duale Ausbildung entwickelt werden, um das Aushängeschild unserer deutschsprachigen Gemeinschaft wieder auf ein gesundes, stabiles Fundament zu setzen. Betriebe und Arbeitgeber klagen seit Jahren über den berühmt-berüchtigten Fachkräftemangel. Nachwuchs fehlt an allen Ecken und Enden. Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte ist das mangelnde Matching ein ernstzunehmendes Problem im Bereich der mittelständischen Ausbildung. Denn offene Lehrstellen können trotz Aktionen wie der alljährlichen Schnupperwochen, Lehrstellenbörse oder anderer Initiativen nicht besetzt werden. Ein Trend, der sich in den letzten Jahren abzeichnet und uns beunruhigt und uns vor enorme Herausforderungen stellt. Der Fachkräftemangel ist einer der größten Entwicklungshemmnisse für Ostbelgien und daher einer der größten Baustellen, auch im Bildungsbereich und nicht ein herbeigerätetes Problem im Sportbereich. Deshalb wurde in Sache Fachkräftemangel beschlossen, neue Wege bei der Gestaltung der Angebote in der technisch-beruflichen Sekundarschulausbildung und in der mittelständischen dualen Ausbildung zu gehen. Wege, die sich in einem Rahmen bewegen, in dem niemand auf der Strecke bleiben darf. Denn Aufgabe unserer Bildungspolitik ist es, jedem Menschen eine würdige Zukunftsperspektive aufzuweisen. Ganz grundsätzlich gilt es, die Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt der Deutsch-Payengemeinschaft weiter auszubauen, ja zu intensivieren. Denn wenn es darum geht, junge Menschen in Ausbildung oder Arbeit zu bringen, leistet das Arbeitsamt eine wertvolle Beratungs- und Vermittlungsarbeit und stellt einen Weg dar, jungen Menschen eine Karriere mit Lehre näher zu bringen. Reformen beinhalten mutige Entscheidungen, vor allem, wenn es darum geht, sichere Perspektiven für unsere Kinder und auch Enkelkinder zu schaffen. Deshalb begrüßen wir ausdrücklich die umfangreiche Strukturreform in der Ausbildungslandschaft, aber auch die grundlegende Reformierung der Berufswahlvorbereitung. Verstärkte Kontakte zwischen Schule und Unternehmen können nur gewinnbringend für unsere Schülerinnen und Schüler sein und ihre wertvolle Einblicke in die Berufswelt, ja vielleicht sogar in ihre Zukunft, vermitteln. Werte Kolleginnen und Kollegen, wir leben in einer Gesellschaft, in der Informationsüberflutung, manipulierte Nachrichten und ja auch Fake News gelebte Realität sind. Wie will man sich in dem Informationsdschungel noch zurechtfinden, wahr und falsch auseinanderhalten? Welche Rolle spielen soziale Netzwerke bei der Popularität von Fake News? Sind unsere Jugendlichen doch mehr und mehr in der digitalen Welt zu Hause? Fake News ist nicht nur zu Wahlzeiten ein Begriff, der in aller Munde ist und gegen den niemand immun ist. Die Antwort auf Fake News, politische Verdrossenheit und Unwissen in der Politik im Allgemeinen ist auch hier Bildung, Bildung und nochmals Bildung. Nach Kultur und Wirtschaft machte Demokratie Anfang dieses Jahres Schule. Um die politische Mildung mehr und mehr zu stärken, wird ein fächerübergreifender Ansatz mit dem umfangreichen Workshop-Programm Demokratie macht Schule verfolgt. Dabei wird sich in den unterschiedlichsten Fächern wie Sprachen, Geografie, Geschichte, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften oder sogar Religion und Ethik mit der Meinungsbildung angesichts historischer und gesellschaftspolitischer Themen auseinandergesetzt. Nicht unerwähnt lassen möchte ich an dieser Stelle ebenfalls die Entwicklungen eines rahmenplanorientierten Leitfadens für die politisch-demokratische Bildung, welcher sowohl den Lehrpersonen der Primarch- als auch der Sekundarschule als Hilfestellung, Anregung und Orientierung helfen soll. Dieser soll in allen Primarch- und Sekundarschulen implementiert werden und stellt somit einen wichtigen Schritt in Richtung demokratischer Aufklärung unserer Schülerinnen und Schüler dar. Nicht zuletzt möchte ich die großen Anstrengungen erwähnen, die auch das Parlament der Deutsch-Parlangemeinschaft in den vergangenen Jahren im Bereich der politischen Bildung unternommen hat. Wir haben in diesem Angebot für alle Altersklassen ein entsprechendes Angebot und unser Ziel muss es sein, dass jeder Schüler, jeder Ostbelgier bis zu seinem 18. Lebensjahr wenigstens einmal das Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft besucht hat, ob er nun Abiturient oder Geselle ist. Da mir persönlich dieses Thema sehr am Herzen liegt, werde ich es auch im Senat weiter verfolgen. Anfang kommenden Jahres habe ich daher eine Delegation der betroffenen ostbelgischen Akteure nach Brüssel eingeladen, um dort die diversen Angebote, zum Beispiel in den dortigen Parlamenten oder aber auch bei der König-Bordewer-Stiftung kennenzulernen. Zum Ende meiner Rede möchte ich einen Ausblick in die Zukunft wagen und ein paar Worte zu der Entwicklung einer Gesamtvision unserer zukünftigen Bildungslandschaft sagen. Man hat sich dafür entschieden, in einen breiten Dialog zu treten, um unser Bildungssystem fit für die Zukunft zu machen. Durch die stete Befeuerung der Kommunikationskanäle wurden Anregungen gesammelt, um ein Gesamtbild des aktuellen Zustands des Bildungswesens zu erhalten. Ein verlässliches Bild ist das Ziel, welches uns erlauben wird, vorausschauend in die Zukunft zu blicken. Denn Partizipation schafft Transparenz. Was wir brauchen, und da sind wir uns, denke ich, alle einig, ist ein Gesamtkonzept und eben keine eiligen Schnellschüsse aus der Hüfte. Gemeinsam mit den Vertretern der Schul- und Ausbildungslandschaft, mit den Eltern, mit den Schülern, Sozialpartnern und mit den organisierten zivilgesellschaftlichen Kräften möchte die Deutsch-Priere-Gemeinschaft eine Gesamtvision für unser Bildungssystem entwickeln. Denn ja, werte Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen eine Bündelung aller treibenden Kräfte, die unsere wichtigsten Verbündeten darstellen. Sie werden zum Mitmacher und Macher der Unterrichtspolitik der Zukunft. Dieser Dialog auf Augenhöhe stellt die Stärke unserer kleinen deutschsprachigen Gemeinschaft dar. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Somit haben wir die dritte Runde beendet und wir kommen nun zur vierten. Da bleibt der CSP noch eine Redezeit von 24 Minuten und 49 Sekunden, der ProDG von 19 Minuten und 2 Sekunden, Vivant von 23 Minuten und 29 Sekunden, der SP 20 Minuten und 21 Sekunden, der Ecolow-Fraktion 21 Minuten und 2 Sekunden und der PFF-Fraktion 27 Minuten und 45 Sekunden. Als Redner sind eingetragen für die CSP Frau Rupperts, für ProDG Frau Klinkenberg und Herr Grommes, für Vivant Herr Mertes und Herr Balter, für die SP Frau Kiewoch, für Ecolow habe ich eben verstanden Herr Mockel und für die PFF nehme ich an Frau Scheide. Dann können wir die letzte Runde in der Haushaltsdebatte vor dem Finale von kommenden Donnerstag starten und ich erteile Frau Rupperts das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder des Parlaments und der Regierung. Im Jahr 2011 erklärte das Parlament, dass die deutschsprachige Gemeinschaft bereit, gewillt und in der Lage sei, alle Zuständigkeiten zu übernehmen, die den Gliedstaaten übertragen werden, sofern sie mit angemessenen Finanzmitteln oder Finanzierungsmöglichkeiten ausgestattet werde. Nun, sie wurde mit Finanzmitteln ausgestattet und das Geld fließt. Wie mein Kollege Jérôme Franzen gestern an dieser Stelle bereits anprangerte, muss heute erkannt werden, dass die DG den Gemeinden das versprochene Geld für den Wegebau wieder abknöpft, um DG Haushaltslöcher zu stopfen. In meinen Augen ist das nicht nur ein Vertrauensbruch, sondern auch skandalös. Genau das ist die Politik, die die Bürgerinnen und Bürger und vor allem junge Menschen abstößt. Wer etwas verspricht, von dem erwarte ich auch, dass er es hält. Und da akzeptiere ich auch nicht, dass er hilflos weint, auf andere zeigt, die möglicherweise für diese Schieflage verantwortlich sind. Und so, wie es im Bereich des Wegebaus läuft, läuft es auch in anderen Bereichen. Hier weitere Beispiele aus der Seniorenpolitik. Ich fragte kürzlich, sowohl schriftlich als auch mündlich, wie es um die Wartelisten im Alten- und Pflegeheim steht, um ein Alten- und Pflegeheimplatz steht. Minister Antoniadis antwortete mir, alles in Ordnung. Zur Erinnerung, im Juni 2018 suchten noch 170 Menschen einen Platz im Pflegewohnheim, sowie weitere 75 Menschen einen Platz im Alten-Wohnheim. Und jetzt soll laut DG-Regierung auf einmal keiner mehr warten müssen? Ja, in Bütchenbach wurden 49 neue Plätze geschaffen und es mag auch sein, dass mehrere Senioren abgesprungen sind oder eine andere Lösung gefunden haben. Aber dennoch konnte der Minister mir nicht fundiert erklären, wo diese Menschen untergekommen sind. Und ein Jahr später soll keiner mehr warten müssen. Die Warteschlangen der Vergangenheit gibt es also nicht mehr. Stattdessen gibt es inzwischen sogar Plätze, die unbelegt sind. Komisch. Meine Frage, wie viele Menschen aus der DG in Einrichtungen, in den umliegenden französischsprachigen Gemeinden untergebracht sind, wurde mir bis dato nicht beantwortet. Ich vermute, sie wird mir auch Donnerstag nicht beantwortet. Es scheint mir, als hätte diese DG-Regierung ein Wundermittel gegen den demografischen Wandel entdeckt. Aber wissen Sie, ich glaube Ihnen nicht. Eine Telefonumfrage des Grenzerschußes bei den ostbelgischen Alten- und Pflegeheimen hat ergeben, dass Ende Oktober auf einer Warteliste für Personen mit erhöhtem Pflegebedarf in St. Vitt 47 und in Bütchenbach 21 Personen standen. Soviel zum Thema. Außerdem warten in den beiden Häusern insgesamt noch 92 Personen mit geringem Unterstützungsbedarf auf einem Platz. Ähnliche Listen gibt es auch für die Wohn- und Pflegezentren im Norden der DG. Selbst wenn man zum Beispiel im Rachener Marienheim keine Wartelisten mehr führt. Ich habe den Eindruck, dass hier in Wirklichkeit ein völlig anderes System eingerichtet worden ist, das davon ablenken soll, dass die DG und der Minister die Enden nicht aneinander kriegen und ihre Arbeit nicht wie erwartet verrichten. Leute, die zuvor einen Platz im Alten- und Pflegewohnheim wollten, werden nun aufgrund einer anderen Zählweise nicht mehr als Anwärter aufgeführt. Klar, es ist kein gutes Bild, wenn wie in der letzten Legislaturperiode die Opposition ermittelt, dass es zu wenig Altenheim und Pflegeplätze gibt und regelmäßig weit über 100 Senioren auf einen freien Platz warten müssen. Das ist natürlich schlechte PR. Hier geht es nicht um Statistiken und Excel-Tabellen, durch deren Erfüllung Politiker glänzen. Hier geht es um Menschen. Hier geht es um Menschen und deren Familie. Hier geht es um Menschen und Familie, die sich sorgen, was aus Mutter und Vater, aus Oma und Opa wird. Und jetzt sagen Sie mir nicht, dass es nicht so ist. Ich habe mich selbst erkundigt. Es gibt Senioren, die depressiv sind und vereinsam, weil nur der fliegende Kochtopf die einzige Unterbrechung des tristen Tagesablaufes sind. Einen Platz in Seniorenheim kriegen Sie trotzdem nicht ohne weiteres. Des Weiteren gibt es Menschen, Menschen, die körperlich kaum noch fit sind, aber durch soziale und medizinische Dienste betreut werden, um ihnen ein Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Aber einen Platz in Seniorenheim kriegen Sie nicht ohne weiteres, selbst wenn Sie diesen wollen. Und als wäre das nicht genug, gibt es zum Beispiel auch Leute, die um 19 Uhr ins Bett gebracht werden, weil es nach 19 Uhr keinen Dienst mehr gibt, der für Sie da ist und auch keinen Menschen mehr gibt, der für Sie da ist. Und jetzt hören Sie auf, sich die Zahlen so zu deuten oder zu frisieren, bis sie Ihnen ins Konzept passen. Als nächstes Beispiel in der Seniorenpolitik werde ich das betreute Wohnen anführen. In meiner Heimatgemeinde Kämis entstehen zurzeit 15 betreute Wohnungen. Wirklich ein tolles Projekt. Aber wissen Sie, dass sich bereits jetzt über 20 Personen beworben haben? Weit über 20 Personen haben sich für 15 Plätze beworben und jetzt muss ausgelost werden, welcher Senior denn das große Glück hat, dort eine Wohnung zu kriegen. In St. Vitt sollen mindestens zwölf betreute Wohnungen entstehen. Die ersten betreuten Wohnungen in der gesamten Eifel. Meine Damen und Herren, ich habe keine Glaskugel zum Wahrsagen, weiß Gott nicht. Aber ich versichere Ihnen, dass das zu wenig sein wird. Nun, im August, im August wurde eine Petition zur Schaffung eines Behindertenbeirates auf Ebene der DG im Parlament hinterlegt. Die Unterzeichner stehen seit 2014 mit Minister Antoniades in Kontakt und haben sich jetzt, fünf Jahre später, Gehör durch eine Petition verschaffen müssen. Dabei hat doch die DG bereits 2014, 2015 den Aktionsplan für ihr Konzept DG Inklusion 2025 verabschiedet. Hier wurde die Schaffung und öffentliche Förderung eines Dachverbandes, Forum der Vereinigung und Verbände von und für Menschen mit Behinderung, angekündigt. Ja, und jetzt? Das regionale Entwicklungskonzept beinhaltet die Schaffung eines Behindertenbeirates für das Jahr 2024. Meine Damen und Herren, wie Sie sehen, liegen zwischen dem ersten Kontakt und der Schaffung somit zehn Jahre. Die Leistungsbilanz ist in meinen Augen daher ungenügend, Herr Antoniades. Es sollte Ihnen doch klar sein, dass Senioren- und Invalidenpolitik mehr sind als nur ein paar schöne Fotos bei Facebook oder eine Kaffeefahrt nach Moskau. Ein weiteres Beispiel ist das Kindergeld. Hier war die DG nicht in der Lage, eine vernünftige Berechnung zu erstellen. Minister Antoniades wurde förmlich von der Wirklichkeit überrollt und musste 2,5 Millionen Euro nachschießen, um das Haushaltsgleichgewicht zu wahren. Die DG hatte sich schlicht und einfach verrechnet. Nein, werden Sie jetzt rufen, Sie haben keine Möglichkeit gehabt, verlässliche Zahlen zu ermitteln, weil die Vorgängerverwaltung diese nicht anbot. In gewohnter Manier wird also wieder ein anderer gesucht, der für den Schlamassel zuständig ist. Gestern war es die Weltwirtschaftskrise, eben das fehlende Wachstum und jetzt Famifed, der Dienst, der nicht rechnen kann. Hier wurde, man kann es drehen und wenden, wie man will, lausig geplant. Wenn ich in Verantwortung für den Bau eines Hauses bin, dann rechne ich alles nach, weil ich mir keine Überraschungen leisten kann. Was hier passiert ist, ist Folgendes. Hier wird ein gewaltiger Fehlbetrag offengelegt und der verantwortliche Minister zuckt die Schultern und sagt, dass es an jemand anderem liege. Komisch ist jedoch, dass der belgische Rechnungshof sagt, dass die DG-Regierung diese Möglichkeit sehr wohl hatte. Ein nächster Punkt ist, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sich herausstellt, dass viele Kinder aus sogenannten Patchwork-Familien ungerecht behandelt werden. Wenn Vater A und Mutter B jeweils zwei Kinder haben und eine neue Familie, ein neues Leben zusammen aufbauen wollen, leben in dieser Familienkonstellation vier Kinder zusammen. Während eine klassische Familie, wo beide Elternteile dann da sind, mit vier Kindern einen Zuschlag von jährlich 3.240 Euro erhält, geht die Patchwork-Familie leer aus. Nach zehn Jahren ist das ein Vermögen. Wenn es stimmt, dass nach Ihrer Leseart, Herr Antoniades, ein Kind gleich einem Kind ist, dann kann es nicht sein, dass ein drittes Kind einer klassischen Familie anders behandelt wird, als das dritte Kind einer Patchwork-Familie. Kinderreiche Stief- oder Patchwork-Familien müssen genauso Mobiliar, angemessene Räumlichkeiten oder Fahrzeuge bereitstellen, die den Erfordernissen einer klassischen Familie in nichts nachstehen. Mir geht es da um den gesunden Menschenverstand, der siegen sollte und dass die Kinder ohne Unterschiede gefördert werden. Naja, unser Dekretvorschlag wurde abgeblockt, denn diese Regierung ist offensichtlich Ja gut, ihr hättet, nee, ihr wart mit dem nicht einverstanden. Unser Dekretvorschlag wurde abgeblockt, denn diese Regierung ist nicht bereit, nicht gewillt und auch traurigerweise nicht in der Lage, diese Pläne umzusetzen. Meine Damen und Herren, wir leisten uns einen Parlamentspräsidenten und einen Senator. Beide werden fürstlich entlohnt und da stelle ich noch nicht mal die Frage, was die beiden an den lieben langen Tag so machen. Aber parallel haben wir kein Geld, um den Patchwork-Familien einen kinderreichen Zuschlag zu gewähren. Manchmal habe ich das Gefühl, dass hier gerne mal vergessen wird, dass wir für den Bürger und nicht für uns selber gewählt sind. Und jetzt kommen sie mir bloß nicht damit, dass im neuen System alle Familien mehr kriegen. Im September waren 5.734 Kindern von insgesamt 14.745 Kindern im Übergangsmechanismus und haben ihren alten, sprich den eingefrorenen Kindergeldbetrag bekommen. Anders ausgedrückt, 39 Prozent der kindergeldberechtigten Kinder sind noch im alten System, weil sie da schlicht, weil sie im neuen System einfach schlicht und einfach weniger kriegen würden. Und da können sie noch so eine schöne Marketingkampagne starten, aber diese Zahlen lügen nicht. Nächstes Thema. Letzte Woche haben sie hier gesagt, dass sie über die Einrichtung eines Internetportals für missbrauchte Kinder und Jugendliche so über die Schaffung eines Kinderrechtsrates nachdenken. Wirklich, mich freut diese Initiative, aber lassen sie auch Taten folgen. In diesem Zusammenhang sagten sie auch, dass das Ministerium auf Anfrage Informationen in Französisch zur Verfügung stellt. Ihre Aussage, Herr Antoniades, war, dass der Aufwand und die enormen Kosten für die Aktualisierung der Inhalte in andere Sprachen nicht im Verhältnis zum Nutzen stünde. Fakt ist, dass allein in Kelmis und in Herbestal sehr viele Frankophone leben. Einige DG-Gemeinden haben zwei, wenn nicht sogar einen dreisprachigen Web auftritt und jetzt halten sie sich fest und die offizielle Seite der flämischen Gemeinschaft ist sogar in vier Sprachen verfügbar. Dann stelle ich mir doch die Frage, warum wollen sie das nicht? Warum wollen wir das nicht? Letzte Woche in der Regierungskontrolle war auch der Forblus Blanche Bestandteil. Hier zahlt der Föderalstaat 400 Millionen Euro jährlich ab 2020 in den Fonds für den Pflegesektor zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen ein. Es ist noch nicht klar, wie viel die Einrichtungen in der DG erhalten werden. Herr Minister Antoniades sagte, dass das Geld zur Einstellung vom zusätzlichen Personal, insbesondere im Logistik- und Verwaltungsbereich diene, um den Pflegesektor zu entlasten, wohlbemerkt. Das verstehe ich nicht. Der Pflegesektor braucht Kollegen. Kollegen, die pflegen. Und jetzt kommen wir wieder zur altbewährten Gretchenfrage. Wo soll das Personal herkommen? Gutes Pflegepersonal kann man nicht mal eben bei Amazon bestellen und sich mit Prime liefern lassen. Mein Kollege Kraft hat gestern ausführlich geschildert, welche weiteren Ansätze es gibt, um die Pflegeberufe attraktiv zu machen. Dennoch verdient die Pflege höchste Anerkennung, auch finanziell. Und da sind ihre angekündigten 11,25 Euro Mindestlohn in den nächsten Jahren, Herr Antoniades, einfach zu wenig. Ein weiteres Problem ist der rasante Anstieg der Arbeitsunfähigkeit. Die Zahl von Personen, die länger als ein Jahr krank sind und deswegen als invalidierte Geld stieg im Zeitraum von 2010 bis 2018 um über 60 Prozent. Als eines von mehreren Lösungsmodellen nannte der Direktor der Dienststelle die Notwendigkeit, wesentlich mehr Personal einzustellen. Ihm zufolge warten derzeit allein 100 Personen auf eine Orientierung und Begleitung im Rahmen der beruflichen Integration seitens der Dienststelle. Die Warteliste sei weniger den fehlenden Fachkenntnissen, sondern dem Mangel am Personal geschuldet. Anstelle mehr Geld für Personal aufzubringen, wird der Fehler bei den betroffenen Menschen gesucht. Der Leiter der Dienststelle wies auf Ursachen hin. Dazu zählte er zum Beispiel die Erhöhung des Renteneintrittsalters und die rigiden Maßnahmen im Bereich der Arbeitslosenhilfe. Anders ausgedrückt, wem die Eingliederungspolitik auf dem Arbeitsmarkt nicht gefällt oder mit dem steigenden Pensionsalter nicht einverstanden ist, sieht sich nach anderen Möglichkeiten um, um sein Ziel zu erreichen. Herr Minister, hören Sie auf, die Schuld bei den Betroffenen zu suchen und stellen Sie Geld für die Einstellung vom Personal zur Verfügung. Besser sieht es auch nicht beim Wohnungswesen aus. Hier sind wir im Nirgendwo, Herr Minister. Sie haben noch absolut keine Idee, wo, wann und wie bis 2024 neue Sozialwohnungen entstehen sollen. Natürlich ist wieder ein anderer Schuld, denn die zur Verfügung gestellten Zahlen sind nicht verlässlich, so wie die Wartelisten geben nur wenig Aussagekraft über den reellen Bedarf. Aber das haben wir alles schon mal gehört. An dieser Stelle werde ich nicht auf ISOM, so als Krankenhäuser, die Wohnungsbaugesellschaften, das Umgehen von geltenden Gesetzen, den Ärztemangel, den internen Druck und weiteren Großbaustellen eingehen. So viel Zeit habe ich nämlich nicht. Kolleginnen und Kollegen, solange es sich am Parlamentspräsident und ein Senator geleistet wird. Der Brüsseler Trägergesellschaft ist Grenzecho finanziell unter die Arme gegriffen wird, hier Feste gefeiert und Freikarten verteilt und sich Büros in Brüssel und Berlin geleistet werden, werden wir nicht akzeptieren, dass uns das Geld wählt, um Patchwork-Familien zu unterstützen, den Gemeinden das Geld für den Wegebau gekürzt, es Wartelisten für einen Alten- und Pflegeplatz gibt, die Dienststelle für selbstbestimmtes Leben zu wenig Personal hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Unabhängig vom Inhalt Ihrer Rede und ich betone unabhängig vom Inhalt Ihrer Rede, möchte ich auch Ihnen recht herzlich zu Ihrer Junfernrede gratulieren. Als nächstes erteile ich Frau Klinkenberg das Wort. Ah ja, dann spricht Herr Grommes zuerst. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen von Regierung und Parlament. Jeder aus Belgien macht sich sein eigenes Bild von der Institution deutschsprachige Gemeinschaft. Diese Meinungsbildung wird beeinflusst von verschiedenen Aussagen der Politik, dem Umfeld, in dem man sich befindet, aber auch den Medien. Seit meiner Mitgliedschaft in unserem Parlament werde ich von Menschen häufiger mit ihren Vorstellungen konfrontiert. Eine ist diese. Die DG ist eine völlig aufgeblasene, überforderte und finanziell kaum tragbare kleine Gemeinschaft, die am Tropf der französischen Gemeinschaft und des Nationalstaates hängt. Erschreckend viele Mitbürger stimmen in diesen Negativgesang mit ein. Ich persönlich stelle sachlich fest, die vielen Errungenschaften und positiven Entwicklungen unserer Autonomie werden sehr schnell von den dunklen Wolken der Panikmache oder den Medien wirksamen Negativbehauptungen in Vergessenheit gerückt. Letzten Endes sollen es jedoch Fakten und Zahlen sein, die uns zu einem objektiveren Gesamteindruck führen. 104,18 Millionen Euro hat die Regierung der deutschsprachen Gemeinschaft im Haushalt 2020 für den Bereich Soziales vorgesehen. Eine stolze Summe, die in Menschen investiert wird. Immerhin 31 Prozent der gesamten laufenden Ausgaben. Ganz klar, neue Kompetenzen bergen natürlich neue Herausforderungen und dass diese nicht ohne Komplikationen zu bewältigen sind, wird wohl jedem, selbst den größten Optimisten, klar sein. Ohne Fleiß und akribische Arbeit, ohne einen breitmöglichen Konsens aller Partner und Betroffenen, droht jede Herausforderung zum Fiasko zu werden. Allerdings hat die Vergangenheit deutlich aufgezeigt, dass wir als DG sehr wohl imstande sind, große Herausforderungen anzunehmen und auch in Eigenregie auszuführen. Alleine im sozialen Bereich gibt es bedeutende Themen, die den Alltag eines jeden Menschen aus Belgien beeinflussen und denen unsere Gemeinschaft Enormes geleistet hat. Wir haben zum Beispiel die höchste Kleinkindbetreuungsquote in Belgien. Wir zahlen die höchsten Gehälter für Kinderbetreuer und Kinderbetreuerinnen. Wir zahlen das höchste Kindergeld aus, übrigens auch für kinderreiche Familien. Wir haben im Verhältnis zur Bevölkerung die meisten Alten- und Pflegeheimplätze. Demnächst werden wir in den Pflegeeinrichtungen die belgienweit mit Abstand höchsten Gehälter auszahlen. Im Bereich der Jugendhilfe, des Jugendschutzes und der Gesundheitsprävention gelten die Initiativen der deutschsprachigen Gemeinschaft belgienweit als vorbildlich. Mit der Schaffung des Dienstes für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen Kaleido und dem integrierten Förderansatz ist die DG immer noch der Vorreiter Schlechtin in unserem Land. All das gilt heute als Selbstverständlichkeit. Aber ist es das? Ohne unsere Autonomie wäre vieles von dem, was wir als selbstverständlich annehmen, heute gar nicht möglich. Natürlich bleibt es in allen Bereichen noch viel zu tun. Überall gibt es Verbesserungsbedarf. Die Welt verändert sich ständig und wir müssen uns immer wieder neu darauf einstellen. Fest steht aber, die DG hat trotz oder vielleicht sogar wegen ihrer Kleinheit bewiesen, dass sie es kann, dass sie in der Lage ist, große Herausforderungen zu bewältigen. Manche eben zitierte Stimme aus dem Volk verstummt nach genauerem Hinsehen und es bewahrheitet sich wieder, dass nicht die, die am lautesten brüllen oder sich gerne in zehn Sätzen immer recht haben. Zwei Themen möchte ich jedoch heute genauer beleuchten. Bei den Kinderzulagen oder Familienbeihilfen sind die vorgesehenen Mittel nach der Kompetenzübertragung zur DG deutlich erhöht worden. Dies ist übrigens Geld, das direkt an die betroffenen Kinder weitergegeben wird. Wir sind unbestritten die Gemeinschaft Belgiens, die das höchste Kindergeld auszahlt. Bis zum 1. Juli fiel diese Zuständigkeit dem Föderalstaat zu, der somit auch einzig und allein die nötigen Akten und Daten in seiner Hand hielt. FAMIFET hat nicht nur für unsere Gemeinschaft die Kosten völlig unterschätzt. Auch die Erfahrungswerte nach zwei Auszahlungsmonaten konnten nicht ausreichen, um eine eigene, verlässliche Simulation zu erstellen. Von daher war es wichtig und richtig, eine eigene Simulation zu erstellen zur genauen Entmittlung der anfallenden Aufwendungen. Dies hat die DG getan und aufgrund dieser Rechnung wurden die Mittel erhöht. Verbesserungen im System der Kindergeldauszahlung sind selbstverständlich nicht auszuschließen. Diese dürfen und sollen allerdings nicht das System verkomplizieren, wie wir es aus Erfahrungen in verschiedenen Bereichen schon erlebt haben oder erleben. Denn grundsätzlich hat der Bund der Familienrecht mit seiner Feststellung, dass das in unserer Gemeinschaft angewendete System das kinderfreundlichste in Belgien darstellt, weil es im breiten Dialog und im großen Konsens aller Beteiligten erarbeitet wurde. Prävention wird in der Gesundheitspolitik der deutschsprachigen Gemeinschaft sehr, sehr groß geschrieben. Bedeutender Wert wird darauf gelegt, die Angebote zur Förderung der Volksgesundheit möglichst der gesamten Bevölkerung zugänglich zu machen. Zu diesen Bemühungen gehören das kostenlose Angebot von empfundenen Impfungen, die Krebsvorsorge Untersuchungen, die Suchtprävention und die allgemeine Patientenberatung. In der Wahrnehmung unserer Bevölkerung liegt in diesen Monaten allerdings der Fokus auf die Entwicklung unserer beiden Krankenhäuser. Bis zum 01.01.2020 müssen sich beide Häuser einen lokal-regionalen Netzwerk anschließen. Die meisten Häuser unserer Provinz haben sich dem Netzwerk des Universitätsklinikums CHÜ angeschlossen. Bedauerlicherweise im Gegensatz zu unseren beiden Hospitälern auch die Klinik Rens Astrid in Malmedie. Das St. Nikolaus Hospital Eupen sowie die Klinik St. Josef St. Vitt entschieden sich für das CHC-Netzwerk. Bisher profitierte wir deutschsprachigen in Belger in Sachen Krankenhäuser von einer Sondergenehmigung seitens des Föderalstaates. Es ist allerdings auf Dauer nicht zu erwarten, dass unseren beiden Häusern diesen Aufrechterhaltungsnormen die gleiche Flexibilität zugeteilt wird, wie das bisher so üblich war. Für uns als Prodegie-Fraktion ist es entscheidend, dass beide Standorte erhalten bleiben müssen und gleichzeitig weiterhin jeweils über ein ausreichend gutes Dienstleistungsgebot verfügen. Deshalb ist es in unseren Augen auch existenziell, dass beide Häuser am besten zusammen in den nun anstehenden inhaltlichen Verhandlungen mit dem CHC ihre Interessen vertreten und die notwendigen Bedingungen formulieren. Der Regierung obliegt es darauf zu achten, dass diese Bedingungen im Anerkennungserglas berücksichtigt werden. Parallel ist die Schaffung eines gemeinsamen Verwaltungsrates in der Regierungserklärung vorgesehen unabdingbar. Hierzu gibt es ja in der Krankenhausgesetzgebung mehrere juristische Wege, die dafür vorgesehen sind. Übrigens sind dieses Empfehlungen, die in einer heutigen veröffentlichten gemeinsamen Stellungnahme der Erzrehte des St. Nikolaus-Hospizials und der Klinik Sanktiosus ebenfalls formuliert wurden. Ich möchte Folgendes festhalten. Um ein flächendeckendes Gesundheitsangebot in der deutschsprachigen Gemeinschaft zu gewährleisten, ist es erstens notwendig, dass das CHC-Netzwerk zunehmend spezialisierte Dienstleistungen in deutscher Sprache anbietet. Und zweitens, für alle anderen Dienstleistungen, die nicht in deutscher Sprache zugänglich sind, mit Deutschland kooperiert. Dies etwa in einer weiteren Verbesserung der Ost-Belgien-Regelung oder eventuell in der Einrichtung weiterer Zuast, die den ost-belgischen Patienten einen Zugriff auf Krankenhausdienstleistungen in Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-France ermöglichen. Überall dort, wo es innerhalb unseres Landes Lücken in der deutschsprachigen Behandlungsmöglichkeit gibt. Weil auch der deutschsprachige Patient oder die deutschsprachige Patientin hat einen Anspruch darauf, in allen Gesundheitsbereichen eine umfassende Versorgung in seiner oder ihrer Muttersprache zu erhalten. Ich möchte beide Krankenhäuser der DG ermuntern, gemeinsam Seite an Seite in diese Richtung zu gehen. In der Sankt Joseph Klinik St. Fit wurde ein Zuwachs für Geburtshilfe eingerichtet, das den deutschen Patientinnen den Zugang zur St. Fitter Klinik vereinfacht. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, diesen Zugang auch belgischen Patienten für bestimmte kostenintensive Behandlungen auch in Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen zu gewährleisten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine fruchtbare und vertrauensvolle Zusammenarbeit beider Kliniken, ein solidarisches Zusammenstehen ohne ein gegenseitiges Unterdrücken, jedoch mit dem gemeinsamen Ziel, die beiden Standorte mit einem ausreichenden Dienstleistungsangebot zum Wohle des Ost-Belgien-Patienten zu erlangen, das ist zur Prodegie von zentraler Wichtigkeit. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe das Wort meiner Kollegin Julia Klinikenberg. Das machen Sie nicht, das mache ich. Frau Klinikenberg. Moment, ich muss das Ding mal runterfahren. Jetzt ist das auf meine Augen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder der Regierung, werte Kolleginnen und Kollegen. Im Vergleich zu 2019 wird der Ausgabenhaushalt im Bereich Soziales im nächsten Jahr um weitere vier Millionen Euro erhöht. Ein eindeutiges Zeichen dafür, dass dort unsere finanzpolitischen Prioritäten liegen. Und das ist richtig so, denn es geht im Sozialsektor um die großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zukunft, nicht nur im Bereich der Familien und unseres gesundheitlichen Wohlbefindens, sondern auch auf dem Gebiet der Armutsbekämpfung, der Integration und Inklusion. Es geht darum, ausnahmslos allen Ostbelgiern Zugang zu einem breiten Netz an öffentlichen Dienstleistungen zu ermöglichen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Es gilt, Entwicklungen zu antizipieren und sich zukunftsfähig aufzustellen, um beispielsweise im Rahmen des demografischen Wandels auch künftig für alle Menschen in Ostbelgien, egal welchen Alters, eine hohe Lebensqualität zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang kommt dem sozialen Wohnungsbau, für den wir ab Januar zuständig sein werden, eine wichtige Rolle zu. Der soziale Wohnungsbau erlaubt es uns, neue alternative Wohnformen zu fördern. Oberste Priorität hat es, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, der leider auch bei uns nicht so leicht zu finden ist. Vergessen wir nicht, dass der Wohnungsbau in der Armutsbekämpfung eine wesentliche Rolle spielt. Erschwinglicher Wohnraum muss also her, um die soziale Integration schwächere Bevölkerungsgruppen zu verbessern, aber auch barrierefreier Wohnraum, um älteren, pflegebedürftigen oder beeinträchtigten Personen ein auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes Zuhause zu bieten. Und dafür braucht es Qualitätsstandards, sowohl für Neuwarten als auch für Sanierungen. Mehr dazu am Donnerstag. Mit Blick auf unsere alternde Bevölkerung ist es jedenfalls wünschenswert, wenn in den kommenden Jahren zahlreiche Pilotprojekte im Bereich der alternativen Wohnformen für ältere Menschen entstehen würden. So beispielsweise Wohngemeinschaften, die neue Optionen schaffen, so lange wie eben möglich in den eigenen vier Wänden zu leben. Der goldene Morgen strebt beispielsweise ein solches Projekt an. In den letzten Jahren hat sich vieles bewegt im Bereich der Seniorenpolitik. Neben einem eigenen Grundlagendekret für den Sektor ist die Anzahl betreuter Wohnungen fast verdoppelt worden. Gleichzeitig sind die Mittel für die häusliche Hilfe um 40 Prozent erhöht worden. Außerdem wurden unsere Alten- und Pflegeheime saniert. Die Anzahl Plätze in den Wohn- und Pflegezentren wurde um 15 Prozent auf 111 Betten erhöht. Weitere Plätze folgen. Und auch Tagespflege und Kurzaufenthalte müssen weiter ausgebaut werden, wenn wir dem demografischen Wandel aktiv entgegenwirken möchten, so wie wir es eben beabsichtigen. Denn es geht um den Menschen und seine spezifischen Bedürfnisse, um ein bedarfsgerechtes Angebot, eine qualitätsvolle Pflege und bezahlbare Dienstleistungen für unsere Senioren. Und an all diesen Stellschrauben müssen wir selbstverständlich in Ost-Belgien konsequent drehen. Und zwar jetzt. Denn wir wissen bereits mit Sicherheit, dass die Anzahl 100-Jähriger in den kommenden Jahren massiv ansteigen wird. Frau Hopperz, lassen Sie mich bitte diesbezüglich ganz kurz aus meiner Erfahrung berichten. Meine Patentante ist in einem ostbergischen Wohn- und Pflegezentrum untergebracht, nachdem alleine Wohnen und auch betreutes Wohnen nicht mehr möglich waren. Sowohl bei der Dienststelle als auch beim Träger und auch beim Personal haben wir ganz viel Hilfsbereitschaft gefunden. Und die Betreuung ist wirklich sehr liebevoll. Das muss ich wirklich mal sagen an dieser Stelle. Ihre Schwarzmalerei finde ich gar nicht gut. Das gefällt mir überhaupt nicht und das schürt lediglich Ängste. Das ist nicht in Ordnung. Entschuldigung, aber ich möchte das gerne an dieser Stelle mal gesagt haben. Doch Sie haben recht, es gilt doch zu Beginn, wo bereits ein Notstand besteht, nämlich in der Pflege. Das ist korrekt. Es besteht akuter Personalmangel in unseren Wohn- und Pflegezentren mit steigender Tendenz. Schon jetzt gibt es zu wenig Personal und zu viel Arbeit. Viele sind überlastet, was den Job nicht attraktiver macht. Das Personal ist zudem oft nur Teilzeit beschäftigt. Auch das macht es nicht leichter, Personal zu binden. Doch die deutschsprachige Gemeinschaft kann nun seit der Übertragung der Zuständigkeit eigenständig die Rahmenbedingungen für die Pflegeberufe in den Heimen verbessern. Sowohl durch eine finanzielle als auch durch eine gesellschaftliche Aufwertung des Berufs und auch durch bessere Arbeitsbedingungen. Und das ist wichtig. Denn ob wir wollen oder nicht, jeder von uns wird wahrscheinlich einmal in die Situation kommen, Pflege zu benötigen. Diese Diskussion geht uns also alle an. Und nicht umsonst hat auch der Bürgerrat die Pflegeberufe zum Thema der ersten Bürgerversammlung gemacht, die ab Beginn des nächsten Jahres Empfehlungen an die Politik ausarbeiten wird. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch das Pilotprojekt zur Einführung des skandinavischen TUB-Modells im Katharinenstift in Astenet. Laut einer Veröffentlichung der König-Bodua-Stiftung führte das TUB-Modell in verschiedenen Heimen zu einem höheren Wohlbefinden der Bewohner und besseren Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter. Dabei geht es vorwiegend darum, den Alltag im Wohn- und Pflegezentrum an die spezifischen Bedürfnisse der Senioren anzupassen. Die Autonomie der Senioren und ihre aktive Mitwirkung an der Organisation der Einrichtungen steht im Vordergrund. So sieht das Modell zum Beispiel vor, Arbeitsgruppen einzurichten, in denen die Bewohner als gleichberechtigte Partner mitarbeiten, beispielsweise wenn Unzufriedenheiten mit den Essenszeiten oder sonstigen alltäglichen Abläufen bestehen. Ich bin gespannt, ob die Erfahrungen in Astenet ebenso gut sein werden wie in anderen belgischen Heimen, die bereits seit längerem mit dem TUB-Modell arbeiten. Sie sehen, Frau Hupperts, es passiert doch so einiges im ostbelgischen Pflegesektor. Auch beim Case-Management geht es darum, neue Wege zu beschreiten. 2018 hat die Dienststelle die Schulung zum zertifizierten Case-Manager erfolgreich abgeschlossen. Unsere Rückmeldungen aus der Dienststelle sind durchweg positiv. Nun soll das Case-Management im ostbelgischen Sozialsektor weiter ausgebaut werden. Den Start machen drei öffentliche Sozialhilfezentren. Das bewerten wir als sehr positiv, denn beim Case-Management geht es darum, bei verstärkter Zusammenarbeit zwischen den Diensten die verschiedenen Unterstützungsangebote für den spezifischen Fall einer einzelnen Person genau abzustimmen. Gerade beim Liederprojekt Junge-ÖSHZ-Kunden könnte das Case-Management in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, der Solidarwirtschaft, der Dienststelle, dem Arbeitsamt und sonstigen Diensten zu einer besseren beruflichen Eingliederung und Wiedereingliederung führen. Wir werden mit Interesse die ersten konkreten Ergebnisse verfolgen und hoffen, dass das Projekt dazu beiträgt, die betroffenen 18- bis 30-jährigen ÖSHZ-Kunden in eine sinnvolle Beschäftigung zu bringen. Es geht nämlich um Chancen, werte Kolleginnen und Kollegen. Auch wenn manche Fraktion dieses Hauses den Sozialbereich gerne ins Lächerliche oder besser noch ins Ironische zieht, so ist die ProDG-Fraktion der festen Überzeugung, dass der Sektor in den letzten Jahren wesentliche Fortschritte gemacht hat. Wir wissen, dass sehr viel Potenzial im ostbelgischen Sozialsektor steckt. Daher glauben Sie mir, wir werden mit daran arbeiten, dieses Potenzial in den nächsten Jahren voll auszuschöpfen. Der Haushalt findet unsere uneingeschränkte Unterstützung. Ich danke. Das Wort hat nun Herr Mertes. Werte Damen und Herren, in meinem Redebeitrag zur Diskussionsrunde zum OB50 Gesundheit und Soziales möchte ich lediglich auf die Seniorenheime und Krankenhäuser eingehen. Bei der Vorstellung des Haushalts ist der Ministerpräsident nur sehr kurz auf diesen Bereich eingegangen und verweist auf die ausführlichen Informationen diesbezüglich in der Regierungserklärung vom September diesen Jahres. Dort spricht er unter anderem davon, dass es die hohen Pflegestandards zu bewahren gelte. Schon in meiner Stellungnahme zur Regierungserklärung habe ich darauf hingewiesen, dass diese hohen Pflegestandards in mancher Einrichtung schon lange nicht mehr gewährleistet werden. Der für die Seniorenpflege zuständige Minister schien sichtlich uninteressiert über meine Ausführungen. Er reagierte erst gar nicht. Dabei ist die Situation in zumindest einigen Einrichtungen katastrophal. Ein großes Problem ist nicht nur der Fachkräftemangel, sondern die massive Abwanderung von Personal. Und diese ist anders als einige behaupten nicht hauptsächlich den besseren Löhnen im benachbarten Ausland geschuldet, sondern zu einem Großteil den internen organisatorischen Problemen sowie einem schlechten Personalmanagement. Nachdem ich in meiner Stellungnahme zur Regierungserklärung auf Missstände in mindestens einem Pflegeheim der DG aufmerksam gemacht hatte, wurde ich von mehreren Angehörigen und Pflegekräften kontaktiert, die mir Ähnliches auch aus anderen Heimen berichteten. Ich möchte Ihnen einige Bemerkungen nicht vorenthalten, damit Sie sich, Kolleginnen und Kollegen, selbst ein Bild machen können. In einem Seniorenpflegeheim wurde die Spätschicht um eine weitere Person gekürzt. Die Pflegerin, die dies berichtete, fragte sich, wie die ganze Arbeit dann erledigt werden könne. Eine andere Pflegerin fragte sich, ob sie es kräftemäßig bis zur Pension schaffen werde. Der Druck, die Belastung sei enorm und würde auch durch die vielen Kündigungen immer größer. Ein Teufelskreis. Manche Kollegen, auch solche mit jahrelanger Erfahrung, seien genau aus diesem Grund schon länger krank geschrieben. Eine Angehörige berichtete von drei Kündigungen von paramedizinischem Hilfspersonal in einer Einrichtung innerhalb weniger Wochen. In einem Pflegeheim der DG seien morgens zum Waschen und Anziehen nur zwei Mitarbeiter für 30 Bewohner verantwortlich. In anderen Einrichtungen seien es zwei Mitarbeiter für etwa die Hälfte, nämlich 16 Personen. In dieser Einrichtung würden die ersten Bewohner nachmittags schon um 16 Uhr für die Nacht vorbereitet, also ins Bett gebracht, da die Pfleger es sonst nicht zeitig schaffen, alle zu versorgen. Mehrere Angehörige von Bewohnern aus unterschiedlichen Einrichtungen beklagten sich über die Tatsache, dass die Pfleger keine Zeit fänden, das Trinken der Bewohner zu kontrollieren. Ich brauche wohl niemanden zu erklären, wie lebenswichtig das regelmäßige Trinken insbesondere für ältere Menschen ist. Putzfrauen berichten, dass sie einfach nicht genug Zeit haben, für ausreichende Hygiene im Pflegezentrum zu sorgen. Eine Pflegerin meinte, dass sie abends beim Verlassen des Pflegezentrums nicht das Gefühl habe, dass die Menschen das bekommen, was sie brauchen. Das mache sie krank. Dies sind nur einige Beispiele und ich würde sie als die Spitze des Eisbergs bezeichnen. Dass diese Missstände hier im Parlament quasi nicht erwähnt werden, bestürzt mich genauso. Es ist ja nicht so, Herr Antoniadis, dass Sie von alledem nichts wissen. Ganz im Gegenteil, soviel ich weiß, sind Sie bestens informiert. Aber was soll dann das ganze Gerede von hohen Pflegestandards? Dies mag wohl Ihr Wunsch sein, doch dann übernehmen Sie endlich Verantwortung und kümmern Sie sich um die Probleme. Die Pflegelehrkräfte leisten Großes. Dies kann nicht genug hervorgehoben werden. Die Pflege am Menschen, an Senioren verdient unsere volle Anerkennung und auch das Versprechen, alles Erdenkliche zu unternehmen, für gute Arbeitsbedingungen und korrekte Entlohnung zu sorgen. Das schulden wir den Pflegern, aber natürlich auch den pflegebedürftigen Menschen und nicht zuletzt den Angehörigen. Die angekündigte Erhöhung der Gehälter des Pflegepersonals ist ein Schritt in die richtige Richtung, doch er reicht lange nicht aus. Auch die Organisation muss in so mancher Einrichtung auf dem Prüfstand und reformiert werden. Sprachzwänge lassen wir hier nicht gelten. Die DG ist finanziell sehr gut ausgestattet. Allein die richtigen Prioritäten gilt es zu setzen. Und für die Seniorenpflege und die Pflegeheime ist die DG nun mal definitiv zuständig. In den Krankenhäusern sieht es nicht viel besser aus. Zumindest erfuhr ich aus einem der beiden Häuser, dass es massive Probleme sowohl hinsichtlich der Pflege als auch der Qualität der medizinischen Versorgung gebe. Im St. Vitter Krankenhaus sind beispielsweise vier der sechs Betten der Intensivstationen geschlossen, was sich negativ auf den Betrieb auch einiger anderer Stationen und der medizinischen Versorgung insgesamt auswirkt. Auf unterschiedlichen Stationen sind zeitweise immer wieder Betten geschlossen. Auch die interne Organisation führt, ähnlich wie in den Pflegeheimen, zu Problemen, Druck und Spannungen. Die Folge auch hier zahlreiche Kündigungen. Schlechtes Personalmanagement scheint ebenfalls ein Grund für diese Entwicklung zu sein. Nun erwidert Herr Antoniadis, wenn dieses Thema nun doch mal hier im Haus aufgegriffen wird, wie zum Beispiel von den Kollegen der CSB, dass die DG ja nur sehr wenig Zuständigkeiten in Sachen Krankenhäuser innehabe. So ganz einfach ist es nun doch nicht, Herr Antoniadis. Die DG ist für Infrastruktur und für die Einhaltung der Normen zuständig, so ihre Aussage. Auf Nachfrage beim juristischen Dienst dieses Hauses, was denn genau mit der Einhaltung der Normen gemeint sei und was alles in die Zuständigkeiten der DG falle, hielten wir uns unter anderem folgende Antwort. In diesem Sinne sind auch die Regeln betreffend die Qualität der Dienste, die Gesamteinrichtung und der Krankenhausorganisationen, Gemeinschaftsmaterie, genauso wie die Ausarbeitung der Qualitätsevaluation, also auch in Bezug auf die medizinischen Aktivitäten und die Krankenschwestern. Ich sage ein altes Sprichwort, wo ein Wille, da auch ein Weg. Der Gesundheitsminister sagte letztens, dass die Opposition der Regierung Bevormundung vorwerfen würde, wenn sie sich in interne Angelegenheiten von Organisationen einmische. Das stimmt, Herr Minister. Sie sollen sich auch nicht in alle inneren Angelegenheiten von Organisationen und Einrichtungen einmischen, wenn dort alles geordnete Wege geht. Was die Zuständigkeit im Falle der Krankenhäuser betrifft, so ist die Sachlage nicht so eindeutig, wie der Herr Minister es gerne darstellt. Aber selbst wenn es so wäre, dann frage ich mich, ob die Verletzung der Menschenwürde keinen Grund darstellt, ganz unabhängig von irgendwelchen Zuständigkeiten sich des Themas anzunehmen. Wenn die, die direkt in der Verantwortung stehen, es aufgrund von äußeren Umständen oder aus eigener Kraft, aus welchen Gründen auch immer, nicht schaffen, der Situation Herr zu werden, dann darf die DG Hilfe anbieten. Wenn diese nicht angenommen wird und wenn die Zustände sich nicht verbessern, ist es dann nicht unsere Pflicht, einzugreifen. Wenn Pflegekräfte aus Seniorenheimen und aus Krankenhäusern sagen, dass sie, wenn sie von der Arbeit nach Hause fahren, nicht mehr das Gefühl haben, dass die ihnen anvertrauten Menschen, Patienten und Pflegebedürftigte, das bekommen, was ihnen zusteht, dann ist dies für mich ein Hilfeschrei. Ist das unsere Vorstellung, werte Kolleginnen und Kollegen, von hohen Pflegestandards, die es zu erhalten gilt? Nein, unsere ist es nicht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, ich werde noch zu drei verschiedenen Punkten vom OB50 Stellung geben, nachdem mein Kollege gerade zur Krankenhausproblematik und zu den Pflegeheimen Stellung bezogen hat, und zwar zur Gesundheitsprävention und zum Thema Kindergeld. Zur Gesundheitsprävention. Seit Jahren weisen wir in zahlreichen Veröffentlichungen und Resolutionen auf diese Problematik hin und haben den Minister immer wieder dazu befragt. Und seit der sechsten Staatsreform ist bekanntlich die DG vollständig für diesen Bereich zuständig. Und wenn wir uns aktuelle Zahlen und Statistiken anschauen, dann stellen wir fest, dass es in diesem Bereich einiges zu tun gilt. Zum einen ist der Krankenstand besorgniserregend hoch. Der WAT meldete im Februar 2018, dass laut einer Analyse des Personaldienstleisters HD Works der Krankenstand in Belgien in den vergangenen zehn Jahren um 33 Prozent angestiegen ist. Das bedeutet, dass jeder achte belgische Arbeitnehmer zwischen acht Monaten und einem Jahr krank ist. Zwölf Prozent aller Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft in Belgien waren letztes Jahr länger als ein Jahr krank gemeldet. Der H-Dienstleiter SD Works befragte 19.500 privatwirtschaftliche Unternehmen zu den Krankenständen und zur entsprechenden Entwicklung. Aus der Analyse nach der Umfrage wird deutlich, dass die Arbeitnehmer in Belgien immer länger krankgeschrieben sind. 2008 war ein Arbeitnehmer in unserem Lande neun Tage pro Jahr krank gemeldet. 2017 stieg diese Zahl auf durchschnittlich schon zwölf Tage an. Der einzige kleine Lichtblick in diesem Zusammenhang ist, so der WAT, dass sich der Anstieg der Krankmeldungen in letzter Zeit etwas verlangsamt hat. Meine Damen und Herren, Sie kennen unsere Prämisse. Zuerst einmal ist jeder selbst für sich und seine Gesundheit verantwortlich. Und bekanntlich kommt Vorsorge vor der Sorge. Aber es ist auch die Aufgabe des Gesetzgebers, die Menschen vor schädlichen Umwelteinflüssen zu warnen, beziehungsweise gefährliche Produkte für Menschen und Umwelt zu verbieten und auf Problemsituationen einzugehen. In der vergangenen Legislatur haben wir in verschiedenen Resolutionen hierauf hingewiesen und die verantwortlichen Einrichtungen oder Regierungen, sei es regional, föderal oder sogar auf EU-Ebene, aufgefordert, hier ihrer Verantwortung nachzukommen. Die diesbezüglichen Resolutionen, so zum Beispiel beim Thema Weichmacher bis Phenol, wurden vom ganzen Parlament verabschiedet. Also auch die Kolleginnen und Kollegen der Mehrheit waren hier unserer Meinung. Denn ja, eigentlich gilt in der EU das Vorsorgeprinzip. Und es heißt in einer Schrift der Europäischen Umweltagentur, einer Katastrophe zuvor zu kommen, erfordert für gewöhnlich ein Handeln, auch bevor Schäden deutlich sichtbar werden. Vor allem dann, wenn die Schäden erst spät eintreten und unumkehrbar sind. Und die Geschichte zeigt uns, dass bei vielen giftigen Stoffen, auch bei Medikamenten, die Problematik erst viel zu spät erkannt wurde. Und ein weiteres Problem, welches zwar erkannt wird, aber wo jedoch eine gewisse Ratlosigkeit herrscht, sind Infektionen mit antibiotikaresistenten Keimen. Vor einem Jahr berichtete der Norddeutsche Rundfunk, dass in der EU jedes Jahr mehr als 33.000 Menschen an Infektionen mit antibiotikaresistenten Keimen sterben. Das Ergebnis der aktuellen Studie zeigt damit auch, dass die Zahl deutlich höher ist als bislang angenommen. Für die Auswertung wurden Daten aus dem Jahre 2015 analysiert. Und danach hat sich die Zahl der Infektionen seit 2007 fast verdoppelt und deutlich mehr Menschen sterben. Besonders gefährdet sind Kleinkinder und ältere Menschen. Insgesamt, so schätzen die Wissenschaftler, sei die Belastung durch antibiotikaresistente Bakterien so groß wie die von HIV, Grippe und Tuberkulose zusammengenommen. Und das Schlimmste ist, dass etwa drei Viertel der Krankheitslast auf Ansteckungen in Kliniken oder anderen Gesundheitseinrichtungen zurückzuführen seien. Mehr als die Hälfte dieser Fälle sei wahrscheinlich vermeidbar. Verbesserte Maßnahmen zur Infektionsvermeidung und Kontrolle könnten folglich das Problem deutlich milder. Ich hatte diesbezüglich eine Frage an den zuständigen Minister eingereicht. Leider gab es kein Zahlenmaterial zu den Vorfällen in der deutsch-bayerischen Gemeinschaft und keine aktuellen Zahlen zu Belgien, lediglich bis zum Jahre 2013. Das war die schriftliche Frage Nummer 345 aus der letzten Legislatur. Am 08.07.2018 berichtete das Grenze Show von der letzten interministeriellen Konferenz des Gesundheitswesens. Thema war die Feststellung der WHO, dass antibiotikaresistente Bakterien und Mikroorganismen einer der größten Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit darstellen würden. Und Sie oder ein Vertreter der Regierung haben an dieser Konferenz, also an dieser interministeriellen Konferenz, teilgenommen. Leider geht aus Ihrer Antwort hervor, dass es keine neuen Erkenntnisse gibt. Also wir finden, wir sollten dieser Sache nachgehen, denn zahlreiche Wissenschaftler besprechen hier von einer enormen Bedrohung. Und wir sollten dieses Thema, finde ich, im Ausschuss vertieft angehen. Und ich werde vorschlagen, dass wir dieses Thema in Zukunft im Ausschuss auf die Tagesordnung setzen. Bezüglich der nationalen Gesundheitsumfrage und zu den Ergebnissen für die DG hatte ich ja bereits in der Vergangenheit hier im Hause dies im Rahmen einer Haushaltsdebatte angesprochen. Für die neuen Kolleginnen und Kollegen kurz zur Erinnerung. Es ging darum, dass im Ausschuss in einer Sitzung vom 14. Oktober 2015 die Resultate der nationalen Gesundheitsbefragung 2013 betreffend der Deutschsprachengemeinschaft vorgestellt wurden und mit besorgniserregenden Resultaten für die Deutschsprachengemeinschaft. Die Auswertung dieser Resultate ergab, dass 22 Prozent der Probanden mit ihrem Gesundheitszustand unzufrieden sind und dass trotz gesteigertem Gesundheitsbewusstsein auch das Vorkommen chronischer Krankheiten, 33 Prozent, ist in der DG höher als der landesweite Durchschnitt. Anzumerken ist, dass diese Resultate aus den Aussagen von knapp 300 Personen aus der Deutschsprachengemeinschaft gewonnen wurden und somit nicht repräsentativ ist, aber das bis dato einzigste Umfrage in diesem Rahmen war. Daher wurde die Anzahl der Befragten für die aktuelle Umfrage erhöht, welche in diesem Jahr durchgeführt wurde. Ich hatte das ja kurz, ich glaube im September, mal im Ausschuss nachgefragt und da ist uns ja gesagt worden, dass diese Umfrage, die ist ja dieses Jahr durchgeführt worden und vielleicht können Sie am Donnerstag darauf eingehen, weil ich wollte nämlich nächste Woche im Ausschuss darauf eingehen, dass uns dann mal endlich die entsprechenden Resultate dazu im Ausschuss vorgestellt werden, in denen ich denke, das ist ein wichtiges Arbeitsinstrument, um zu sehen, wie steht es um die Gesundheit der Bürger in der deutschsprachigen Gemeinschaft. Zum Thema Kindergeld. Wir haben ja letztes Jahr sehr viel darüber geredet und dieses Jahr haben wir im Ausschuss auch wieder darüber geredet, nachdem die CSB da einen Abänderungsvorschlag eingebracht hat. Und Sie wissen, dass wir grundsätzlich Ihrem Abänderungsvorschlag, und ich hatte das bereits letztes Jahr in unserer Stellungnahme zum Kindergeld gesagt, etwas kritisch gegenüberstehen. Anzumerken ist, und das habe ich auch letztes Jahr gesagt, auch wenn mir das sehr, sehr schwer über die Lippen fällt, dass das Kindergelddekret nicht die schlechteste Arbeit dieser DG-Regierung war. Also ich persönlich finde, dass es eine Verbesserung in vielen Bereichen zum alten System darstellt. Es gibt sicherlich Punkte, über die man diskutieren kann. Was jetzt Ihren Abänderungsvorschlag angeht, da haben wir gemeinsam, das heißt CSB, ECOLO, also alle Oppositionsfraktionen, diesen zum Staatsrat zur Überprüfung geschickt, um zu sehen, ob es da wirklich einen Missstand oder ob es da wirklich eine, benannten wir es nochmal, da gab es einen speziellen juristischen Begriff, für den mir jetzt nicht einfällt, eine Diskriminierung darstellt. Aber inhaltlich, ja, war gar kein Juristischer, aber inhaltlich hatte ich ja einen Gegenvorschlag unterbreitet. Vielleicht erinnert sich der Minister auch daran. Und zwar, wir sind der Meinung, dass man diesen kinderreichen Zuschlag einfach aufteilen sollte. Das heißt, den kinderreichen Zuschlag, ich glaube, Herr Minister, korrigieren Sie mich, das ist 135 Euro für das dritte Kind, dass man den einfach durch drei teilt und dann bei den ersten drei Kindern hinzufügt. Und dann diesen Betrag einfriert und dann keinen weiteren Zuschlag gibt. Das heißt, ein Großteil der Familien mit einem, mit zwei, mit drei Kindern, für drei Kinder wäre es gleich. Und die Familien mit einem, zwei Kindern würden profitieren. Denn, Herr Kromes hat eben so schön gesagt, oder mehrfach sogar wiederholt, dass wir in Belgien das vorteilhafteste, Sie haben sogar gesagt, das höchste Kindergeld haben in Belgien. Ja, aber wir haben, wenn wir uns zu Nachbarländern rüberschauen, ein viel geringeres. Also wir haben ein viel geringeres Kindergeld als in Deutschland, wir haben ein viel geringeres als in Luxemburg und wir haben auch ein geringeres als in den Niederlanden. Einzig, wir haben ein höheres als in Frankreich, wo es erst für das zweite Kind, also erst ab dem zweiten Kind Kindergeld gibt. Das heißt, Sie haben sich auch danach nochmal korrigiert und haben gesagt, das höchste Kindergeld für Belgien. Es ist nicht das höchste Kindergeld allgemein. Deswegen profitieren ja auch zahlreiche Pendler davon, die einen Zuschlag bekommen, wenn sie im Ausland arbeiten. Oder sie kriegen sogar direkt, wenn beide im Ausland arbeiten, das ausländische Kindergeld. Davon profitieren tausende Familien in der deutschsprachigen Gemeinschaft. Was übrigens auch zum Vorteil, und da hatten wir uns ja letztes Jahr mal drüber gestritten, zum Vorteil der Kindergeldkasse in der DG ist, denn wenn beide im Ausland arbeiten, kommt das Kindergeld direkt vom Ausland und die Eltern nehmen das, weil es ja höher ist. Und das hat nichts mit der Kindergeldkasse hier zu tun. Wenn jetzt einer im Ausland arbeitet, dann gibt es einen Zuschlag. Das heißt, dann ist das für die DG quasi eine Nulloperation, man bezahlt das Kindergeld und die Eltern erhalten den Zuschlag. Also wir hatten dann als Gegenvorschlag gebracht, dass man quasi diesen kinderreichen Zuschlag so verändert, dass 1, 2, 3 gleich bekommt, 1, 2 mehr bekommt und dass es keinen zusätzlichen Zuschlag gibt. Und wenn man sich die Zahlen anhand der Familienzusammensetzung der Deutschlandgemeinschaft anschaut, auch das haben sie letztes Jahr nochmals hervorgehoben, dann sind ja die meisten, die haben ein oder zwei Kinder, dann würde das generell mehr Familien von Vorteil sein. Generell muss man, oder habe ich mir auch mal, und wir hatten auch das in der Gruppe diskutiert, warum überhaupt diesen kinderreichen Zuschlag? Es gibt effektiv einige Argumente dafür, wir haben ja auch im Ausschuss darüber gesprochen. Zum Beispiel, wenn man ein drittes Kind bekommt, man braucht manch ein größeres Auto oder die Wohnung muss sich ändern und so weiter. Aber grundsätzlich oder historisch war das eigentlich etwas anderes, was da eine Rolle spielte. Und ich weiß nicht, ob dieser kinderreichen Zuschlag so zeitgemäß ist, Nachbarländer haben ihn zum Beispiel auch gestrichen. Also Luxemburg hat das System komplett geändert, wo es einen neuen hohen Betrag gibt. Ich glaube, der ist 265 Euro pro Kind. Ja, 265? 216? 60, ja, das war doch 60. Und dann gibt es keinen Zuschlag mehr. Und in Deutschland gibt es einen minimalen Zuschlag. Aber nicht so wie hier. Also, ja, wir haben ja auch im Ausschuss darüber gesprochen. Das wäre dann unser Gegenvorschlag, weil dann wäre das nämlich mit den Patchwork-Familien nämlich auch hin. Also dann bekämen die ja dann quasi automatisch mehr Kindergeld, beziehungsweise bis zum dritten Kind. Ja, das war unser Vorschlag dazu. Und wir werden, und das habe ich ja bereits gestern angekündigt, generell zum Thema Kindergeld, aber auch generell zum Thema Kinderbetreuung im kommenden Jahr einen Vorschlag hier unterbreiten, wie man das Ganze komplementär gestalten kann mit sogenannten Gutscheinen. Das heißt nicht, ich hatte schon die Befürchtung, dass Herr Antoniadis das wieder falsch versteht und dann am Donnerstag mit einer unredlichen Replik kommt. Natürlich soll das Kindergeld nicht in Form von Gutschein ausgezahlt werden, sondern es sollte Prämien geben. Und wir haben ja auch Vorschläge gemacht, wo man diese Gelder hernehmen kann. Die haben Sie auch gut verstanden. Und wenn die Regierung sich in einer Legislatur 25 Prozent mehr gönnt und nächstes Jahr wieder vier Prozent mehr bekommt, dann denke ich, dann kann man auch im Bereich Kindergeld etwas machen, obwohl Sie der Meinung sind, dass Sie da schon sehr viel Geld reinstecken. Und dann könnte man zum Beispiel eine Sozialpolitik mit Wirtschaftspolitik kombinieren. Und so wie es zum Beispiel in einer Gemeinde, in der Deutschlandgemeinschaft der Fall ist, dass man da lokalen Geschäften Kaufimpulse geben könnte. Aber da warten Sie unseren diesbezüglichen Vorschlag ab. In der vergangenen Legislatur haben wir ja einige Vorschläge gebracht, die hier vom ganzen Hause dann verabschiedet worden sind. Nachher werden wir über einen Vorschlag reden, der leider nicht auf Ihre Zustimmung fiel. Aber vielleicht wird dieser dann nach ausführlichen Diskussionen im Ausschuss dann doch auf Ihre Zustimmung treffen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes hat Frau Kewa das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Mitglieder in Regierung und Parlament, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Alles ist das Gegenteil von dem, was es zu sein scheint, und nichts ist das Gegenteil von dem, was es zu sein scheint. Hinter vereinfachten Wiedergaben oder auch Auslegungen von Gesagtem, Zitaten oder Stellungnahmen verbirgt sich sehr viel mehr, als ich auf den ersten Blick erahnen lassen könnte. Und auch hinter dem, was wir glauben, glasklar wahrzunehmen und durchschaut zu haben, einen Menschen, den wir glauben, einschätzen zu können, weil er dieses oder jenes gesagt hat, einen Politiker, den wir glauben, zu kennen, weil er dieser oder jener Partei angehört und diese oder jene Meinung vertritt, verbirgt sich so viel mehr, als wir denken und auf ihn drauf projizieren. Nichts ist wirklich nur so, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint. Das ist im Leben wie in der Politik so und gilt auch für den Haushalt der deutschsprachigen Gemeinschaft. So vieles verbirgt sich hinter diesen Zahlen, so vieles hängt davon ab. So vieles wird beeinflusst von diesen Entscheidungen, keine leichten Entscheidungen, die sich hier in diesem Hause auch keiner leicht macht. Das kann ich Ihnen versichern, nicht nur, weil ich das glaube, sondern weil ich es erlebt habe. Eine Bewertung ist so schnell gesprochen, ein Urteil so schnell gefällt. Es sollte so sein, nein, so ist es richtig, ganz sicher nicht, viel besser wäre es so. Ich würde es aber so machen, so wie du das machst, ist das falsch. Jeder Mensch nimmt Dinge auf seine eigene höchstpersönliche Art und Weise wahr, interpretiert diese durch die Wahrnehmungsfilter der eigenen Geschichte und schafft sich so eine eigene interessante Sicht auf die Welt. Es gibt wohl so viele subjektive Wahrheiten, wie es Menschen gibt und so viele Möglichkeiten wie Sichtweisen. Und auch jeder von uns 25, 29, wie wir hier allesamt vom Volke gewählt sitzen, hat eine eigene Auffassung der Dinge, die wir mit manchen Kollegen teilen, mit anderen weniger. Das nennt man dann wohl Parteien, Koalition und Opposition. Hier in diesem Hause habe ich es in den letzten Monaten oft erlebt, dass die verschiedenen Ansichten weit auseinanderklaffen. Das ist nachvollziehbar und das ist auch sehr gut so. Stellt doch eine konstruktive Streitkultur die Grundlage für eine demokratische Entscheidungsfindung dar, die von der gegenseitigen Bereicherung durch unsere verschiedenen Standpunkte zeugt. Und in den letzten Monaten bin ich auch des Öfteren wahrlich an die Grenzen meines Verständnisses gestoßen. Nämlich genau dann, wenn Diskussionen ins Destruktive abrutschen, wenn aus Prinzip aufeinander herumgehakt wird, weil man eben nicht die gleiche Meinung vertritt oder nicht der gleichen Partei angehört und wenn der Tonfall nicht mehr im Sinne der Sache steht, sondern nur noch dazu dient, den anderen vorzuführen und zu diskreditieren. Gerade unsere verschiedenen Auffassungen sind somit also die Bereicherung und eben auch die Krux. Jeder von uns ist auf seine ganz eigene Art ein Beitrag zum Ganzen. Und an dieser Stelle möchte ich Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Regierungsmitglieder, inständig bitten, dieser Beitrag für Ostbelgien zu sein. Auch und sogar gerade weil wir verschiedener Meinungen sind und diese auch vertreten dürfen. Sollen. Müssen. Dies darf auch gerne mit kritischen Tönen, mal mit mahnend erhobenem Zeigefinger oder auch mal direkt konfrontierend geschehen. Bitte jedoch mit gesundem Menschenverstand und mit Würde. Und bitte, bitte, bitte. Immer. Mit einer konstruktiven Grundhaltung und dem Sinne der größeren Sache. Jenseits des Profilierungswunsches des Einzelnen oder dem Bedürfnis, das Gegenüber prinzipiell abzuwerten. Hier geht es weder um unser Ego noch um die Farbe der Fahne, unter der wir segeln. Wir alle haben im Grunde das gleiche Ziel. Es geht dabei um eine Angelegenheit, die prinzipielle Krabitzigkeit, Grabenkämpfe und Rechthaberei selbstverständlich in den Schatten stellen sollte. Für die jegliche selbstgefällige Borniertheit und persönliche Kaprizen hintangestellt werden müssen. Es geht um unsere Heimat, um unsere Mitmenschen, Familie, Freunde und Kinder. Darum, was gut ist und was für uns alle hier auf diesem wunderschönen Fleckschen Erde mehr kreiert. Für alle, nicht für Einzelne. Solidarisch gemeinsam für alle und vor allem im Dienste aller. Wir alle, die Teil dieses ehrwürdigen Hauses sind, genau wie diejenigen, die die Ehre haben, Regierungsverantwortung zu übernehmen, befinden uns jetzt gerade, hier in diesem Moment, hier an dieser Stelle, aus einem einzigen triftigen Grund und im Dienste einer einzigen prioritären Sache für Ostbelgien, für seine Menschen, für seine Zukunft. Es ist unsere Aufgabe, unsere Verpflichtung, sozial gerechte und nachhaltige Politik für Ostbelgien zu machen. Um dieses ambitionierte Ziel umsetzen zu können, müssen wir alle an einem Strang ziehen. Und, wie ein weiser Mann einmal sagte, es genügt nicht nur an einem Strang zu ziehen, es sollte bitte auch in die gleiche Richtung sein. Und zwar hin zu einem zukunftsfähigen Ostbelgien, wo zufriedene Menschen wohnen, die hier einen guten Platz zum Leben für sich und ihre Lieben haben, mit einem tragfähigen und sicherheitsgebenden sozialen und Gesundheitsnetzwerk, guter Bildung und bezahlbarem Wohnraum. Lasst uns zusammenarbeiten, uns gegenseitig unterstützen, um konstruktiv dabei zu helfen, dieses Schiff durch die seichter werdenden Wasser zu manövrieren und unbeschadet, um Klippen herumzulenken im Interesse der Menschen. Dabei möchte ich betonen, dass es wohl viel mehr makroökonomischen Faktoren mit anzulasten ist, dass diese Gewässer seichter werden, als dass es die alleinige Schuld einer schlechten Haushaltung wäre. Bescheinigt doch der konsolidierte Jahresabschluss 2018, dass für dieses Jahr ein Überschuss von rund 1,1 Millionen erwirtschaftet wurde. Und trotz der erschwerenden Bedingungen von eingetrübtem Wirtschaftswachstum und unsicheren finanzpolitischen Rahmenbedingungen, steht auch für 2019 ein Überschuss von 123.000 Euro auf der Agenda. Wobei schon im Vorfeld sowohl für 2018 wie auch für 2019 ausgeglichene Haushalte vorgelegt worden waren, was ebenso wiederum der Fall für 2020 ist. In diesen Zeiten und mit einem Blick über den geografischen Tellerrand hinaus scheint mir dies nicht unbedingt eine gegebene Selbstverständlichkeit. Ich habe einige Zeit gebraucht, mich in diesen Haushalt einzuarbeiten. Dabei ist mir, ganz grob zusammengefasst, eines klar geworden. Das Grundprinzip des Haushalts der deutschsprachigen Gemeinschaft ist im Endeffekt genau das gleiche wie das eines jeden Privathaushalts. Und dieses Prinzip kennt jeder von uns nur zu gut. Es steht so und so viel Einkommen auf der Haben-Seite zur Verfügung. Und es gibt so und so viele Ausgaben, Anschaffungen, Kosten, Notwendigkeiten und Wünsche, die es damit zu finanzieren gilt. Jeder realistisch denkende Familienvater weiß dabei von vorne herein, dass er nicht allen Ansprüchen eines jeden gerecht werden kann, so sehr er es auch wölte oder es sich wünschen würde. Es ist auf dem Konto, was auf dem Konto ist, nicht mehr und auch nicht weniger. Deshalb heißt es an dieser Stelle, gut überlegen und an Weise entscheiden, wer wie wo was wie viel wovon, für welche Projekte, Vorhaben und Zukunftsvisionen zugesprochen bekommt. Dabei hat jeder verantwortungsbewusste Familienvater oder auch jede pragmatisch denkende Hausfrau immer im Hinterkopf, dass möglichst gut gehaushaltet werden muss, weil die Mittel leider Gottes nun einmal begrenzt sind. Sicherlich werden am Ende nicht alle mit den Anschaffungen oder den gesetzten Prioritäten zufrieden sein. Es ist nun einmal nicht unendlich knete da. Und so manches Vorhaben muss, so leid es auch tut, beschnitten werden, weil es einfach nicht hinhaut. Es ist eben auf dem Konto, was auf dem Konto ist, nicht mehr und auch nicht weniger. Die Kunst des Haushaltens ist, dies gut überlegt und geplant mit Weitsicht und Effizienz im Interesse aller oder möglichst vieler Beteiligten zu tun. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder, der sich in dieser Verantwortung wiederfindet, mit dieser Entscheidungslast auf den Schultern, da so vieles und so viele davon beeinflusst werden und richtiggehend abhängen, sein ausnahmslos Bestes geben wird, die begrenzten Mittel so weise und konstruktiv einzusetzen, wie er denn glaubt und überzeugt ist, dass es für viele oder für alle Beteiligten das Beste ist. Werte Kolleginnen und Kollegen, Ich möchte Ihnen an dieser Stelle ein Geständnis machen. Manchmal bin ich richtiggehend schockiert darüber, dass der Regierung immer wieder ernsthaft unterstellt wird, dass sie diesen guten Willen nicht hätten oder, wie der besseren Wissens, und wenn man sich so umhört, auch ohne jedwedes schlechte Gewissen, bewusst gegen das Interesse Ostbelgiens entscheiden würde. Oft genug durfte ich in den letzten Monaten erleben, dass solche Unterstellungen im Raum standen und wie die Entscheidungen der Minister offen oder unterschwellig, manchmal auf vernünftige Weise, manchmal einfach nur unwürdig, verurteilt und niedergemacht wurden. Glauben Sie wirklich und wahrhaftig, dass diese Menschen aus Belgier wie Sie und ich, die diese Region zweifellos genauso lieben wie wir alle, bewusst und in Kenntnis aller Umstände vorsätzlich Entscheidungen treffen würden, von denen Sie in Kauf nehmen, dass sie einen Nachteil für unsere Heimat darstellen? Glauben Sie ernsthaft, dass unser Sozialminister ein durch und durch böser Mensch ist, der nur seine eigenen Vorteile in der Nase hat? Wissen Sie, ich habe noch nie jemanden getroffen, der morgens aufsteht, ins Bad geht, in den Spiegel schaut und sagt, heute vergeige ich mal so richtig meinen Tag. Und wenn ich mir sicher bin, dass die Option A für alle mehr kreiert und das Beste ist und das Richtige ist, dann wähle ich heute aus Jux und Dollerei mal B. Kennen Sie so jemanden? Ich persönlich nicht. Und ich empfinde es als richtiggehend sinnbefreit, einem Menschen so etwas zu unterstellen. Nennen Sie mich naiv oder dumm, manche werden mir vielleicht sogar unterstellen, dass ich so etwas ja sagen muss, weil ich Parlamentarierin der SP bin und die ist ja schließlich Teil der Koalition. Da muss die ja so etwas sagen. Aber ich bin wirklich einfach nicht bereit zu glauben, dass unsere Regierungsträger so funktionieren. Und ich habe es in den letzten Monaten nicht wahrgenommen oder erlebt, dass es so gewesen wäre. Die Sache ist schlichtweg die, wer nichts tut, kann auch nichts falsch machen. Und selbst das ist oft genug ein Fehler. Wir Menschen sind so gestrickt, dass wir grundsätzlich nach bestem Wissen und Gewissen wählen. Mit der Bewusstheit, der Weisheit und eben auch den blinden Flecken, Unbewusstheiten und Unvorhersehbarkeiten, die wir nun einmal haben. Werfe bitte der den ersten Stein, dessen Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen niemals eine unverhoffte negative Konsequenz oder ein suboptimales Resultat hatten, der vor jeglichen Unvorhersehbarkeiten gefeilt ist und alles im Leben immer perfekt hinbekommen hat. Verstehen Sie mich bitte richtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich verurteile hier niemanden, genauso wenig, wie ich jemanden vorbehaltlos in Schutz nehme. Es ist mir einfach nur ein Herzensanliegen, an unser aller Wirte, unser Menschsein und unsere Intelligenz zu appellieren, damit wir uns gemeinsam und bestmöglich für unser gemeinsames Ziel einsetzen können. Das da ist, nützlich, hilfreich und unterstützend für die Menschen in Ostbelgien und unserer Heimat zu sein. Ich möchte uns alle dazu aufrufen, dass wir alles, dessen wir denn fähig sind, dazu einsetzen, unsere Entscheidungsträger dabei zu unterstützen, das Beste für unsere Heimat leisten zu können. Wie auch immer der Beitrag jedes Einzelnen aussehen mag, sei es mit Zuspruch und Einverständnis oder auch klaren Worten und konstruktiver Kritik. Den schlechten Willen kann ich hier nicht erkennen, jedoch wohl die menschlichen Grenzen, die unsere menschliche Natur uns setzt, sowie den Wunsch und die Bereitschaft, Unterstützung zu nutzen, um sie in Entscheidungen einfließen zu lassen, die einen möglichst großen Mehrwert für Ostbelgien kreieren. Und wenn ich an dieser Stelle noch ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern darf, ich persönlich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass auch durchaus kritische Fragen oder Anmerkungen gehört werden und sogar erwünscht sind, wenn sie denn in einem würdevollen Ton ohne unnötige Angriffslust und der Sache dienlich herübergebracht werden. Um gemeinsam zu wirken, muss keiner herabgewürdigt werden oder sein Gesicht verlieren. Entschuldigung. Über die letzten Monate ist mir klar geworden, dass einer der größten, fast schon ein grundsätzlicher Zankapfel, in diesen Zeiten wohl der Ausbau der Autonomie der DG ist. Mit der sechsten Staatsreform hat die DG weitere Ausübungskompetenzen zugesprochen bekommen und nach und nach vom Föderalstaat übernommen. Ebenso sind einige Kompetenzen der wallonischen Region schon an die DG übergegangen beziehungsweise werden noch übernommen. Manche Menschen in unserer Region sind der Auffassung, dass dies weder notwendig noch tragbar sei, dass viel zu viel Geld in den Ausbau der Strukturen zur Umsetzung dieser Kompetenzen fließt, obwohl diese doch schon beim Föderalstaat oder der wallonischen Region existieren. Dass viel zu viel Verwaltungsaufwand dazu aufgebaut wird, dass das Geld an dieser Stelle ganz sicher nicht weise investiert ist. Diese Argumente kann ich durchaus hören, gar nachvollziehen, wenn ich nicht tiefer gehend darüber nachdenke und mir nicht die Mühe mache, dem ergänzende Betrachtungsweisen hinzuzufügen. Die Verführung ist immer groß, sich ganz schnell in einseitige, plakative Sichtweisen einzukaufen und sie als unumstößliche, zweifellose Wahrheiten zu deklarieren. Die reine Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Meines Erachtens und meiner Erfahrung nach ist die Realität, so wie es dann letztendlich wirklich ist, oft komplexer und vielschichtiger als das. Bei näherem Hinsehen und nach näherem Überlegen erlaube ich mir, Ihnen folgende Fragen zu stellen. Was ist die Alternative zum Autonomieausbau der deutschsprachigen Gemeinschaft? Ist es für uns Ostbelgier und unsere schöne Heimat mit ihren spezifischen Charakteristiken und ihren eigenen Gepflogenheiten, Traditionen, Verwurzelungen und ihrer eigenen bewegten Geschichte wirklich ein Beitrag, wenn alle existenziellen Entscheidungen im fernen Namur oder Brüssel getroffen werden, von Menschen, die ihre höchsteigene Geschichte und Sichtweise haben, die unweigerlich meilenweit von unserer deutschsprachigen Realität entfernt liegt? Ich frage mich, was der Wahrung unserer ostbelgischen Identität wohl mehr dient. Einer Entscheidungsfindung weit vom Schuss oder eine Regierungsebene, die loko-regional funktioniert, die nah am ostbelgischen Bürger ist und die die Charakteristiken und Gepflogenheiten unserer Gegend kennen und sie würdig vertreten, weil sie selbst unser Ostbelgien eigens ihre Heimat nennen und genauso emotional mit dieser Region verbunden sind wie sie und ich? Welche Region kann schon behaupten, dass ihre Regierung alle Infrastrukturvorhaben mit der betroffenen Gemeinde persönlich und ausführlich im Vorfeld besprochen hat? Dabei liegt es irgendwie auf der Hand, dass die Übernahme verschiedener Kompetenzen zu ihrer Ausübung, Strukturen und Manpower benötigt, die diese Aufgaben umsetzen und erledigen. Und wenn ich das mal so einfach gerade heraus sagen darf, die diese Aufgaben gemessen am Grad der Herausforderung für unsere Gemeinschaft bisher gut erledigen. An dieser Stelle möchte ich an die Übernahme der Kompetenz Familienleistungen zum 1. Januar 2019 erinnern. Anfang diesen Jahres, genau genommen am 8. Februar, wurde das Kindergeld erstmalig durch die DG und weitestgehend reibungslos an ostbelgische Familien ausgezahlt. Dabei geht es im Jahr 2019 um eine auszahlbare Gesamtsumme von rund 39 Millionen Euro. Für das Jahr 2020 werden die Mittel noch mal auf insgesamt rund 39,5 Millionen Euro erhöht. Eine Mammutaufgabe. Um solche Herausforderungen meistern zu können, braucht es funktionierende Verwaltungen und die Kosten Geld. Geld, das nach bestem Wissen und Gewissen entschieden worden ist, in die Übernahme von Kompetenzen und somit den Autonomieausbau zu investieren. Damit ist, wie zu erwarten war, nicht jeder Mensch einverstanden. Ich möchte an dieser Stelle auch die Bemühungen der Regierung erwähnen, immer wieder ihre fakultativen Ausgaben nach Sparpotenzial zu durchforsten, ein externes Audit soll die Verwaltungsstrukturen optimieren und der vorläufige Verzicht auf Verbeamtungen und Neueinstellungen spart ebenfalls Kosten ein. Diese Anstrengungen zeugen in meinen Augen von der Gewilltheit, die zur Verfügung stehenden Mittel so effizient wie möglich einzusetzen. Meine werten Kolleginnen und Kollegen, heute stehe ich schon vor Ihnen im Namen der SP-Fraktion, um einige Gesichtspunkte rund um den Organisationsbereich 50 vorzustellen. Einige meiner Kolleginnen und Kollegen haben schon vor mir gesprochen und viele Projekte dieses Bereichs bereits dargestellt. Einige Reden werden auch noch folgen und Ihnen auch weitere Detailinformationen über die zahlreichen wichtigen Vorhaben und Umsetzungen in diesem Bereich nahebringen. Ich habe den Schwerpunkt meiner Rede heute sehr bewusst gewählt und allgemeineren Aspekten mehr Aufmerksamkeit gewidmet als der Aufzählung und Darstellung der einzelnen Investitionen und Projekte des OB50. Es war mir ein tief empfundenes Anliegen, so vorzugehen, um den Fokus meiner ersten Rede konsequent darauf zu legen, was mir persönlich das Wichtigste ist. Solidarität, Menschlichkeit und Werte. Es gibt ganz sicher noch ganz viele Aspekte, Projekte und Vorhaben, die ich Ihnen aus den Bereichen Familie, selbstbestimmtes Leben, besondere Hilfe für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Soziales, Gesundheit, Senioren, Justiz, Entwicklungszusammenarbeit, Solidarwirtschaft, Wohnungswesen und Energie sowie Raumordnung an dieser Stelle vorstellen wollte. Seien es nun die zahlreichen Initiativen zur Gesundheitsförderung oder die Aufstockung der Personalkosten im Bereich der Jugendhilfe. Gerne würde ich Ihnen auch noch ausführlich von den Bemühungen zur Absicherung der Krankenhausstandorte in Ostbelgien berichten, die übrigens von den Ärzteräten beider Krankenhäuser ausdrücklich begrüßt und unterstützt werden. Oder auch von der Vision mentale Gesundheit, die für 2020 auf der politischen Agenda steht. Wenn ich das jetzt allerdings auf Biegen und Brechen tun würde, nur um drüber geredet zu haben, könnte ich solche wichtige Belange eh nur grob umreißen und würde der Tragweite dieser Projekte in keinster Weise gerecht. Das wäre fahrlässig. Und solch ein unwürdiges Vorgehen möchte ich weder Ihnen noch mir selbst zumuten. Meine Prioritätensetzung in dieser Stellungnahme soll dabei aber auf gar keinen Fall davon zeugen, dass die Befugnisse des OB50 zu vernachlässigen wären. Dem ist mitnichten so. Denn diese Bereiche beeinflussen das Leben der Menschen in Ostbelgien sehr direkt und nachhaltig und stellen somit unersetzliche Hebel zu einer besseren Lebensqualität und einem noch lebenswirteren Miteinander in unserer schönen Region dar. Das hat übrigens auch die Regierung erkannt und in ihrer Sozialpolitik der letzten Jahre umgesetzt. Davon zeugt nicht zuletzt die Verteilung der Mittel der Haushalte der DG der letzten Jahre. Im Jahr 2018 wurden 22,05 Prozent der gesamten Ausgabenermächtigungen 92 von rund 417 Millionen Euro für Projekte des OB50 ausgegeben. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass Ihre Redezeit bereits um eine Minute überschritten ist. Ich muss Sie bitten, zur Schlussfolgerung zu kommen. Ja, zur Schlussfolgerung kommt jetzt bitte. Und im aktuellen Haushalt von 2019 sind es sogar 31,77 Prozent. Wir, die SP-Fraktion, begrüßen diese Entwicklung und werden uns weiter dafür einsetzen, dass diese Bereiche weiterhin als fundamental wichtig anerkannt und mit der Unterstützung gebürtigt werden, die ihnen gebührt, weil sie absolut notwendig sind, um unsere Gemeinschaft fit für die Zukunft zu machen und den Menschen ein gutes Leben in unserer wunderschönen Heimat ermöglichen zu können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Kollegin, auch Ihnen möchte ich unabhängig vom Inhalt Ihrer Rede recht herzlich zu Ihrer Jungfohn-Rede gratulieren. Als nächstes spricht Herr Mockel. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Herr Minister, werte Kolleginnen und Kollegen. Ausschuss 4 ist eine Baustelle. Die Krankenhäuser sind im Umbruch. Die Wohn- und Pflegezentren für Senioren warten auf eine neue Finanzierungsregelung. Die Dienststelle für selbstbestimmtes Leben meldet bereits jetzt begründet an, dass ihr in 2021 3,8 Millionen Euro fehlen. Im Kindergeld hat man sich eben mal um 2,5 Millionen Euro pro Jahr verrechnet. Bei der Energie tappt man im Dunkeln und im sozialen Wohnungsbau herrscht das Chaos. Die Raumordnung ist zwar in Ausschuss 1, aber auch hier ist der Minister am Ruder beziehungsweise am Rudern. Die Baustelle Kinder- und Kleinkindbetreuung wurde nach Ausschuss 3 verlagert. Seitdem geht es ihr aber auch nicht besser. Und wie gesagt mittendrin, Herr Minister Antoniadis. Eine komplette Baustelle. Das war nicht immer so, wenn man mal vom ständigen Kampf aller Regierungen für den Erhalt der Krankenhäuser absieht. Ist der Minister überfordert? Ist die gesamte Regierung überfordert? Oder hat sich die deutschsprachige Gemeinschaft in ihrer Gesamtheit übernommen? Vielleicht von allem etwas. Im Interesse der deutschsprachigen Gemeinschaft und ihrer Bürger sollte jede Partei hier im Parlament diese Situation mal reflektieren und ihre Schlussfolgerungen ziehen. Zum Kindergeld. Das Dekret der deutschsprachigen Gemeinschaft ist ohne Zweifel ein Fortschritt im Vergleich zu vorher. Wir haben darin inhaltlich mitgearbeitet und ihm zugestimmt. Wir waren auch bereit, die vom Minister vorgestellten Mehrkosten in Höhe von 1,4 Millionen Euro mitzutragen. Bei der Anpassung zum Haushalt 2019 im Nachwahlherbst kam dann raus, dass sich kolossal verrechnet wurde. Statt 1,4 Millionen Mehrkosten wurden es 3,9. Nicht einmalig, nein, wiederkehrend. Also allein für diese Legislaturperiode, die bis 2024 geht, wie im Raum alle wissen, sind dies zusätzliche Mehrausgaben in Höhe von 12,5 Millionen Euro. Auch der Rechnungshof konnte in seinem diesjährigen Haushaltsbericht nur sein Unverständnis ausdrücken. Und darauf möchte ich kurz zurückkommen. Genauer gesagt auf eine Aussage des Ministerpräsidenten, eben bei dieser Anhörung des Rechnungshofes. Der Ministerpräsident behauptete, man habe im Herbst, bis zum Herbst, Entschuldigung, gar nicht wissen können, dass die Mehrkosten explodieren würden. Und bei Ausgaben von 3 Millionen mal 12 Monate müssten die 36,62 Millionen im Haushalt ja ausreichen. Dem ist nicht so. Die Regierung hat eigentlich vor den Wahlen wissen müssen, dass hier eine Riesenlücke entstehen würde. Ich rechte es mal kurz vor. Aufgrund der durchschnittlichen Ausgaben für die Monate Januar bis März und diese Ausgaben, die schwanken nur ein paar Tausend Euro und wir reden von Millionenbeträgen, kam man auf monatliche Ausgaben von 3 Millionen 194.000 Euro. Mal 12 macht schon 38 Millionen 328.000. Dann kommt noch der Jahreszuschlag hinzu, der Vorschulanfang ausbezahlt wird und auch keine Überraschung ist, das sind noch mal 766.000. Jedenfalls macht alles zusammen, und das konnte man nach den drei ersten Monaten schon feststellen, 39,1 Millionen Euro. Spätestens Mitte April hätte also in der Regierung die Alarmglocken läuten müssen. Nein, da kommen noch Zuschläge hinzu. Sie kommen auf 39,1 Millionen Euro, die man schon berechnet. Spätestens Mitte April hätten also in der Regierung für den Haushalt 2019 abzusehen, dass man 39,1 Millionen Euro brauchen würde. Spätestens Mitte April hätten also in der Regierung die Alarmglocken läuten müssen. Aber bis zum 26. Mai hat man darauf verzichtet. Eins möchte ich bei aller Kritik klarstellen. Es ist zwar selbstverständlich, aber ich möchte mir auch nichts unterstellen lassen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand und auch zu Recht noch einmal darauf zurückkommen wird und beispielsweise planen würde, das Kindergeld irgendwann mal um 2,5 Millionen Euro zu kürzen. Auch mit Ecolom würde das nicht zu machen sein. Der Minister hat sich verrechnet. Die Politik in ihrer Gesamtheit wird es tragen und lösen müssen. Während in der Raumordnung zwar noch vieles im Argen liegt, aufgrund der Vorarbeit der vorherigen Regierungen, aber zumindest schon mal ein brauchbares Zusammenarbeitsabkommen mit der Wallonischen Region vorliegt, herrscht im Wohnungswesen das Chaos. Zum 1. Januar ist nichts geklärt, außer die Überschnahme der Zuständigkeit an sich. Wir wissen auch, welche Struktur der Minister bevorzugt, aber umgesetzt ist nichts. Erstens, die neu eingesetzte Arbeitsgruppe scheint bisher ein Alibi-Dasein zu fristen. Die Arbeitsgruppe Raumordnung erlebt übrigens das gleiche Risiko. Zweitens, im Ministerium kann man wohl kaum davon sprechen, dass die nötige Verwaltungszelle steht. Drittens, die sozialen Wohnungsagenturen sind verunsichert, Entschuldigung, über die künftige Struktur. Viertens, beide Wohnungsbaugesellschaften sind auf der Suche nach einer Geschäftsführung. Fünftens, beim Personal herrscht Unmut und Unruhe. Es ist unklar, mit welcher Besetzung eine neue Wohnungsbaugesellschaft starten kann oder ob diese Besetzung auch funktionieren kann. Natürlich wachsen die Fachkräfte nicht vom Himmel und Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, wie es so schön heißt. Aber die Methoden und die Vorgehensweise des Ministers machen, dass kaum jemand Lust hat, sich in ein solches Nest zu setzen. Wir werden uns wohl oder übel noch mindestens das ganze Jahr 2020 mit der Schaffung von Strukturen im Wohnungswesen befassen. Anstatt sich relativ entspannt und voller Tatendrang mit allen Akteuren um einen Tisch zu setzen und ein innovatives, auf die deutschsprachige Gemeinschaft zugestecktes Konzept zu entwickeln, hängt alles an dieser seit Jahren dauernden Debatte. Anstatt dass wir uns mit Inhalten und konkreten Projekten für die Menschen in diesem Bereich beschäftigen können. Das spiegelt sich auch im Haushalt wieder. Weit über 4 Millionen erhält die deutschsprachige Gemeinschaft von der Wallonischen Region für den Wohnungsbau. Angesichts der Bedürfnisse ist das viel zu wenig. Dennoch sieht der Haushalt 2020 Ausgabermächtigungen für nur knapp 1,8 Millionen Euro vor. Das sagt alles aus. Ein wichtiger Sektor ist gelähmt und harte Dinge, die da wohl kommen werden. An tragfähigen Strukturen, an Netzwerken bastelt auch der Föderalstaat im Krankenhauswesen. Wenn auch mit anderen Zielsetzungen. Hier kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es vor allem darum geht, Kosten zu sparen. Dies ist jedenfalls für die Ecolofraktion der schlechte Ansatz, auch wenn wir uns diesen, einen anderen Ansatz hier im Hause nicht aussuchen können. Es darf einfach nicht auf Kosten der Qualität der Gesundheitsversorgung der Patienten, auf Kosten der Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals und auch nicht, speziell für die DG, auf Kosten des ländlichen Raums gehen. Zusätzlich zur geografischen Frage steht auch bei uns die Versorgung in der deutschen Sprache im Mittelpunkt. Das ist mindestens genauso wichtig. Aus beiden Gründen der Geografie und der Sprache braucht man in der deutschsprachigen Gemeinschaft zwei vollständige, zwei vollwertige Krankenhausstandorte, aber nicht doppelte Verwaltungs- und Managementstrukturen. Unsere Krankenhäuser müssen ihre Kräfte bündeln und sich neu aufstellen. Nur so werden sie innerhalb des Netzwerkes mit dem CHC über genügendes Gewicht verfügen und werden auch gegenüber dem Föderalstaat anders dastehen. So langsam erkennt jeder diese Notwendigkeit und noch gestern hat sich die Ärzteschaft beider Krankenhäuser dafür ausgesprochen. Für Ökologie geht es hier weniger, wie gesagt, um eine Kostenfrage bei diesem Zusammengehen, aber es werden sicherlich auch mittelfristig Verwaltungskosten eingespart werden. Es geht aber vor allem eine Frage der Effizienz, der Vermeidung von Reibungsverlusten. Niemand soll die zwei Krankenhäuser gegeneinander ausspielen können und sie sollen erst gar nicht der Versuchung erliegen, sich selbst gegeneinander auszuspielen. Das ist im Interesse des Erhalts der zwei Standorte und im Interesse der Gesundheitsversorgung unserer Menschen. Die DG kann und soll hier den Bau von notwendigen Infrastrukturvorhaben und nötigen Ausstattungen bezuschussen. Ich sehe zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht ein, dass sie direkt mit in die Trägerschaft einsteigen sollte, so wie Minister Antoniadis dies anbot. Die Autonomie der Trägerschaft ist der ECOLO-Fraktion jedenfalls sehr wichtig. Wir wünschen uns eine gemeinsame neue Verwaltungsstruktur, in der in einer neuen Gewichtung Experten als Vertreter der Gemeinden, auswärtige Expertise, die Ärzteschaft, die Geschäftsführung und warum nicht auch die Pflegedienstleistung ihren Platz hat. Die Regierung kann ja wie bisher einen Kommissar in den Verwaltungsrat entsenden und ihn begleiten, dafür muss sie aber nicht in die Trägerschaft unbedingt mit einsteigen. Angesichts der Finanzlage der DG wird es auch schon Herausforderung genug sein, die eben erwähnten Mittel für Infrastruktur und Ausstattung aufzutreiben. Und wenn wir dann noch über die Hebel der deutschsprachigen Gemeinschaft, in der Beschäftigung, in der Ausbildung und im Hochschulwesen etwas gegen den Personal- bzw. den Fachkräftemangel im Gesundheitswesen tun, dann haben wir schon viel erreicht. Dass durch den demografischen Wandel der Anteile an älteren Menschen in unserer Gesellschaft zunimmt, ist keine Neuigkeit. Wir möchten für unsere Senioren die gleichen hohen Ansprüche stellen, wie auch in anderen Bereichen. Für jeden Einzelnen muss ein angepasstes Angebot bestehen und er muss dies auch wählen können und dürfen. Ob dieses aus einem breiten Fächer von Angeboten der häuslichen Hilfe besteht oder aus einem Platz in einem Wohn- und Pflegezentrum, das muss letzten Endes die Entscheidung des Betroffenen und seiner Familie sein können. Wir möchten ausdrücklich alle Initiativen unterstützen, die alternative Wohnformen für Senioren entwickeln und umsetzen. Wer im Alter auch mit häuslicher Hilfe in den eigenen vier Wänden aus verschiedenen Gründen nicht mehr klarkommt, der muss immer noch eine Alternative zum Wohn- und Pflegezentrum, zum Heim haben? Und warum sollen Senioren nicht auch einmal Bock darauf haben, was anderes auszuprobieren, wenn die eigenen Wände zu langweilig oder zu einsam geworden sind und man sich aber zu fit fürs Wohn- und Pflegezentrum fühlt? Apropos Wohn- und Pflegezentrum für Senioren. Früher Altenheime genannt. Durch das neue Dekret allein ist die eigentliche Finanzierung dieser Zentren noch nicht langfristig geklärt. Die Geschäftsführungsverträge sind erneut, schon in Anführungszeichen, einfach verlängert worden. Für eine gute und realistische Haushaltsplanung wäre es wichtig, wenn die Wohn- und Pflegezentren nicht erst am Ende des Jahres darüber informiert werden, wie viel Geld ihnen zur Verfügung steht. Hier ist es auch wichtig, wie die neuen, die genauen Finanzierungsmodalitäten der Wohn- und Pflegezentren in Zukunft aussehen werden. Noch scheint das den Trägern bei weitem nicht geklärt zu sein. Es wurde zwar mehr Geld sozusagen in den Topf geworfen, was zu begrüßen ist. Jedoch tagt die Arbeitsgruppe, die sich mit der Finanzierung beschäftigen sollte, nicht. Das letzte Treffen liegt fast ein Jahr zurück. Ich kann nur feststellen, auch in diesem Bereich, dem Wohn- und Pflegezentrum, werden die Akteure zu wenig einbezogen. Und Achtung, ein anderer Aspekt der Kostenentwicklung und den von der Regierung vereinbarten Neuen Bahremen, muss Rechnung getragen werden. Am Ende des Tages, sprich, wenn die Neuen Bahremen auch erst einmal richtig greifen, in 2023 und 2024, muss klar sein, dass die von der Regierung vor den Wahlen ausgerufene Aufwertung des Pflegesektors auch zu 100 Prozent von der deutschsprachigen Gemeinschaft getragen wird und nichts auf die Träger abgewälzt wird. Neben der Erfüllung von Mindestnormen bei den Personalschlüsseln sollte ebenfalls bei der Finanzierung an die Kopplung an den Personalschlüssel gedacht werden. Das Ziel sollte hier eine Qualitätssicherung in der Betreuung und eine Verminderung der Belastung des Pflegepersonals sein. Weiterhin Sorgen bereiten mir die angestrebten Bewohnerprofile in den Wohn- und Pflegezentren. Das angestrebte Ziel für in zehn Jahren sieht fast nur noch pflegebedürftige und schwerst pflegebedürftige Bewohner vor. Ich weiß, dass das auch eine Kostenfrage ist. Dennoch sollten uns dies unsere Alten, zu denen wir übrigens auch mal gehören werden, auch wert sein. Eine gute Anzahl autonomer Bewohner tragen den Wohn- und Pflegezentren zu einer Atmosphäre bei, die allen zugute kommt. Bei den Aktivitäten, Tanzgrüppchen mit kleinen Bällenkegeln, in was auch immer es gibt, kommt eine ganz andere Dynamik und andere Stimmung auf. Und unsere Menschen müssen auch noch eine echte Wahlfreiheit haben. Weder eine Dienststelle noch utopisch lange Wartelisten dürfen ihnen dies verbieten. Auf einem anderen Gebiet im Seniorenbereich sehen wir einen klaren Angebotsmangel. Ich denke hier an die psychologischen bzw. psychiatrischen Diagnosen und Behandlungen für Senioren. Wir möchten bei diesem Thema unser Augenmerk aber auch auf das Umfeld dieser Senioren legen. Familienmitglieder, Betreuer, Pfleger sind häufig auf sich gestellt und haben keinen Ansprechpartner. Diese Lücke in der Versorgung sollte zeitnah geschlossen werden. Wobei die Versorgungslücken in der seelischen Gesundheit so gut wie alle Altersklassen betreffen. Ich denke da bei den Kindern an tagesklinische Plätze, bei Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten, an psychopädagogische Betreuungsangebote, bei den Erwachsenen an die Wartelisten im stationären und teilstationären Bereich, an fehlende spezialisierte betreute Arbeitsplätze für psychiatrische Patienten. Allgemein fehlt es an Angeboten bei Autismen, bei Doppeldiagnosen. Es fehlt an nonverbalen Therapiemöglichkeiten, an Unterbringungen für Suchtkranke. Werte Kolleginnen und Kollegen, mit Sorge hat sich die Ecolofraktion über die Situation in den Bereichen des Ausschusses viel gebeugt. Die Gesundheit, das soziale Miteinander, das Dach über dem Kopf. Das sind Grundbedürfnisse der Menschen. Hier muss man am Ball bleiben, mit Fingerspitzengefühl agieren, Geduld haben und den Akteuren und den Bürgern Sicherheit vermitteln und geben. Natürlich ist nicht immer alles im Fluss, die Welt verändert sich. Irgendwelche Baustellen gibt es immer. Aber wenn auf vielen Baustellen gleichzeitig der Architekt nicht die Fristen einhält, die Arbeiter stiften gehen und keine neuen gefunden werden und die Vorarbeiter nicht wissen, mit welchen Mitteln sie die Sache bringen sollen, dann kann ich abschließend nur feststellen, dass wir eine ernste Schieflage haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Als letzte Rednerin in dieser vierten Runde hat jetzt Frau Jader das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen und Kollegen, werte Mitglieder der Regierung, verzeihen Sie mir, werte Kolleginnen und Kollegen, ich habe nun das Vergnügen, im Rahmen unserer diesjährigen Haushaltsdiskussion das letzte Wort haben zu dürfen und hoffe, trotz der regen Diskussion noch ihre volle Aufmerksamkeit zu besitzen. Denn es ist essentiell, dass in den folgenden Materien auch die Stimme der Liberalen Gehör findet. Ja, Herr Walter? Nein, nein, Herr Walter, wir sind schon die echten Liberalen, man hat sich da mal keine Sorgen. Im Bereich Gesundheit und Soziales stehen wir vor immensen Herausforderungen, das wurde hier schon angeführt und auf einige dieser Herausforderungen möchte ich heute dann eingehen. Die Rede ist vom Seniorenbereich, der Seniorenpolitik im Allgemeinen, dem Kindergeld und dem Erhalt unserer beiden Krankenhausstandorte. Same procedure as every year. Nicht zwingend. Unsere Gesellschaft befindet sich in einer Zeit des demografischen Wandels. Angesichts der Herausforderungen, die vor uns liegen, setzen wir durchaus Bewährtes fort. Wir erinnern uns an vergangene Legislaturperioden, oder an die vergangene Legislaturperiode, in der nicht nur die Seniorenpflege reformiert wurde, sondern auch sage und schreibe 10 Millionen Euro in den Ausbau von Alten- und Pflegeheimen investiert wurden. Vor diesem Hintergrund dürfte es keinen Wundern, dass die Seniorenpolitik auch in dieser Legislaturperiode eine erneute Priorität der Regierungsarbeit darstellt. Die Regierung erhält ihre hohen Bemühungen aufrecht und richtet ihre Seniorenpolitik nach den Bedürfnissen, aber auch den Potenzialen älterer Menschen. Wir sind nämlich der Auffassung, dass ein jeder das Recht besitzt, selbstbestimmt und in Würde altern zu dürfen. Deshalb ist es umso wichtiger, bereits heute die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Anfang dieses Jahres wurden wichtige Weichen mit dem Inkrafttreten des sogenannten Seniorendekrets gestellt. Um ein stabiles Fundament der Seniorenpflege in unserer Gemeinschaft legen zu können, kommt es nicht nur darauf an, eine solide Finanzierungsgrundlage zu schaffen, sondern eben auch die Qualität der Pflege zu sichern und die Arbeit der Pflege angemessen zu würdigen. Hierbei geht es mir insbesondere um die deutliche Erhöhung der Gehälter für das Personal in den Wohn- und Pflegezentren, die ich an dieser Stelle noch einmal explizit hervorheben möchte. Auch das Miteinander und das Zusammenspiel der Generationen spielt, was den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft angeht, eine zunehmende Rolle. Zu den Familienzulagen. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Familienzulagen unseren Haushalt schwer belasten. Und es ist auch korrekt, dass wir Mehrkosten in Höhe von 2,5 Millionen verbuchen. Die ursprünglichen Berechnungen basierten sich jedoch lediglich auf Teilsimulationen. Nach einem Jahr, in dem wir nun Erfahrungen haben sammeln dürfen, können wir uns nun auf verlässliche Zahlen berufen. Aber, werte Kolleginnen und Kollegen, ich frage Sie, kann man im Zusammenhang mit den Kinderzulagen wirklich von einer Belastung sprechen? Schließlich ist hier die Rede von Familien und einer direkten Unterstützung dieser. Wäre Ihnen die flämische Lösung etwa lieber gewesen, nämlich die Einstellung der Indexierung? Das Kindergeld, Kolleginnen und Kollegen, versteht sich ebenfalls als Mittel gegen Kinderarmut, selbst wenn dies nicht seine eigentliche Aufgabe ist. Denn bessere Beschäftigungschancen sind die beste Armutsbekämpfung. Gerade hier ist die Politik gefragt, um vor allem Müttern und alleinerziehenden Eltern bei der Überwältigung der Hürden helfen zu können. Wir, Kolleginnen und Kollegen, müssen den Schwerpunkt auf den Ausbau der Bildungsinfrastruktur und die Ganztagsbetreuung legen, vor allem in der frühkindlichen Bildung und an Grundschulen. Wir, und damit meine ich die Mehrheit aus PFF, ProDG und SP, haben uns an der Qualitätsoffensive verschrieben. Unsere Bildungseinrichtungen müssen qualitativ noch hochwertiger werden. Doch verzeihen Sie mir, Kolleginnen und Kollegen, ich schweife aus, zurück zum OB50 und den Krankenhausstandorten. Denn ebenso wie die Medizin, entwickelt sich auch unser Gesundheitssystem sowie der Pflegebedarf unserer Gesellschaft ständig weiter. Wir befinden uns an einem Wendepunkt. Von einem Modell, das auf punktueller Akutversorgung basiert, benötigen wir heute mehr denn je ein auf chronische Erkrankungen angepasstes Versorgungsangebot, das sich strukturell auf den Patienten und dessen Bedürfnisse konzentriert. Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang, die chronologische Entwicklung dieser Reform in Erinnerung zu rufen, denn es scheint mir häufig so, als habe man die Hintergründe dieser notwendigen Reform vergessen, beziehungsweise als nehme man gerne Abkürzungen, um eigentlich von dem eigentlichen Problem, nämlich dem der Finanzierbarkeit einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung, abzulenken. Ausgangspunkt der sogenannten Krankenhausreform war unter anderem eine im Jahr 2012 durch Belfius vorgenommene Maa-Studie. Aus dieser Studie ging hervor, dass immer mehr Krankenhäuser rote Zahlen schrieben. 2012 handelte es sich um 28 Krankenhäuser von 92, 2013 schon um 40 von 92. 2013 hat die damals amtierende sozialistische Gesundheitsministerin Lorette Onkelings daher die heutige Reform angestoßen. Ministerin Magie de Bloch hat anschließend 2014 diese Reform fortgeführt, die dann auch in einer Regierungsvereinbarung von Oktober 2012 verankert wurde. Ziel ist es, eine bessere, effizientere Gesundheitsversorgung heranzuführen. Keiner stellt die Notwendigkeit der Reform in Frage. Keiner. Schließlich hat sie zum Ziel, ein neues, transparentes, patientenorientiertes System zur korrekten Finanzierung einzuführen und die Schließung der Häuser zu verhindern. Zum 1. Januar 2020 ist es soweit. Die Reform tritt in Kraft. Sie fußt also neben der Steigerung der Effizienz der Versorgung auch auf der Entwicklung der Bedürfnisse der Patienten. Dass man sich auf die Gründung von Netzwerken, welche aus Basis-, Referenz- und Universitätskrankenhäusern bestehend geeinigt hat, hat sicherlich, Herr Kollege Mockel, auch ökonomische Gründe. Denn wie gesagt, es ist nicht von der Hand zu weisen. Ich erinnere noch einmal, 2013 waren mehr als 40 Prozent der Krankenhäuser defizitär und heute sind es gar mehr als 45 Prozent. Doch auch die Qualität, Kolleginnen und Kollegen, der Gesundheitsleistungen soll verbessert werden. Auch die Qualität der Gesundheitsleistungen soll verbessert werden. In dem Zusammenhang kann beispielsweise teure Technologie einem Netzwerk statt einem ganz bestimmten Krankenhaus zugeordnet werden. Was darf man denn demnach von der Reform behalten? Sie ist patientenorientiert, transparent, effektiv und effizient. Zurück zu Ostbelgien. Denn Ostbelgien ist keine Insel. Und die Situation unserer beiden Häuser, das wissen wir alle, ist angespannt. Aus diesem Grund und vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse rund um die Netzwerkbildung, ist es umso wichtiger, dass unsere Häuser mit einer Stimme sprechen und sich als der starke Partner innerhalb des Netzwerkes profilieren und im übergeordneten Verwaltungsrat des zukünftigen Netzwerkes behaupten. Profilierungsaktionen sonstiger Akteure sind in dem Zusammenhang fehl am Platz. Es geht um das Überleben unserer Häuser. Die Fusion unserer Häuser mit dem Erhalt der beiden Standorte in Eupen und St. Witt ist ein Schritt in die richtige Richtung. Doch es reicht meines Erachtens nichts, eine gemeinsame Verwaltungsstruktur zu gründen, nein, es bedarf einer wahrhaftigen Verschmelzung. Es versteht sich von selbst, dass hier auch die rechtliche Komponente, und wenn ich von der rechtlichen Komponente spreche, spreche ich von der gesellschaftsrechtlichen und der arbeitsrechtlichen Komponente dieser Operation, dass diese Komponente vorab geklärt werden muss. Wer ist Träger der neuen Struktur? Wer soll in den Verwaltungsrat, wie soll dieser Verwaltungsrat zukünftig zusammengesetzt werden? Und wer tätigt die zahlreichen notwendigen Investitionen? Wir müssen die Reform und die Fusion unserer Häuser als Chance betrachten. Denn nur allein in diesem Sinne können wir sowohl Bevölkerung und auch der Belegschaft gleichermaßen Rechnung tragen. Kolleginnen und Kollegen, Sie werden es verstanden haben und Sie werden es aus meiner Rede auch herausgehört haben, die PFF wird dem Haushalt zum Organisationsbereich OB50 vorbehaltlos zustimmen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, damit sind wir am Ende unserer heutigen Haushaltsdebatte und wir kommen zum nächsten Punkt unserer Tagesordnung, nämlich zum Resolutionsvorschlag an die Regierung der deutschsprachigen Gemeinschaft zur Rückerstattung der Kosten für den Schülertransport. Das Präsidium schlägt folgende Redezeiten vor. Für den Bericht maximal zwei Minuten, für die Vorstellungen durch einen der Autoren maximal zehn Minuten, für die Stellungnahmen der Fraktionen ebenfalls jeweils maximal zehn Minuten, für eine eventuelle Stellungnahme der Regierung wurde eine Richtredezeit von zehn Minuten vereinbart und eventuelle Erwiderungen sind dann noch mal mit fünf Minuten Redezeit ausgestattet. Kein Einwand. Dann möchte ich der Berichterstatterin unserer Kollegin Ruben das Wort erteilen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder der Regierung, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Bereits in der vergangenen Legislaturperiode hat sich der Ausschuss mit dem genannten Resolutionsvorschlag befasst und dazu Vertreter des Ministeriums und verschiedener Busunternehmen angehört. Aufgrund von Zeitmangel konnten die Beratungen nicht zum Abschluss gebracht werden. Nachdem der Resolutionsvorschlag in dieser Legislaturperiode erneut hinterlegt wurde, wurden die Beratungen mit Anhörungen des Elternbunds Ostbelgien und Vertretern des Ministeriums wieder aufgenommen. Nach eingehender Diskussion der einzelnen Forderungen an die Regierung hat sich der Ausschuss mehrheitlich auf Abänderungsvorschläge geeinigt, die Titel und Text des ursprünglichen Resolutionsvorschlags ersetzen und ihn inhaltlich neu ausrichten. Im abgeänderten Resolutionsvorschlag wird an die Absicht der Wallonischen Region erinnert, einen kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr für jugendliche Senioren und einkommensschwache Schichten einzuführen. Hiervon ausgehend wird eine Verbesserung des ÖPNV-Angebots in der deutschsprachigen Gemeinschaft insgesamt sowie eine Überarbeitung der Richtlinien für die Schülerbeförderung gefordert. Die als Dokument 17 Nr. 2 der Legislatur 2019-2020 veröffentlichten Abänderungsvorschläge wurden von den Fraktionen ProDG, SP und PFF hinterlegt. Für eine detaillierte Kenntnisnahme der Diskussionen im Ausschuss verweise ich auf den Ihnen vorliegenden schriftlichen Bericht. Zu den Abstimmungen. Die Abänderungsvorschläge Nr. 1 und 2 wurden mit jeweils fünf Ja-Stimmen gegen eine Nein-Stimme bei drei Enthaltungen angenommen. Der Resolutionsvorschlag in seiner abgeänderten Form wurde mit fünf Ja-Stimmen gegen eine Nein-Stimme bei drei Enthaltungen angenommen. Für die Abfassung des schriftlichen Berichts wurde mir als Berichterstatterin einstimmig das Vertrauen ausgesprochen. Der Ausschuss empfiehlt Ihnen die Annahme des Ihnen vorliegenden Resolutionsvorschlags. Ich danke der Verwaltung für die Hilfe bei der Erstellung des Berichts und Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wer möchte als Autor reden? Bitte schön, Herr Mertes. Werte Damen und Herren, der Resolutionsvorschlag, der heute hier zur Abstimmung vorliegt, beziehungsweise der ursprüngliche Resolutionsvorschlag, muss ich sagen, den wir eingereicht haben, stammt aus dem Monat November 2018. Da sieht man mal, wie lange doch Themen brauchen können, die hier im Hause bearbeitet werden. Ja, es war zwischendurch Wahltermin und trotzdem bin ich erstaunt, dass wir so lange über diesen Resolutionsvorschlag sitzen würden. Wir haben insgesamt fünf Sitzungen damit verbracht. Und sonderbar ist heute, dass ich eigentlich einen Resolutionsvorschlag vorstellen werde, über den wir gar nicht abstimmen. Sie haben es aus dem Bericht schon entnommen. Die Mehrheitskollegen haben einen Abänderungsvorschlag eingereicht, der unseren Resolutionsvorschlag komplett ersetzt und eine andere Ausrichtung hat. Und über den werden wir nun im Anschluss nach dieser Diskussion abstimmen. Trotzdem möchte ich den ursprünglichen Resolutionsvorschlag, wie wir ihn eingereicht haben, kurz vorstellen, damit jeder in Kenntnis der Sachlage ist. Unser ursprünglicher Resolutionsvorschlag oder unser Resolutionsvorschlag bestand im Wesentlichen aus drei Teilen. Und da ging es zum einen um die Rückerstattung der Kosten für den Schülertransport der Sekundarschüler. Wir wissen, dass die Primarschüler heute schon kostenlos den Bus benutzen können. Wir wollten dies auf die Schüler der Sekundarschule ausdehnen. Hintergrund ist auch unter anderem, dass es für Familien mit finanziellen Schwierigkeiten, mit geringem Einkommen, auch für Alleinerziehende, die Ab und Abos der TEC eine Belastung darstellen. Man spricht da immerhin von 126 Euro pro Jahr, beziehungsweise je nach Entfernung auch 167 Euro. Und das bei zwei Kindern kann das durchaus eine Belastung darstellen. Der zweite Teil war die Verbesserung der Organisation der Schülerbeförderung. Dabei wollten wir die Reduzierung der Mindestentfernungen zwischen Wohnort und nächstgelegender Schule thematisieren, damit hier diese reduziert werden und mehr Schüler vom Busangebot profitieren können. Ein zweiter Aspekt unter diesem zweiten Themenschwerpunkt war die Sicherheit. Wir erleben das zu Beginn jedes Schuljahres, dass einige Busse auf bestimmten Linien überfüllt sind. Das Problem dabei ist unter anderem auch die Normen, die zwar föderal geregelt sind, und zwar, dass man von einer Norm ausgeht, von sieben Personen pro Quadratmeter, wobei die Schultaschen nicht mitgerechnet werden. Und das führt dann oft zu überfüllten Schulbussen, obwohl die Norm noch gar nicht erreicht wurde. Und als dritten Aspekt unseres Resolutionsvorschlags hatten wir einen Vorschlag zur Finanzierung eingebracht. Wir hatten angeregt, die Fahrerstellen des Ministeriums zu streichen und Optimierungsprozesse im Ministerium durchzuführen. Denn uns wurde, ich werde zwar gleich noch bei meiner Stellungnahme genauer darauf eingehen, und so wurde seitens eines Vertreters des Ministeriums gesagt, und so ist es auch im Bericht formuliert, dass man, wenn man von den heutigen Zahlen ausgehen würde, diese Kosten zwischen 400.000 und 500.000 Euro betreffen. Ich denke, ich lasse es dabei bei der Vorstellung, und ich werde dann gleich bei meiner Stellungnahme noch detaillierter auf einige Aspekte eingehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir kommen jetzt zu den Stellungnahmen der Fraktionen. Für die CSP ist niemand eingetragen. Sie reden, dann gebe ich Ihnen das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren der Regierung, und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Die ursprüngliche Resolution, es wurde gerade schon vorgestellt zu diesem Thema, wurde von den Kollegen der Vivant-Fraktion eingebracht. Sie enthielt die radikale Forderung, den Schülertransport für alle Schüler der deutschsprachigen Gemeinschaft gratis zu gestalten. Eine klare Forderung, die auf den ersten Blick natürlich zu unterstützen wäre. Allerdings enthielt sie auch polarisierende Elemente zur Umsetzung dieser Forderung. Schnell wurde im Ausschuss bei der Anhörung der verschiedenen Akteure deutlich, dass diese Forderung einige schlicht praktische Hürden nur schwer würde nehmen können. Wir haben uns als CSP letztlich die Frage gestellt nach dem, was beim Thema Schulweg wichtig ist. Der Schulweg soll sicher sein. Dazu gehören auch sichere Fuß- und Fahrradwege, ein sicheres Fahrrad, eine pädagogische Vorbereitung der Kinder zur Verkehrserziehung. Der Schulweg soll im Interesse der Umwelt und der Gesundheit der Schülerinnen und Schüler am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Der Schulweg sollte, wenn dies nicht möglich ist, nicht als Einzeltaxi gestaltet sein, sondern mit Hilfe der öffentlichen Verkehrsmittel bewältigt werden können. Und der Schulweg sollte nichts kosten oder zumindest bezahlbar sein. Das, so haben wir festgestellt, deckt sich mit den Forderungen des Elternbundes Ost-Belgien-EBOV. Und wenn wir die Ziele der aktuell vorliegenden Resolution daran messen, stellen wir fest, auch hier geht es im Bereich der Zuständigkeit des Parlaments um die Bezahlbarkeit der Familien für den Schulweg ihrer Kinder, um die Gestaltung des Schulwegs im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit der Umwelt, bei gleichzeitiger Verbesserung der Gesundheit der Schülerinnen und Schüler. Hier also nicht unbedingt gratis Transport um jeden Preis, sondern auch Anreiz und Sensibilisierung zu mehr zu Fuß und mit dem Fahrrad. Und es geht um ein besseres Netz des öffentlichen Personennahverkehrs. Denn immer noch gibt es in Ost-Belgien Orte, die kaum Anbindungen an das ÖPNV haben und wo das Auto einfach unerlässlich ist. Im Unterschied zur ursprünglichen Resolution geht es im vorliegenden Papier nicht mehr nur um die Rückerstattung aller Schülertransportkosten. Warum? Erfahrungswerte zeigen, kostenlos führt gegebenenfalls zur Bevorzugung des Transportes gegenüber der körperlichen Betätigung, sprich zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Gleichzeitig sieht man da, wo heute schon kostenlose Schulbusse eingesetzt werden, um die Kinder zur Primarschule zu bringen, dass häufig zwar hohe Einschreibungszahlen vorhanden sind, die effektive Nutzung aber mitunter mäßig ist. Die gewünschte Sensibilisierung in Richtung ÖPNV findet auf diesem Weg also offenbar nicht statt. Die Aussage, dass es organisatorisch unmöglich wäre, für alle Schüler einen kostenlosen Schultransport zu organisieren, ist auch nicht außer Acht zu lassen. Es fehlen in dieser kurzen Zeitspanne zu Schulbeginn und Schulschluss schlichtweg Fahrzeuge und Fahrer. Dennoch zeigen sich Handlungsmöglichkeiten für dieses Parlament, die aus unserer Sicht in der vorliegenden Resolution gut zusammengefasst sind, die leider, was wir bedauern, in dieser Form nicht mehr die Zustimmung der Initiatoren empfindet. Doch uns scheint die abgeänderte Resolution ein guter Ansatz. Darin wird die Regierung aufgefordert, die Ankündigung der Regierung der Wallonischen Region zur sukzessiven Einführung eines kostenlosen öffentlichen Personennahverkehrs für alle unter 26-Jährigen zu beobachten und, ganz wichtig, bei deren Umsetzung darauf zu achten, dass die Interessen der deutschsprachigen Gemeinschaft und der Bürger der deutschsprachigen Gemeinschaft Beachtung finden, insbesondere dort, wo die geografische Verteilung schwierig ist. Die Regierung wird aufgefordert, sich einzusetzen für die Verbesserung der grenzüberschreitenden Mobilität und vor allem aber auch dort aktiv zu werden, wo wir hier als Parlament wirklich die Möglichkeit haben, nämlich die Forderung des Elternbundes aufzugreifen und die festgelegten Mindestentfernungen zwischen Wohnort und Schule anzupassen. Bisher müssen da mindestens vier Kilometer zur nächstgelegenen Schule freier Wahl gegeben sein, damit das Ministerium einen kostenlosen Schülertransport einsetzt. Die Strecke ist für ein Kindergarten- oder Primarschulkind weder zu Fuß noch mit dem Fahrrad zu bewältigen, weshalb sie unbedingt herabgesetzt werden muss. Auch die Forderung, dass dort, wo kein kostenloser Transport möglich ist, die Kosten sozialverträglich gestaltet werden sollen, ist für uns wichtig und richtig und können wir nur begrüßen, weil das auch im Einklang mit unseren familienpolitischen Überzeugungen steht. Die CSP-Fraktion wird dem vorliegenden Papier deshalb zustimmen. Als nächstes hat nun Frau Scholzen das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen aus Parlament und Regierung. Seit gut einem Jahr beschäftigt sich der Ausschuss 3 nun mit dem Thema der Schülerbeförderung. Es wurde eine ganze Reihe an Anhörungen organisiert, um ein komplexes Thema vernünftig unter die Lupe zu nehmen. Wie sich herausstellt, ist die Organisation des Schülertransportes in der DG nicht so einfach zu bewerkstelligen, wie es auf den ersten Blick scheint und trifft auf einige Schwierigkeiten. Eine geringe Bevölkerungsdichte verteilt über ein großes Wegenetz, eine enorm hohe Verfügbarkeit und Nutzung von privaten Pkw. Der Schülertransport muss in engen Zeitfenstern organisiert werden. Je nach Wetterlage schwankt der Zuspruch für öffentliche Transportmittel. Es besteht ein Mangel an Busbegleitern für Förderschüler, Schüler und so weiter und so fort. Wesentlich ist auch, dass die Wallonische Region für den ÖPNV zuständig ist. Die DG kann lediglich die Schülerbeförderung regeln, indem sie die Mindestentfernung für die Organisation einer gesonderten Schülerbeförderung festlegt. Zum allergrößten Teil befördert die deutschsprachige Gemeinschaft Primarschüler und dies ist bereits kostenlos. Dabei erhält jedes Kind einen garantierten Sitzplatz. Sekundarschüler hingegen werden nur ganz vereinzelt durch die deutschsprachige Gemeinschaft befördert, weil es in der Regel seitens der TEC gute Busverbindungen hin zu den Sekundarschulstandorten gibt. Dennoch waren auch wir der Meinung, dass es Anpassungsbedarf gibt, gerade bei der durch die DG festgelegten Mindestentfernung zwischen Wohnort und der nächstgelegten Schule freier Wahl. Nach einer Anhörung des Elternbundes Ostbelgien sind uns außerdem interessante Aspekte der allgemeinen Verkehrssicherheit und ein erfrischender ganzheitlicher Ansatz zu dem Thema Gestaltung des Schulweges nähergebracht worden. Als Reaktion auf den von den Kollegen der Vivant-Fraktion eingereichten Resolutionsvorschlag zur Rückerstattung der Kosten für den Schülertransport haben die Mehrheitsfraktionen einen Abwendungsvorschlag eingereicht, der den Ursprungstext ersetzt. Mit gewissen Aussagen in der Ursprungsresolution können wir uns nämlich nicht einverstanden erklären. So bedauern wir, dass populistische Aspekte mit eingeflossen sind, wie beispielsweise die Streichung der Fahrerstellen bei der Regierung oder die Fusion der Ämter, Senator und Parlamentspräsident. Diese Diskussion ist in unseren Augen an anderer Stelle zu führen. Auf die Details der nun neu formulierten Forderungen möchte ich eingehen. Erstens fordern wir die Regierung auf, die Umsetzung der von der Regierung der Wallonischen Region angekündigten Einführung eines kostenlosen ÖPNV für gewisse Gruppen und die damit angekündigte Studie genauestens zu beobachten. Diese Ankündigungen der Wallonischen Region begrüßen wir selbstverständlich. Die angekündigte Studie kann zudem wertvolles Zahlenmaterial für den ÖPNV und die Schülerbeförderung in Ostbelgien zutage fördern. Wenn man über eine von der Gemeinschaft komplett finanzierte Schülerbeförderung spricht, muss man entgegenhalten, dass das Ministerium zurzeit weder über verlässliche Buskapazitäten noch über Busfahrer oder Busbegleiter verfügt. Eine Studie könnte erstmals verlässliches Zahlenmaterial liefern, um die effektiven Kosten abzuschätzen. Zudem fordern wir die Regierung auf, im Dialog mit der Regierung der Wallonischen Region darauf hinzuwirken, dass bei der Umsetzung ihres Vorhabens insbesondere die Interessen der Schülerbeförderung in der DG gewahrt sein werden und dass berücksichtigt wird, dass insbesondere in Bezug auf die geografische Verteilung der durch den TEC organisierten Buslinien und deren Auslastung noch einiges zu tun ist. Die Befahrung oder eben nicht Befahrung gewisser Strecken durch die TEC sorgt nämlich immer wieder für Diskussionen. Wir fordern die Regierung auf, im engeren Dialog mit den Betreibern die Belange der Bevölkerung zu beachten. Bei einigen Buslinien besteht mit Sicherheit noch Optimierungsbedarf und gleichzeitig muss zu bestimmten Tageszeiten die Beförderungskapazität erhöht werden, gerade wenn es um die Schülerbeförderung geht. Drittens fordern wir die Regierung auf, die Interessen der Bevölkerung hier in der DG bei der grenzüberschreitenden Mobilität bestmöglich zu berücksichtigen. Es müssen passgenaue Lösungen für Grenzgänge und auch allgemein für Grenzgebiete gefunden werden. Immer wieder Thema ist hier beispielsweise die Busverbindung zwischen Eupen und Aachen. Der ÖPNV sollte immer die günstigere Alternative zum privaten PKW sein. Dies ist hier beispielsweise nicht der Fall. Die unterschiedlichen Tarifstrukturen verschiedener Verkehrsbetriebe müssen besser aufeinander abgestimmt werden. Viertens fordern wir die Regierung auf, die gesetzlichen Grundlagen zur Organisierung der Schülerbeförderung in der DG zu überarbeiten bzw. ein neues Dekret über die Schülerbeförderung zu erarbeiten, das den aktuellen Herausforderungen Rechnung trägt. Hier geht es vor allem um eine sozial gerechte Tarifgestaltung und eine Reduzierung der für die Schülerbeförderung festgelegten Mindestentfernung zwischen Wohnort und nächstgelegener Schule freier Wahl. Dies ist für uns die wichtigste Forderung. Dabei sollten zum einen die Mindestentfernungen zwischen Wohnort und der nächstgelegenen Schule freier Wahl überdacht werden, die unter anderem auch zu Schwierigkeiten führen kann. Beispielsweise, wenn Geschwisterkinder dieselbe Schule in verschiedenen Stufen besuchen und dadurch unterschiedlichen Beförderungsregeln Anwendung finden. Zum anderen soll man sich trotz des Vorhabens der Wallonischen Region bereits damit beschäftigen, wie die Tarifgestaltung sozial gerechter gestaltet werden kann, um vor allem einkommensschwache Familien oder auch kinderreiche Familien finanziell besser zu entlasten. Seitens des Elternbundes wurden beispielsweise die Fragen aufgeworfen, warum Familien mit drei Kindern bereits eine Reduzierung erhalten, eine leinerziehende Mutter mit zwei Kindern aber nicht. All das sind Situationen, die es zu überdenken und zu diskutieren gilt. Die Anpassung dieser Normen bringt einen greifbaren Mehrwert für unsere Bevölkerung. Zum Schluss fordern wir die Regierung auf, Initiativen zu fördern und zu unterstützen, die Alternativen zur privaten Nutzung von Pkw darstellen und die die allgemeine Sicherheit auf den Straßen erhöhen. Die allgemeine Entwicklung ist dahingehend, dass immer weniger Kinder den Schulweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad bestreiten, sondern mit dem privaten Pkw zur Schule gebracht werden. Auch wenn es sich nur um einige wenige Kilometer handelt. Für die Gesundheit und die Förderung der Konzentrationsfähigkeit kann ein kurzer Weg zur Schule zu Fuß oder mit dem Rad allerdings wahre Wunder bewirken. Gerade noch haben wir das Thema Bewegungsmangel in einer Ausschusssitzung thematisiert. Allerdings müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, um einen sicheren Schulweg zu garantieren. Auch das Busfahren ist nicht ungefährlich und verdient besonderer Beachtung. Warum sind wir nun in den Abänderungsvorschlägen von der vollen Kostenrückerstattung abgerückt? Zum einen ist die DG nicht zuständig für den ÖPV und würde durch eine Rückerstattung der Kosten im Grunde die TEC oder eben die Wallonische Region bezuschussen. Sollte man mit einem Rückerstattungssystem arbeiten, würde der Verwaltungsaufwand so kolossal, dass die Sinnheftigkeit dieser Forderung ernsthaft ins Wanken gerät. Wir plädieren für ein sozial gerechteres System und in dem Fall bewegen wir uns auch im Rahmen unserer Zuständigkeiten. Für Soziales ist die DG nämlich sehr wohl zuständig. Das Busabonnement ist mit Sicherheit für einige Familien schwer zu stemmen. Das darf natürlich nicht sein und hier muss auch etwas getan werden. Allerdings ist das nicht bei allen der Fall und ein Busabonnement ist dann doch weitaus günstiger als die Anschaffung eines privaten PKW. Und damit komme ich zur letzten Feststellung. Im Grunde müssten durch die Maßnahmen der Politik erreicht werden, dass mehr Menschen auf das Auto verzichten und die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Wer sich allerdings einmal an den Komfort des privaten PKW gewöhnt hat, der möchte den oft meistens nicht mehr missen. Eine kostenlose Nutzung des ÖPNV ist vor allem für diejenigen attraktiv, die ihn bereits nutzen. Und alle anderen, um die zu überzeugen, das Auto stehen zu lassen, sind vielbefahrene Streckennetze durch Linienbusse und die Pünktlichkeit oft ein größeres Thema als die eigentlichen Kosten. Durch unsere geografische Lage ist allerdings ein vielbefahrenes Streckennetz der Buslinie eine schwierige Sache. Und gerade aus diesem Grund ist die Sicherheit auf der Straße für Fußgänger und für Radfahrer so wichtig. Vielen Dank. Als nächstes spricht Herr Mertes. Ja, wie ich eben bereits angekündigt habe oder erläutert habe, handelt es sich ja hier um einen neuen Resolutionsvorschlag, der von den Mehrheitskollegen hinterlegt wurde. Er wurde gerade von der Kollegin auch nochmal vorgestellt inhaltlich. Es wird niemand verwundern, dass wir bedauern, dass diese Richtung oder die Entwicklung in dieser Thematik sich so entwickelt hat, wie es der Fall ist. Und dass man von unserem Resolutionsvorschlag abgewichen ist und einen ganz neuen eingereicht hat. Wir sind nach wie vor von unserem Resolutionsvorschlag überzeugt und wir denken, es ist eine verpasste Chance. Ich möchte kurz auf einige Aspekte reagieren, die wir schon während der Ausschussdebatte angesprochen wurden, auch gerade teilweise hier vorgetragen wurden von der Mehrheitskollegin und auch von der Kollegin der CSP. Und zwar wird da angesprochen, dass man, oder es steht auch im Abwendungsvorschlag, dass man abwarten möchte, wie sich die Situation in der Wallonischen Region entwickelt. Dort hat man angekündigt, den öffentlichen Personennahverkehr für Schüler bis 25 kostenlos gestalten zu wollen. Sicherlich sollte man dies verfolgen. Wir begrüßen auch diese Initiative der Wallonischen Region. Es ist nur so, dass das zum heutigen Zeitpunkt eine Absichtserklärung ist und wir wissen noch nicht, wann das denn definitiv eintreffen wird und ob es überhaupt eintreffen wird. Von daher sollte man den Tag nicht vor dem Abend loben und ich finde, die DG hätte da schon selber Initiative ergreifen können. Es ist letzten Endes, was die Kosten anbetrifft, natürlich eine Prioritätensetzung. Wir haben im Ausschuss vernommen, dass auf Basis der aktuellen Zahlen der Schüler im Sekundarschulwesen das Ministerium von einem Kostenfaktor von 400.000 bis 500.000 Euro ausgeht. Es könnten wahrscheinlich auch einige mehr sein, denn man wird vermuten können, dass dann auch andere Eltern, die heute den Bus nicht nutzen, ein Ticket sich besorgen werden, weil es ja kostenlos ist. Trotzdem hatten wir ja in unserem Resolutionsvorschlag ein Modell zur Finanzierung angesprochen und zum einen war dies die Abschaffung der Fahrer der Minister und nicht des Ministeriums. Da habe ich mich eben versprochen. Wo wir von einer Kosteneinsparung von ca. 250.000 Euro eingehen und wenn man den Posten des Senators und des Parlamentspräsidenten zusammenlegen würde, kann man auch von ca. Kostenersparnis 250.000 Euro ausgehen. Also summa summarum ca. 500.000 Euro, was dann schon den geschätzten Kosten sehr nahe kommt. Die hat bei 400.000 bis 500.000 Euro lagen. Ich frage mich auch, was daran populistisch sein soll. Ich denke, es ist einfach eine Prioritätensetzung. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, absolut. Nur wir vertreten die Meinung, dass das Geld des Steuerzahlers beim postenlosen Schülertransport besser eingesetzt ist. Es wird hier erwähnt, dass eine komplette Rückerstattung der Kosten für alle Familien eine radikale Maßnahme sei, so sagte zumindest die Kollegin der CSB. Danach sprach sie von einer klaren Maßnahme. Das Wort klar, ja, da stimme ich zu. Das ist sehr klar und ich denke, wir sind für klare Positionen bekannt. Ich finde, das habe ich auch immer gesagt im Ausschuss, das ist bei uns ein wesentlicher Aspekt, dieses Resolutionsvorschlag, dass wir ausdrücklich die Rückerstattung für alle Familien fordern und nicht nur für die, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden. Wir wissen nicht, warum die Leute, die anderen Leute dann quasi, die nicht in dieser Situation sind, dieses Verwehrt bleiben sollte. Was den Schulweg betrifft, so wurde das ja auch von einigen Kollegen geteilt. Es ist in der Tat so, dass teilweise die Eltern, die Schüler oder die Kinder fahren müssen, weil die Entfernungen, die Mindestentfernungen zu weit sind. Und zumindest das scheint sich ja anzubaden, dass man sich darüber noch beugen wird und diese Normen nochmal anpackt. Das begrüßen wir natürlich. Ja, Frau Huben, Sie sagten, dass es ein Problem sein könnte, wenn man jetzt die Kosten rückerstattet. Dann würden automatisch mehr mit dem Bus fahren, beziehungsweise man würde quasi keine Anreize schaffen, dass Schüler sich mit zu Fuß oder mit dem Rad zur Schule begeben. Nun ist es so, dass der Transport für die Primarschulkinder schon heute kostenlos ist und da stellt auch keiner die Frage, ob das in irgendeiner Weise zu negativen Effekten führt. Ich denke, man sollte auf jeden Fall, und das habe ich auch immer unterstützt, die Anreize beziehungsweise die Eltern nochmal sensibilisieren, auch den Schulweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu machen. Das ist unabhängig von der Tatsache, dass man die Kosten rückerstatten möchte. Also ich sehe da keinen direkten Zusammenhang und ich denke, man kann beides parallel machen. Auch wenn es sich um Sekundarschüler handelt, richtig, aber es gibt auch Sekundarschüler, wo man das, also das habe ich doch gar nicht gesagt, jetzt reden Sie mir doch das Wort nicht im Mund herum. Also ich denke, Sie sollten einfach mal zuhören und dann können Sie ja gleich gerne Stellung dazu beziehen. Ja, da habe ich das aber nicht so gesagt, wie Sie das gerade darstellen. Ja, es wäre eine Chance gewesen, sie wurde leider nicht genutzt und deswegen werden wir auch dem vorliegenden abgeänderten Resolutionsvorschlag nicht zustimmen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Servat, ja, das Wort. Kein Vorschussapplaus, Herr Kollege Walter. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder der Regierung, werte Kolleginnen und Kollegen. Die deutschsprachige Gemeinschaft zählt gut und gerne 13.000 Schüler, Lehrlinge und Studenten. Im Ausgabenbereich 2020, im Haushalt 2020, den wir in diesen Tagen debattieren, sind im Organisationsbereich 30, Programm 12, Schülerbeförderung immerhin 1.248.000 Euro vorgesehen. Zur Bewältigung ihrer Aufgaben in diesem Bereich arbeitet die DG gezielt und regelmäßig mit der Wallonischen Region, der Nahverkehrsgesellschaft DEC, hiesigen Busunternehmen und sogar punktuell mit privaten Taxidiensten zusammen. Diese wenigen Fakten reichen wohl aus, um zu illustrieren, dass der Schülertransport ein wichtiges Aufgabenfeld der DG darstellt und sie diesbezüglich auch ihre dekretale Verantwortung wahrnimmt. Und das ist auch gut so, denn all die Schülerinnen und Schüler, um die es hier geht, verbringen mitunter viel Zeit in ihrem Schulbus. Dabei muss zunächst die Sicherheit in allen erdenklichen Facetten und zu jeder Zeit gewährleistet sein. Der Schulbus stellt aber gleichzeitig auch einen regelrechten Ort der Sozialisierung dar. Im Bus können Schüler sich beispielsweise zum Schuljahresbeginn kennenlernen. Es ist ein Ort des Austauschs, wo Kinder und Jugendliche sich unterhalten, wo sie Freundschaften schließen und sich sowohl über ihre schulischen als auch über ihre außerschulischen Aktivitäten unterhalten können. Und was andere Erlebnisse, nützliche Lebenserfahrungen und nicht selten auch spaßige Anekdoten betrifft, könnte wohl jeder frühere Schulbusnutzer in diesem Halbrund so einiges aus dem Nähkästchen berichten. Nicht wahr? Ich sehe zustimmendes Lächeln. Kurz und knapp, das Fortbewegungsmittel Schulbus stellt einen wahren Mikrokosmos dar. Und zwar in dem Maße, dass er sich durchaus, kleines Augenzwinkern, für eine Sozialraumanalyse eignen würde. Darüber hinaus ist der Schulbus jedoch auch gut für die Umwelt. Dazu kommt noch, dass er den Verkehr beruhigt. Zum einen durch sein einfaches Auftauchen im Straßenverkehr vor Ort. Zum anderen, wenn weniger Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren. Unterdessen ist die SP-Fraktion der Meinung, dass auch beim Schülertransport den sozialen Unterschieden der Nutzer ein besonderes Augenmerk gewidmet werden muss. Finanziell schwächere Familien haben in der Tat oft Schwierigkeiten, ein Busabonnement zu zahlen. Eine oder mehrere Schüler aus diesen Familien haben somit nicht die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Klassenkameraden den Bus zu nehmen. Oft sind es auch jene Familien, die kein Auto besitzen, denen es schwerfällt, ein Busabonnement zu zahlen. Oder aber jene Familien, die nur ein Auto für die ganze Familie besitzen. Deswegen ist es für diese Familien besonders schwer, den Transport dann selbst zu organisieren. Nun hat die Wallonische Region in ihrer Regierungserklärung festgehalten, dass Busfahrten für alle Bürger bis zum 25. Lebensjahr und ab dem 65. nach und nach kostenlos werden sollen. Wir begrüßen diese Maßnahme ausdrücklich. Dennoch hindert uns theoretisch nichts daran, für unsere Sekundarschüler kostenreduzierende Maßnahmen zu ergreifen, nachdem der kostenlose Schülertransport für die Primarschule in der DG bereits Praxis ist. Dabei müssen wir aber immer die praktischen Kosten und Folgewirkungen beachten, die unsere Entscheidungen mit sich bringen würden. Und genau wie der Minister sind auch wir der Meinung, dass Familien mit hohem Haushaltseinkommen sich verstärkt an den Kosten beteiligen können, um eine sozial gerechtere Kostenbeteiligung einführen zu können. Wir von der SP setzen uns nicht erst seit heute für die Kostenlosigkeit der Bildung ein. Denn diese muss für jeden garantiert sein. Kostenlosigkeit der Bildung beginnt beim Schülertransport in der Primarschule und beinhaltet aber auch beispielsweise Klassenfahrten in allen Schulen. Auch diese Transporte sollten nah und nah kostenlos werden. Wie beim Kindergeld brauchen wir eine Regelung pro Kind. Ein Kind ist ein Kind. Und bei diesem Resonationsvorschlag geht es in unseren Augen darum, für eine ausgewogenere und verbesserte Chancengleichheit zu sorgen. Jedes Kind muss die gleichen Möglichkeiten haben. Werte Kolleginnen und Kollegen, in unseren Augen schafft die Resolution in ihrer im Ausschuss durch die Mehrheitsfraktionen abgeänderten Form einen realistischeren, aber keineswegs weniger zielführenden Rahmen. Ein realistischer und zielführender Rahmen, der sehr wohl konkrete Fortschritte im Hinblick auf eine spürbare Senkung der Schülertransportkosten erlaubt. Auf dem Weg dorthin gilt es aus Sicht der SP-Fraktion natürlich zunächst, die einkommensschwächeren Familien zu entlasten. Wir sollten Schritt für Schritt vorgehen, gemeinsam mit den eingangs von mir erwähnten Partnern. Wir befürworten daher den durch die abgeänderte Resolution aufgezeigten Weg. Und ich für meinen Teil, werte Kolleginnen und Kollegen, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wenn es sich die Ekelo-Fraktion zu Wort, dann bitte ich, Sie nahe herzukommen. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, die Situation zum Schülertransport ist sehr komplex. Das Ziel an sich ist ein übergeordnetes Ziel und das ist, denke ich, trotz allem relativ klar. Die Menschen sollen vermehrt auf ihr Auto verzichten, immer da, wo es möglich ist. Der kostenlose öffentliche Personennahverkehr wäre da ein erheblicher Anreiz, den es zu schaffen, vielleicht als Fernziel gelten könnte. Die Situation ist aber deshalb sehr komplex, weil die DG, wir haben es schon einige Male gehört, in ihrer Zuständigkeit hier von der Wallonischen Region abhängig ist. Die Regierung der Wallonischen Region ist mit einer hohen Zielsetzung in das Unterfangen gestartet, den öffentlichen Personennahverkehr auf kurz oder lang kostenlos zu machen. Und Stand jetzt werden die Kosten schrittweise reduziert. Es wurden schon einige Bedenken und Schwierigkeiten in Bezug auf die Situation im öffentlichen Personennahverkehr skizziert, von allen Beteiligten, besonders deutlich von Frau Huben-Mesen. Zum Beispiel ist das Auto allgegenwärtig. Die ländliche Situation ist schwierig und davon abgesehen ist auch nicht so viel Personal verfügbar, das über einen entsprechenden Führerschein verfügt. Als Positive achten wir die Tatsache, dass der eingereichte Resolutionsvorschlag den Faktor der Sozialverträglichkeit berücksichtigt, das heißt, dass finanziell schwache Familien und kinderreiche Familien besonders berücksichtigt werden. Der grenzüberschreitende Dialog ist wichtig, weil diese Lösung kostspielig und dadurch besonders unattraktiv ist. Außerdem unterstützen wir die Tatsache, dass hier die Forderung der Vivant-Fraktion, auf die Minister der Chauffeure zu verzichten und dieses Geld zu nutzen, rausgenommen wurde. Das ist unserer Meinung nach einfach eine andere Diskussion, die man gerne führen kann, aber mit so einem besonders sinnvollen Resolutionsvorschlag eigentlich unserer Meinung nach nicht verbunden werden sollte. Der Elternrätebund der Ostbelgiens hat im Ausschuss einige sehr wichtige Sachen bezüglich der gesamten Verkehrssituation und des gesamten Schulweges unserer Schüler gesagt, auf die ich jetzt nochmal eingehen möchte. Zum Beispiel die Tatsache, dass zu wenig und zu wenig sichere Radwege vorhanden sind, sodass Eltern aus Angst ihre Kinder niemals oder viele Eltern mit dem Fahrrad zur Schule schicken würden. Selbst die Bürgersteigsituation ist kompliziert und da ist dann auch die Allgegenwart des Autos natürlich ein erschwerender Faktor, weil Autos Wege zuparken oder eben auch über den Radweg fahren und die nötige Rücksicht auf die Radfahrer fehlt. Fahrgemeinschaften zum Beispiel, da ist die Hemmschwelle dann auch zu hoch und letzten Endes, naja, findet der sanfte Verkehr in unserer jetzigen Straßensituation zu wenig Platz. Positiv ist die Tatsache, dass im Resolutionsvorschlag die Anpassung der Entfernungen der Haltestelle zum Wohnhaus angepasst werden soll und dass ein Gesamtdekret erstellt werden soll, mit dem dieser Situation Rechnung getragen werden soll. Auch verständlich, wenn vielleicht nicht ganz positiv, ist die Tatsache, dass der ursprüngliche Vorschlag von Vivant im neuen Vorschlag deutlich abgeschwächt worden ist und obwohl wir uns einen ehrgeizigeren Vorschlag gewünscht hätten, werden wir dem Resolutionsvorschlag zustimmen. Vielen Dank. Ich nehme das Glas einfach an. Als nächster spricht Herr Miesen. Ja, werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament, sehr geehrter Herr Präsident, ergänzend zu dem, was jetzt schon von all denjenigen gesagt worden ist, die hier die Zustimmung angekündigt haben zu dem Resolutionstext, da schließe ich mich vielen Bemerkungen an, möchte ich noch einige Bemerkungen machen, aber vielleicht ergänzend auch insbesondere zur Bemerkung, die Kollege Servati gerade hier gemacht hat, nämlich, dass der Schulbus ein überaus interessanter Ort ist, Leute kennenzulernen und ein Mikrokosmos ist, kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, dass ich da durchaus interessante Erfahrungen gemacht habe, weil ich habe nämlich damals im Schulbus auf dem Weg von Hergersberg nach Manderfeld und zurück Kollege Balter kennengelernt und das hat durchaus nachhaltige Wirkung, wie man heute weiß und was eine entsprechende Sozialraumanalyse damals ergeben hätte, da habe ich ein paar Ideen zu, aber die behalte ich lieber für mich. Ich bin schon als Kindergartenkind mit diesem Bus gefahren. So, aber zurück zur Seriosität. Einige Bemerkungen, wie gesagt, ergänzend zu dem, was die Kollegen schon gesagt haben, die dem Text zustimmen möchten. Sich noch zu früh zum Memoir schreiben, ne? Ja, für mich bestimmt. Erstens, selbst wenn die Schülerbeförderung für die Schüler bzw. deren Eltern kostenlos wäre, so wäre sie doch nicht gratis, möchte ich bemerken. Es gibt auf dieser Welt nur wenige Dinge, die wirklich gratis sind und ganz bestimmt gilt das für öffentliche Dienstleistungen. Wer öffentliche Dienstleistungen in Anspruch nimmt, der muss wissen, dass letztendlich immer irgendjemand das Portemonnaie aufhält und bei Dienstleistungen sind es ja insbesondere die Steuerzahler, also wenig oder fast gar nichts ist im öffentlichen Bereich. Ömeses wird der Eifler sagen. Zweitens, den Gedanken, immer mehr öffentliche Dienstleistungen gratis anzubieten, halten wir aus finanzpolitischer Sicht nicht nur für gefährlich, sondern auch für eine ungesunde Entwicklung in unserer Gesellschaft. Muss der Staat, die Frage möchte ich aufwerfen, muss der Staat wirklich mit immer mehr Aufgaben und Verpflichtungen aufgebläht werden? Muss wirklich alles darauf hinauslaufen, dass der Staat gratis Angebote aufstellt? Müssen wir den Bürgern tatsächlich immer mehr von staatlichen Leistungen abhängig machen? Müssen wir Politiker und auch unsere Parteien uns wirklich mit immer größeren Versprechen überbieten nach dem Motto, wenn ihr uns wählt, dann bekommt ihr dieses oder jenes? Oder anders ausgedrückt, wenn ihr uns wählt, gibt es alles Mögliche gratis? Oder ist es nicht doch verantwortlicher, auf ein soziales, solidarisches und leistungsgerechtes Miteinander hinzuwirken und dabei auch auf Eigenverantwortung zu bauen, statt sich darauf zu konzentrieren, wie das Füllen von Portemonnaies einzelner Wählergruppen vonstatten gehen kann? Ist es wirklich intelligent, dabei Gruppen gegeneinander auszuspielen, die Neiddebatte anzuheizen und dabei die jeweiligen Erwartungshaltungen immer höher anzuschrauben, Erwartungen, die die Politik am Ende nicht mehr erfüllen kann und so für viel Verdrossenheit sorgt? Dritte Bemerkung. Für die PFF macht es auch in diesem Kontext dieser grundsätzlichen Fragen Sinn, dass es eine Bindung zwischen dem Angebot einer Dienstleistung und der Inanspruchnahme einer Dienstleistung gibt. Dass das Nutzen der staatlichen Dienstleistungen auch eine Art Verantwortlichkeitsbeitrag nach sich zieht, das hält die PFF nicht nur für vertretbar, sondern auch für sinnvoll. Auch jedem Bürger sollte klar sein, dass Dienstleistungen nicht einfach so vom Himmel fallen, sondern dass dafür eine Leistung erbracht werden muss. Dass wenn ich etwas haben will, ich auch etwas dafür tun muss. Eine solche Einstellung zum Leistungsprinzip ist ein gutes Rüstzeug fürs Leben und ich behaupte persönlich, das hat noch niemandem geschadet. Vierte Bemerkung. Sicher kann man auch bei der Schülerbeförderung noch vieles verbessern. Das ist schon eben angeklungen, zum Beispiel in Bezug auf die Normen der Plätze, insbesondere in den Tech-Bussen oder in Bezug auf die soziale Ausgestaltung der Tarife. Ich möchte aber mal festhalten, dass die Schülerbeförderung schon heute staatlich, beziehungsweise auch von der Gemeinschaft dann, stark gestützt wird und wir nicht bei Null stehen. Ganz im Gegenteil. Für einen überschaubaren Beitrag erhalten die betroffenen Bürger, die Schüler beziehungsweise deren Eltern schon heute eine verlässliche, eine sichere und eine qualitativ hochwertige Dienstleistung, eine hochwertige Schülerbeförderung. Und fünftens und letzte Bemerkung, die gilt zur Form, das habe ich auch schon im Ausschuss gesagt. Es ist legitim, dass wir uns hier im Rahmen eines Resolutionsvorschlags mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich möchte aber nochmals daran erinnern, dass wir nicht allzu viel Energie in Resolutionsvorschläge stecken sollten, weil letztendlich ein Resolutionsvorschlag immer nur ein geduldiges Stück Papier mit Forderungen ist. Gerade hier in dem Bereich, wo wir selbst Dekretgeber sind und autonom sind, denke ich, es macht sehr viel mehr Sinn, uns jetzt auf das Dekret zu konzentrieren, denn da kommt hinten am Ende auch wirklich etwas bei raus für die Bürger. Und deswegen unterstützen wir auch ausdrücklich die entsprechende Forderung, die im Resolutionsvorschlag ja eingebaut worden ist, nämlich, dass die Regierung bitte einen Vorschlag unterbreitet und sich das Parlament dann darüber beugen kann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Möchte die Regierung sich zu Wort melden, dann bitte ich Sie, das zu tun. Herr Mollers hat das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, die Diskussionen haben in der Tat vor etwas mehr als einem Jahr begonnen und ich selbst erinnere mich daran, dass ich anlässlich der Haushaltsdebatte 2018, also vor genau einem Jahr, dazu schon einmal ausführlich Stellung bezogen habe und ich möchte mir auch heute erlauben, einige Kommentare aus der Sicht der Regierung dazu beizutragen. Der Ausschuss 3 hat sich ein Jahr lang sehr intensiv mit der Thematik befasst und ich glaube, es ist relativ schnell, fraktionsübergreifend die Erkenntnis gereift, dass diese Materie doch komplexer ist, als man auf den ersten Blick vermuten könnte. Ich glaube, dass genauso schnell auch alle Fraktionen sich darin einig waren, dass die Schülerbeförderung in der deutschsprachigen Gemeinschaft noch Verbesserungen vertragen kann. In welchem Rahmen wir uns bewegen, das wurde bereits von mehreren Vorrednern sehr richtig dargestellt. Die deutschsprachige Gemeinschaft ist ein sehr dünnes Gebiet, das allein aufgrund seiner geografischen Disponibilitäten und Dispositionen weniger geeignet ist für den öffentlichen Personennahverkehr, der wiederum Zuständigkeit der wallonischen Region ist. Nur die Schülerbeförderung ist Zuständigkeit der deutschsprachigen Gemeinschaft, aber wir dürfen uns in der Schülerbeförderung nur dort bewegen, wo es die wallonische Region bzw. ihr beauftragter Dienstleister der TEC nicht tut. Und überall dort, wo wir es tun, darauf hat Frau Scholzen richtigerweise bereits hingewiesen, sorgen wir dafür, dass für Primarschüler und Förderschüler das Ganze kostenlos vonstatten geht und vor allen Dingen, dass auch jeder Schüler, jede Schülerin einen garantierten Sitzplatz zur Verfügung hat. Auch die Mindestentfernung von vier Kilometern zur nächstgelegenen Schule freier Wahl, wie es so schön in unseren Rechtstexten definiert ist, wird faktisch eigentlich schon seit Jahren durch unzählige Ausnahmegenehmigungen umgangen. Es ist allerdings in der Tat an der Zeit auch den Rechtstext jetzt endlich mal anzupassen und diese vier Kilometer Entfernung zu reduzieren. Da stehe ich ganz bei allen Vorrednern, die das gefordert haben. Und die größte Herausforderung aus Sicht der Unternehmer, die wir ja auch vor den Wahlen bereits im Ausschuss angehört haben, ist, dass die Schülerbeförderung nur morgens und abends benötigt wird, dann eine relativ hohe Auslastung hat für den Betrieb, aber wiederum bedeutet das, dass die Busse, die er organisieren muss, während des Restes des Tages kaum ausgelastet sind. Und das führt dazu, dass das Ministerium bereits heute größte Schwierigkeiten hat, überhaupt noch Dienstleister zu finden, Unternehmen zu finden, die die verschiedenen Linien abdecken können. Darauf hat Kollegin Huben ja bereits hingewiesen. Um es mit den Worten von Charles Servati zu sagen, wir nehmen unsere Verantwortung wahr. Die DG ist überall dort vorbildlich, wo wir es selbst machen können, wo wir die Schülerbeförderung selbst organisieren können. Aber sie muss dazu eben auch enorme Anstrengungen unternehmen. Ich möchte noch mal kurz auf den ursprünglichen Resolutionsvorschlag der Vivant-Fraktion eingehen. Der Resolutionsvorschlag von Vivant fordert eine generelle und unkomplizierte Erstattung aller mit dem Schülertransport der Sekundarschüler verbundenen Kosten. Das ist die erste Forderung, so wie sie in Ihrem Forderungskatalog aufgeführt ist. Ich kann dazu nur einige Dinge wieder aufgreifen, die im Ausschuss bereits gesagt worden sind. Die vollkommene Kostendosigkeit wurde ja sogar vom Elternbund aus Belgien als nicht absolut notwendig eingestuft, wohl aber eine sozial gerechtere Gestaltung der Tarife. Und was die sogenannte unkomplizierte Erstattung der Kosten angeht, glaube ich, hat der stellvertretende Generalsekretär des Ministeriums im Ausschuss sehr deutlich gemacht, das unkompliziert wohl kaum machbar sein wird. Wenn wir über ein Rückerstattungssystem sprechen, dann müssen Belege eingereicht werden, dann muss nachgewiesen werden, dass die Busabonnements auch tatsächlich genutzt werden. Und das zieht einen unwahrscheinlichen Verwaltungsaufwand nach sich. Frau Scholzen hat zu Recht darauf hingewiesen. Nun hat Vivant selbst in der Person von Kollege Mertes am 10. Oktober im Ausschuss 3 angekündigt, dass man den Resolutionsvorschlag noch um die Lehrlinge erweitern wolle. Auf einen entsprechenden Abwendungsvorschlag warten wir bis heute. Der Resolutionsvorschlag von Vivant fordert dann in einer weiteren Forderung, den Quasimonopolisten-TEC in die Verantwortung zu nehmen, damit das gesamte Gebiet der DG abgedeckt werde. Wohlgemerkt, diese Forderung richtet sich an die Regierung der deutschsprachigen Gemeinschaft. Die deutschsprachige Gemeinschaft soll also den TEC in die Verantwortung nehmen. Liebe Kollegin von Vivant, mich würde wirklich sehr interessieren, wie wir das denn bewerkstelligen sollen. Die DG ist weder für den öffentlichen Personennahverkehr zuständig, noch übt sie eine Aufsichtsfunktion über den TEC aus. In beiden Fällen wäre die Wallonische Region also der richtige Adressat für ihre Forderung gewesen, nicht die Regierung der deutschsprachigen Gemeinschaft. Und zu guter Letzt, um ein drittes Beispiel zu nennen, fordert der Resolutionsvorschlag von Vivant die DG-Regierung, erneut die DG-Regierung dazu auf, den TEC zu verpflichten, entsprechend der Anzahl zu befördernder Schüler eine ausreichende Anzahl Busse einzusetzen. Der Kommentar erübrigt sich, das Problem bleibt das gleiche. Wir sind nicht zuständig und haben infolgedessen auch keinerlei Druckmittel auf den Transport en commun. Und auch dort hat Kollege Mertes in der Ausschuss-Dreisitzung vom 10. Oktober angekündigt, dass er die Forderung, dass er die Resolution erweitern möchte, und zwar um eine Forderung an die Föderalregierung, die Sicherheitsnormen für die Beförderung mit Bussen zu überarbeiten und, vereinfacht ausgedrückt, mehr Platz für die Kinder vorzusehen. Auch hier hat es nie nach dem 10. Oktober einen entsprechenden Abänderungsvorschlag seitens der Vivant-Fraktion gegeben. Wenn man den Resolutionsvorschlag der Vivant-Fraktion im Lichte der Beratungen in Ausschuss 3 liest, dann kommt man unweigerlich zu der Erkenntnis, dass er wohl nicht genug in die Tiefe geht, dass er oberflächlich ist und sich die meisten Forderungen an den falschen Adressaten richten. Nämlich in diesem Fall richten sie ihre Forderungen an die DG, wo wahrscheinlich eher die Wallonische Region oder der Föderalstaat gemeint war. Das ist auch nicht schlimm, sondern sei jedem Parlamentarier zugesprochen. Niemand ist allwissend, niemand ist fehlerfrei, auch die Regierung nicht. Schließlich dienen ja genau dazu die Anhörungen und Beratungen im Ausschuss, dass man sich ein umfassendes Bild macht, um dann gegebenenfalls nachzubessern. Dass es also nicht schlimm ist, allerdings dass Vivant keinerlei Anstalten gemacht hat, den eigenen Text nachzubessern. Und noch schlimmer ist, dass man zwar Erweiterungen des Resolutionsvorschlags ankündigt, siehe Bericht zu den Diskussionen im Ausschuss, diese Ankündigungen jedoch niemals umgesetzt werden. Da kann man sich schon fragen, wie ernst denn die Vivant-Fraktion ihren eigenen Resolutionsvorschlag überhaupt nimmt und wie ernst sie im Endeffekt auch das Thema nimmt. Sie verkünden zwar, dass das für sie ein sehr wichtiges Thema ist, aber sie zeigen keinerlei Kompromissbereitschaft, sie zeigen auch keinerlei Lösungsorientierung. Ich habe den Eindruck oder ich stelle mir die Frage, ob es da nicht vielmehr um Wahlkampfgetöse und Stimmenfang ging und dass jetzt nach den Wahlen einige Monate danach ganz einfach die Luft raus ist. Jedenfalls kann ich mich dieses Eindrucks nicht erwehren. Da lobe ich mir doch das Verhalten der Vertreter der Mehrheitsfraktionen. Alle haben, ohne zu zögern, von Anfang an die Wichtigkeit des Themas betont, gleichzeitig aber auch die Komplexität erkannt, haben sich intensiv und seriös mit den im Ausschuss 3 vorgebrachten Argumenten und Informationen auseinandergesetzt und haben einen Alternativvorschlag erarbeitet, der ausgewogen sachlich und sehr zielstrebig ist, der die richtigen Adressaten erkennt und die Verantwortung dorthin bringt, wo sie zum größten Teil ist, nämlich bei der ballonischen Region, gleichzeitig aber auch die deutschsprachige Gemeinschaft im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und Möglichkeiten in die Pflicht nimmt und der vor allen Dingen das Thema nicht nur unter finanziellen Gesichtspunkten erläutert, sondern die Gesamtproblematik unter der Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse der Bevölkerung der deutschsprachigen Gemeinschaft einfließen lässt, Stichwort grenzüberschreitender öffentlicher Personennahverkehr und Stichwort Alternativen zur Gestaltung des Schulwegs. Ich finde, dass die Vertreter der Mehrheit hier solide und ernsthafte Arbeit geleistet haben und sich auch sehr kompromissbereit gezeigt haben. Und auch wenn die Umsetzung der Resolution natürlich für uns als Regierung mit einer Menge an Arbeit verbunden sein wird, so kann ich den Abwendungsvorschlag der Mehrheitsfraktionen nur begrüßen und auch von Seiten der Regierung unterstützen. Ich kann nur noch einmal bekräftigen, dass auch die Regierung das Thema sehr ernst nimmt und im Rahmen des laufenden Arbeitsprogramms 2019-2024 vorgesehen hat, die gesetzliche Grundlage für die Schülerbeförderung wesentlich zu verbessern. Die Anregungen aus dem Resolutionsvorschlag der Mehrheitsfraktionen und wie wir gerade gehört haben, mit der Unterstützung von CSB und ECOLO, worüber ich mich auch sehr freue, diese Anregungen nehmen wir gerne in unserer Arbeiten auf, damit der Resolutionsvorschlag kein geduldiges Stück Papier mit Forderungen bleibt, wie Kollege Miesen zu befürchten wagte. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zu den Erwiderungen der Fraktionen oder CSB, Pro DG, Vivant, Herr Mertes. Ja, vielen Dank. Ich möchte auf zwei Aussagen eigentlich reagieren. Zum einen zu Herrn Mollers. Ich finde das schon ein fast starkes Stück. Ich möchte daran erinnern, dass wir den Resolutionsvorschlag eingereicht haben und damit das Thema auf die Agenda gesetzt haben und nicht die Mehrheitskollegen. Und das Thema ist uns sehr wichtig. Ich denke, das hat nichts mit Wahlkampf zu tun, sondern ganz einfach geht es um die Sache. Und wenn Sie jetzt daraus was anderes drehen wollen, dann machen Sie das. Das ist dann Ihre Angelegenheit. Nur es ist definitiv nicht so. Ich möchte da auch ein paar Sachen klarstellen. Sie sprachen davon, dass wir einen Abänderungsvorschlag angekündigt hätten bezüglich der Aufnahme der Lehrlinge in diesen Resolutionsvorschlag. Dieser Vorschlag oder diese Idee kam von den Vertretern der PFF-Fraktion. Ich habe den begrüßt damals. Ich hatte tatsächlich einen Abänderungsvorschlag angekündigt, aber nicht dazu, sondern zu der Aufteilung des Resolutionsvorschlags hatte ich vorgeschlagen, dass man ihn in zwei Teile teilt. Zum einen in die Rückerstattung des Kosten, also die Rückerstattung der Kosten für den Schülertransport und einmal die anderen Aspekte in puncto Sicherheit und Entfernung zu den Schulen und so weiter. Ich hatte diese Idee in den Raum gestellt, musste aber feststellen, und das musste ich eigentlich schon von der ersten Sitzung an feststellen, dass die Offenheit für eine Rückerstattung der Kosten bei den meisten Kollegen nicht gegeben war. Vor allem in der ersten Sitzung war es eine prinzipielle Ablehnung. Erst in der zweiten Sitzung hat man dann noch mal ein wenig zurückgerudert und sich doch für das Thema interessiert. Aber es war so, dass von Anfang an klar war, dass man diese Rückerstattung eigentlich nicht akzeptieren wollte. Und da sah ich keinen Sinn darin, diesen aufzuteilen. Denn was hätte das gebracht, wenn es von vornherein klar ist, dass man dem eh nicht das unterstützen möchte. Über die anderen Punkte ist mehr diskutiert worden im Ausschuss. Das stimmt. Nur hatte ich dazu keinen Abänderungsvorschlag vorgeschlagen oder auch gesagt, dass ich ihn einreichen würde. Ich möchte noch zu Herrn Miesen ein Wort sagen. Und Sie haben gesagt, muss der Staat oder gefragt, muss der Staat immer mehr Gratis-Dienstleistungen anbieten? Herr Miesen, Sie haben es doch selbst gesagt, das Geld kommt nicht vom Staat, sondern vom Steuerzahler. Nichts ist gratis, ist richtig. Aber genauso stimmt, nichts ist vom Staat. Wenn oder was kann falsch daran sein, einen Großteil der Steuerzahler, einen Teil ihres Geldes zurückzugeben? Und wenn Menschen mit finanziellen Schwierigkeiten auch damit entlastet werden, was kann daran falsch sein? Sie haben ja auch kein Problem damit. Oder ich stelle fest, dass wenn man hier die Kostenentwicklung der Regierung betrachtet, mein Kollege Baldr hat es gestern noch mal hier erwähnt, in der letzten Legislaturperiode 25 Prozent angestiegen. Im Haushalt kündigt man für das nächste Jahr wieder 4 Prozent an. Wenn ich sehe, 7,5 Millionen Euro für dieses Parlament hier, da wird nicht gespart, da wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. Und ich denke, das ist, wie ich eben sagte, ganz einfach eine Sache der Prioritätensetzung. Vielen Dank. Ich möchte ganz kurz auf die Aussage von Herrn Miesen eingehen, beziehungsweise die Frage, die er gestellt hat, warum der öffentliche Personennahverkehr denn kostenlos sein soll. Eine Sache, die heute noch nicht angesprochen worden ist, auch von mir selber nicht, ist die Tatsache, dass wir einfach eine Verkehrswende brauchen, wenn wir die Klimaziele, die zum Beispiel über die Pariser Verträge festgelegt worden sind, erreichen wollen. Und die Hemmschwelle zur Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs ist einfach extrem hoch. Wer das Auto zur Verfügung hat, der nutzt nicht den Bus und der nutzt meistens auch nicht den Zug. Und wenn diese nicht möglichst kostenlos sind, dann wird sich diese Einstellung auch nicht ändern. Und deshalb sind wir der Meinung, dass eine wirkungsvolle Maßnahme wäre, den öffentlichen Personennahverkehr kostenlos aufzustellen, wobei wir ja gerade ausführlich gehört haben, dass er nicht wirklich kostenlos wäre. Aber in dem Fall würde zumindest derjenige, der ihn nutzt, von der Tatsache profitieren, und dass er nicht zusätzlich dafür bezahlen müsste. Vielen Dank. Dankeschön. PfW, Herr Freches. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte auf eine Aussage von Herrn Mertes trotzdem reagieren. Ich war seit Oktober, seit Beginn des Einreichens des Resursionsvorschefs bis Ende Mai war ich ja Mitglied des Ausschusses 3. Ich möchte trotzdem den Einwurf hier von Ihnen entgegnen, dass wir nicht konstruktiv an diesem Resursionsvorschlag mitgearbeitet haben. Sie haben es eben gerade erwähnt, wir selber an den Vorschlag gebracht haben, dass es auf die Lehrlinge ausgeweitet wird. Auch die Kollegen der CSB-Fraktion haben auch sehr konstruktiv daran mitgearbeitet. Wir haben Ihnen von Anfang an gesagt, dass Ihr Vorschlag auch sehr unausgewogen war, denn Sie berücksichtigen zum Beispiel nicht die 1.000 Schüler, Sekundarschüler, die zum Beispiel zur FG momentan die Schulen besuchen und auch umgekehrt, die von der FG zur deutschsprachigen Gemeinschaft kommen. Das war schon sehr unausgewogen zu diesem Zeitpunkt und darauf haben wir immer hingewiesen. Nun haben Sie ja selber gehört, die Wallonische Region, die Fraktionen der MR, der SP oder PS und ECOLO haben in Ihrem Regierungsprogramm ganz klar vorgemerkt, dass Sie den Schülertransport kostengünstig praktisch gratis machen möchten. Und das kommt uns ja genau entgegen, denn das zählt genauso gut für die Schüler der französischen Gemeinschaft, die zur deutschsprachigen Gemeinschaft kommen, wie auch umgekehrt. Also ist diese Unausgewogenheit komplett vom Tisch. Und dann, wenn wir über Fahrradwege reden, im Norden ist es vielleicht einfacher als im Süden, Herr Jerusalem. Ich sehe schlecht Fahrradwege bauen von Ars bis nach Stamfitt, damit ein Sekundarschüler mit seinem Fahrrad über den Fahrradweg zur Schule kommen kann. Also ich denke, da soll man auch der Realität ein bisschen mehr Platz lassen und auch da überlegen, wie andere Möglichkeiten geschaffen werden können. Und da ist natürlich auch ein Ausbau der Tech-Verbindung eine Priorität, besonders im Süden der deutschsprachigen Gemeinschaft, denn es ist ein ganz anderes Gebiet, topografisch und von den Verkehrsverbänden, als wie im Norden. Und das ist auch ein Punkt, den man absolut hier in die Waagschau legen muss. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Wir werden heute hier nicht die Diskussion der COP25 in Madrid vorwegnehmen. Warten mal, was dabei rauskommt. Und ich gehe mal davon aus, dass dann die allgemeine Diskussion abgeschlossen ist. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist für die Resolution? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Damit ist die Mehrheit dafür. Und dann kommen wir zur namentlichen Abstimmung. Und da erteile ich unserer Sekretärin das Wort, damit sie ihres Amtes walten kann. Vielen Dank, Herr Präsident. Michael Balter, Freddy Krämer, Jérôme Franzen, Grigo Freches, José Grommes, Josef Felixmann, Sandra Huben, Julien Hupperts, Evelyn Janne, Andreas Jerusalem, Celine Keber, Lydia Klinkenberg, Colin Kraft, Karl-Heinz Lambert, Ale Mertes, Alexander Mies, Freddy Mockel, Robert Nelles, Petra Schmitz, Lisa Scholz, Charles Savati, Patrick Spieß, Diana Stiel. Damit ist die Resolution mit 20 Ja-Stimmen bei drei Nein-Stimmen angenommen. Somit ist auch die heutige Tagesordnung erschöpft und ich weise darauf hin, dass die nächste Sitzung am 12. Dezember stattfindet, übermorgen. Und ich wünsche allen noch einen schönen Abend und dann genügend Erholung, damit sie am Donnerstag alle fit, froh und munter dabei sind, um den letzten für dieses Jahr, vorgesehenen Schlagabtausch hier in diesem Hause zu Gestalt. Die Sitzung ist geschlossen.